Liebe Leute, wir spielen Knights of Honor 2 Sovereign, den neuen Grand-Strategy-Titel von THQ Nordic. Hashtag Werbung in Kooperation mit dem Publisher. Gucken wir uns das heute an im Ränkespiel. Das Ränkespiel, ich gebe zu, es hat zu lange Pause gemacht. Es ist aber immer noch ungebrochen das beste Strategiespielformat auf Twitch. Weil hier die besten Leute sich nobel und ehrbar auf dem Feld begegnen und so nebeneinander her existieren und sich niemals irgendwas Böses tun würden, bis wir nach 6 Stunden durch sind. So läuft das, wie jeder weiß, hier heute in Knights of Honor. Und wir spielen, ihr kennt das Setup inzwischen, aber es bietet sich einfach immer sehr gut an für solche Events. Wir sind mal wieder Vasallen im Heiligen Römischen Reich in Deutschland diesmal. Das ist wie eine Zeitreise. Irgendwie begegnen wir uns immer im Heiligen Römischen Reich und irgendwer wird uns nachher herrschen. Richtig, richtig. Déjà-vu, Déjà-vu. Und wir haben uns entschieden, dass wir diesmal Vasallen mit zwei Provinzen spielen. Und das heißt, es gibt noch ein paar kleinere, schwächere, an denen wir uns laben können. Zum Beispiel hat Pia, die hier startet in Korinth, hat zufälligerweise, als hätten wir es so ausgewählt, Österreich neben sich, dass sie, wenn sie so geneigt wäre, vielleicht schlucken könnte. Schlucken? Das heißt befreien. Nein, in der Tat. Dem Lichte zuführen. Sie hat Österreich, sie hat Kroatien, sie hat Tirol. Die kann sich richtig ausbreiten, das ist ja voll nice. Die kann richtig snacken, das stimmt. Ich hier in Lothringen grenze an Frankreich und auch noch an das, wenn ich das richtig sehe, unabhängige Luxemburg. Das ist sicher eine gute Position für das unabhängige Luxemburg. Und über mir ist der gute Sepp in Sachsen. Hallo. Könnte sich zum Beispiel auch nach Luxemburg wenden, könnte sich nach Holland wenden, das auch sehr klein ist. Könnte vielleicht flandern, die Champagne ist da auch noch. Also es gibt einiges. Und dann ist daneben der gute Steinwallen in Meißen. Ihn lacht sicherlich Brandenburg da oben an und darüber dann Pommern. Wer weiß, wenn er noch etwas mehr wächst, vielleicht auch sogar Böhmen. Wir sind alle in Deutschland. Deutschland ist hier so ein bisschen, hat recht viele Ländereien, die so durch unsere geteilt werden. Mal schauen, ob das Deutschland zum Vorteil gereicht. Ich bin sicher, es wird überhaupt nichts Böses passieren und niemand wird Deutschlands Ländereien bewehren. Das ist absolut kein Problem. Wir werden im Mittleren, es gibt drei Startzeitalter, wir spielen das Mittlere. Jedes verändert so ein bisschen die politische Landkarte. Und ich bin sie alle durchgegangen und hier gab es die meisten Kleinprovinzen in Deutschland, dass man am meisten sich ein bisschen darum balgen kann. Wenn man größere Königreiche wählen könnte, die meisten einstellen lassen wir einfach auf Standard. Aber dann könnte man tatsächlich auch witzigerweise zum Balancing sagen, die werden alle runterskaliert. Also man könnte auch sagen, England, Deutschland, Frankreich, Polen, aber alle mit vier Provinzen zum Start oder sowas. Das ist für Multiplayer ganz nett. Das ist ganz cool. Historisch etwas schwieriger, aber für das Spiel halt cool, ne? Ja, Details. Ich fand aber für heute, machen wir mal ein recht bewährtes Setup, weil da auch alle ganz gut so auf einem Haufen sind, anstatt dass wir so weit auseinander sind. Aber trotzdem, dieses Spiel hat einige interessante Einstellungen für solche Multiplayer-Events, die man potenziell ausreizen kann. Hauptgrund, warum wir das heute noch nicht vollständig machen, ist, dass wir selber erst mal ein bisschen ein Gefühl kriegen wollen, wie weit kommt man denn in einem Multiplayer-Abend bei dem Spiel. Wir haben es schon ein bisschen vorher gespielt, aber entdecken den Vierspieler-Multiplayer heute mit euch gemeinsam. Es gibt zum Beispiel auch, was auch sehr interessant ist potenziell, den kleinen Sieg, das irgendwie gewinnt, wer zuerst so und so viel Gold sammelt oder das erste Königreich auslöscht und sowas. Aber auch das, nicht, dass dann entweder nach drei Stunden schon vorbei ist oder wir hier neun Stunden spielen. Deswegen spielen wir doch auf die klassische Ingame-Siegbedingungen, die schauen wir uns gleich an, auf die Prestigepunkte, also auf die Rumpunkte. Es gibt eine Ingame-Rangliste. Man kann aber auf unterschiedliche Weise da empor klettern. Also es gibt, das hat Steinwald auch schon angedeutet, es gibt Handel, es gibt Krieg, es gibt Wissen, die alle dir Prestige in ihren Bereichen bringen. Und da kann man sich das dann näher anschauen. Die eine Sache, die wir einstellen, ist, wir machen das Gold auf sehr hoch, damit man auch als Kleinreich am Anfang, damit man direkt ballern kann, genau. Und wir machen die maximale Zahl an Neuwahlen für besiegte Spieler. Wenn man rausfliegt, darf man dreimal ein Königreich neu wählen. Ich hoffe, soweit werden wir heute nicht kommen. Sollte das jemandem passieren, dass er von der KI vernichtet wird zum Beispiel, Steinwald, ähm, ähm. Ja, nehmt das nicht die leichte Schulter. Ja, äh, tatsächlich. Also die KI kann da auch sehr hart sein, meinst du? Ja. Also allgemein ist man, was man, wo man wirklich sich umdenken muss, der Krieg ist nicht so ein leichtfertiges Ding wie in Crusader Kings. Ähm, weil auch dein ganzes Volk findet das dann nicht so geil. Ähm, kommen wir gleich noch dazu. Und, äh, solltest sicher sein, dass du auch gewinnen kannst. Ähm, sollte jemand, sollte jemand rausfliegen, müssen wir halt ein bisschen gucken, dann werden wir versuchen, ein, ähm, neues Königreich in der Nähe zu finden, das vom Stärkelevel her dann aber am unteren Ende der Spieler ist. Also wenn, dann, wir werden dann nicht so einen, das so stark wie der stärkste Spieler, weil du bist rausgeflogen, ein bisschen Strafe muss es ja dafür geben. Aber es soll natürlich jeder weiterspielen können. Wir werden ein bisschen gucken müssen natürlich, was sich halt ergibt. Weil, ähm, wir können dann auch nur aus denen wählen, die es halt gerade gibt, die die KI ja auch aufgebaut hat. Und wir wollen jetzt nicht irgendwie sagen, okay, äh, das Einzige, was ungefähr stärkemäßig passt, ist irgendwo in Byzanz. Ähm, deswegen spielst du jetzt am anderen Ende der Welt, ist ja auch Quatsch. Ähm, da müssen wir halt dann flexibel sein. Wie immer ist das Ränkespiel nicht darauf ausgelegt, sich Halsabschneiderisch möglichst schnell rauszuhauen. Darum soll es hier nicht gehen. Aber es soll natürlich schon darum gehen, der größte König von allen zu werden. Dann bin ich jetzt aber falsch hier. Ich hab jetzt schon damit gerechnet, dass ich euch jetzt rausmobbe und ihr danach nie wieder Bock habt, mit mir zu zocken. Das Gute ist, wenn du das machen würdest, wären Steinwall und ich ja so lange sicher, bis du es bei Sepp gemacht hast. Ähm, deswegen, ja, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Oder Steinwall, ein bisschen ganz Halsabschneiderisch heute, ist doch okay. Absolut. Ich hab das Gefühl, die Vorgeschichte dieses sehr altbewährten Ränkespiel-Aufstellungsteams ist mittlerweile schon so lang und so gefüllt mit vernachbt von Elefanten und Sand und Wüste und all den anderen Dingen und Päpsten und alles gerade sagen. Der Papst, der ist auch heute wieder mit dabei, Pia. Es gibt einen Papst. Der ist toll. Es gibt auch Kreuzzüge. Aber du kannst, man kann auch exkommuniziert werden. Ach so, das freut mich aber. Aber immerhin, Pia, du musst es so sehen, du spielst ja heute keine Frau. Und als Mann kannst du dir ja jede Sünde erlauben, die du willst. Du weißt doch, wie das funktioniert. Ja, wir sind ja auch gerade quitt, ne? Also eigentlich war es ja so, Sepp hat ja quasi ordentlich auf den Putz gehauen mit den Elefanten. Dann hat er es richtig hart übertrieben mit der Exkommunikation. Dann hatten wir Dune und dann habe ich mich revanchiert. Und jetzt sind wir eigentlich... Oh, das ist noch ein neues Kapitel. Da war ich nicht dabei. Erzähl noch mal kurz. Also bei Dune bin ich irgendwann im Laufe des Spielverlaufs draufgekommen, dass ich zu schlecht für dieses Spiel bin. Aber dass ich auf jeden Fall auch dafür sorgen kann, dass Sepp nicht weit kommt. Keinen Spaß haben wird. Wow. Okay. Und er hat mich die ganze Zeit gepiesackt. Das war auch gut. Also, to be fair, du hast begonnen. Du hast mir ein Stück Land geknaut. Und ich wollte, dass wir dann zurück haben. Dann, 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 Sepp, würdest du, würdest du, wie würdest du die moralische Waagschale gerade einschätzen? Also, ich würde die moralische Waagschale noch so einschätzen, dass Pia noch ein, noch ein bisschen was gut bei mir hat. Oh. Also, der Papst war schon, war schon top. Also, auf so einer Skala war das schon S-Tier-Move, war das, war schon sehr hart. S steht hier für schäbig in dem Fall. Ja, gut, okay. Ja, gut, okay. Ich bin mal gespannt, ob wir heute bei rauskommen. Also, streng genommen ist ja, glaube ich, auch, also Steinwallen hat seit dem Ränkespiel, wo ich ihn durch Mord fast rausgekegelt hatte. Ich glaube, letztlich hat ihn dann Denzel rausgegelt. Aber ich habe es schon sehr möglich gemacht, wenn ich nicht recht entsinne. Hat eigentlich noch nie, noch nie irgendwas getan, was ausreichend schlimm wäre, dass ich sagen könnte, wir sind quitt. Also, eigentlich schuldig Steinwallen seit Ewigkeiten moralisch was, oder? Aber du, du redest doch laufend nicht schlecht. Wie kommt das denn? Ja, weil, weil du ja trotzdem ein Schurke bist. Also, dass, dass ich noch schlimmer bin, hat ja, ähm, ich, ich habe ja, weißt du, nichts gegen die Wahrnehmung. Wenn alle Leute sagen würden so, ja, Maurice, ist schlimm, aber der Steinwallen ist schon auch ein Sack, würde ich sagen, okay, das ist fair. Ja, aber es ist ja immer, Maurice ist schlimm und Steinwallen ist total ehrbar. Und ich wehre mich einzig und allein gegen diese Darstellung, ähm, weil, weil das ist halt eine Lüge. Aber auch nur der zweite Teil, nicht der Maurice ist schlimm Teil. Es geht ja hier um Fakten. Na gut, mal sehen. Fakten, Fakten, Fakten. Ich meine, man könnte ja hier auch richtig Ränkespiel betreiben, ne? Den Spion habt ihr vielleicht schon kennengelernt. Richtig. Da kann man auch miese Sachen machen. Den habe ich leider noch nicht so ganz verstanden, weil der eher so ein bisschen später kommt, aber... Ja, man muss schon ziemlich reich sein, finde ich. Ja, bis sich das auch lohnt, weil der kommt dann ständig mit Events an oder sagt, ey, ich kann hier einen Aufstand machen für 3000 Gold. Ja, ähm, 3000 Gold, Junge, geh weg. Deshalb brauchen wir sehr viel Geld am Anfang, damit Maurice direkt so einen Quatsch machen kann. Okay. Das ist das denn wieder? Das ist überhaupt nicht wahr. Ähm, so. Wir haben jetzt hier unsere Königreiche. Ich habe Lothringen gewählt. Äh, noch kurz. Äh, man kann jederzeit pausieren, wenn irgendwas bei euch ist. Äh, das ist kein Problem. Wie immer, nicht überstrapazieren, aber wenn halt mal ein Notfall ist oder ihr... Ja. Wenn Pia nochmal ein Paket in Ritterrüstung annehmen muss, auch dann. Äh, ansonsten würde ich wie üblich sagen, wir machen so... Hm? Fehlt noch was auf das Typ? Komm, noch der Postbote. Nee, es ist alles da, aber ich werde ohne Helm spielen, weil, ähm, ich spüre meine Nasenspitze einfach nicht mehr und ich warte jetzt gerade drauf, dass sie wieder durchblutet ist. Sehr gut. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, wie immer machen wir alle Stunde mal kurz Pause, um einen Überblick über die Weltlage zu geben. Und dann können wir auch immer kurz gucken, brauchen wir gerade schon irgendwie Toiletten- oder Essenspause? Ähm, und, äh, ich denke, das hat sich immer ganz gut bewährt. Wir spielen bis 22 Uhr, dann werden die Siegpunkte ausgewählt. Ich geh jetzt gleich rein ins Spiel und mach dann aber direkt mal Pause. Das erste Mal, wenn wir nochmal kurz zeigen können, wo sind wir? Ja. Und, ähm, wir nochmal kurz diese Siegpunkte und so auch erklären können. Weil das Spiel geht eigentlich direkt ohne Pause los, genau. Ähm, einfach noch erklären, äh, Korinth, da hat... Das ist irgendwie eine sehr skurrilste Übersetzung, die ich seit langem gesehen habe. Ich glaube, das meint Kärnten. Das ist aus dem Englischen. Äh. Das kann gut sein. Ich hab mich auch gefragt... Das ist vielleicht noch gepatcht. Das ist nicht in Griechenland. Jetzt. Das hab ich mich auch gefragt, was das ist. Ja, äh, genau. So, und damit, ich mein, wie gesagt, wir sind hier in Deutschland, aber kann durchaus sein, dass zum Beispiel Frankreich auch eine Rolle spielt in unseren Überlegungen. Äh, in meinen Durchlaufen wurde Deutschland immer recht schnell exkommuniziert. Oh. Das kann uns, also aber eben nicht die Einzelnen, sondern das Großdeutschland. Ähm, kann alles passieren. Wir werden's sehen. So, wenn ihr bereit seid, starte ich und würde dann direkt pausieren, ähm, sobald wir drin sind. Und, dass jeder mal führt. Ja, bereit. Dann, ab geht's. Oh, da kriegt man sogar noch einen Countdown, ey. Ja. Sehr edel. Großartig. Dass man hier richtig aufgeregt wird. Die Rüstung ist gar nicht so schwer. Ich kann die richtig ablegen. Und jetzt sitze ich da drin wie in so einer Dose. Das geht eigentlich. Oh, mir macht wirklich viel Geld. 4.000? Ja. Wow. So. Ich merke auch übrigens gerade, ich muss bei mir nochmal gucken. Ich habe irgendwie keinen Spielsound. Oh, ich habe Ljubljana als Hauptstadt. Das ist ja cool. Ich habe einen Händler als Typ. Ljubljana, da drüben ist Zagreb. Wir haben alle Händler, weil, ich glaube, die Einstellung war so, dass wir alle zufällig den gleichen bekommen. Ah, das kann sogar sein. Ja. Ah. Was ganz gut ist eigentlich, ne? Ja. So, jetzt habe ich... Wie viel Erfahrung habt ihr denn in diesem... Eine Stunde. Okay. Ich habe ein bisschen länger gespielt. Ich glaube, Steinwall hat am meisten gespielt und du hast auch schon Videos gemacht, ne? Ja. Das heißt, äh, also erstmal natürlich, äh, äh, guckt die euch alle gerne an, Steinwallen auf YouTube, ähm, aber nach diesem Stream, liebe Leute, nach diesem Stream, nicht jetzt, macht sie vielleicht sonst auch nebenher auf, wenn ihr wollt, aber, äh, so, also hier sind wir im Spiel. Ich bin hier, äh, das, äh, das schöne Lothringen, äh, man hat hier, das ist erstmal eine erste wichtige Mechanik für alle, man hat seine, 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 seine Stadt und mehrere Dörfer, die tatsächlich zufallsgeneriert sind. Das heißt, was du hier hast, ähm, ich glaube, es gibt schon gewisse Neigungen, äh, zum Beispiel hat im Chat jemand bei mir geschrieben, in Lothringen gibt's den besten Wein, jetzt hab ich hier in beiden meinen Dingern ein Weinfeld, wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt Zufall, aber diese Standardbürger, äh, Standarddörfer, das können Dörfer, Burgen, äh, Klöster, sonst was sein, die unterschiedliche Ressourcen bringen und dann baut man Stadtgebäude, die sich darauf beziehen, ähm, und letztlich hast du verschiedene Wege zum Sieg und es gibt diese Großmachtrangliste, wo dein Prestige gerechnet wird in den fünf, sechs Oberkategorien sogar, Wohlstand, Gesellschaft, Kultur, Politik, Eroberung und andere, ähm, und wir wollen am Ende hier den krönen, der da am meisten hat und man sieht aber eben, man kann das auf die unterschiedlichsten Weisen machen. Stabile Einnahmen sind Prestige, äh, Territorium ist natürlich Prestige und so weiter und so fort. Und jeder kann hier ein bisschen seinen eigenen Weg wählen, wie er oder sie in dem Fall natürlich, äh, zum Sieg gelangen möchte und das tut man über seine Agenten und seinen Herrscher, die auch alle eine von verschiedenen Klassen haben. Wir haben jetzt alle mit dem zufälligen gleichen Herrschertyp gestartet, der glaube ich auch sogar der Beste ist, was du am Anfang haben willst, nämlich mit einem Händler, der gut Geld scheffeln kann. Händler machen sehr viel Geld und das brauchst du am Anfang, ähm, wie man sieht, ich bin hier schäbige Elf im Plus, das ist traurig, ähm, und, das ist schwach, ja, ähm, und genau, das ist die Sache, wir werden auf der normalen Spielgeschwindigkeit spielen, die ist auch ganz okay, ähm, man kann, wir können mal drüber reden, wenn alle sagen, grad passiert gar nichts, können wir es auch beschleunigen, aber ich glaube erstmal, dass wir auch alle reinkommen, ähm, ist das alles, ähm... Ich hab ne Frage. Majestät. Jawoll. Kann ich meine Ehefrau austauschen? Hahaha. Geht das schon wieder los? Was ist denn jetzt hier? Was? Ich hab doch nur gefragt. Was ist denn jetzt? Was ist denn wieder los? Es ist nichts los. Was hast du gegen deine Ehefrau? Ich hab nichts gegen sie, aber ich hab auch nichts, was mich an ihr begeistert. Okay. Also meine Herzogin Agnese... Also lass tauschen. Also... Agnese macht einen guten Eindruck. Alter, Agnese wird in den Städten und Burgen Sachsens herumgeführt. Das klingt wie ne Dorfmatratze. Wow. Wow. Alter. Und hier steht, äh, Herzogin Konstanze sprach in den letzten fünf Tagen mit hunderten von Leuten, um ihre Klagen anzuhören. Wie ist denn meine, äh... Oh, Herzogin Jutta tratscht mit ihren Hofdamen über die neuesten Gäste in Korinth. Äh... Bei mir steht Jutta blättert in vielen Kochbüchern. Also Herzogin Catherine berief Herzog Matthias in einigen wichtigen Angelegenheiten, die ihm Entscheidungsschwierigkeiten bereitet. Wie viel, wie viel Rinder muss ich dir anbieten, damit ich deine kriege? Ich geb dir meine und ich geb dir fünf Rinder. Rinder oder Kinder? Rinder, nicht Kinder. Rinder. Rinder. Gut. Politische Übersicht. Übersicht. Ja. Ich hab übrigens direkt gesehen, hier gleich haben sich so... Sepp und Steinwallen haben sogar schon einen Nicht-Angriffspakt und ein Handelsabkommen geschlossen. Ach, natürlich. Nicht-Angriffspakt und Handelsabkommen mit Deutschland. Verstehe. Wie kommt der denn so rausgesoomt? Ich zoome die ganze Zeit mit meinem Rad raus. Rechts neben über der Karte gibt's so kleine Buttons. Da... Genau, da kann man die Leute noch auch danach, wie sie dich mögen und so... Ach, da muss man... Okay, da muss man anders... Da muss man... Man kann nicht einfach nur rausrollen, rauskrollen sozusagen. Die Meinung unserer Kaufleute... Da kann man dann scrollen, da kann man sich die ganze Welt anschauen. Ähm, und dann wieder zur In-Game-Karte zurück. Äh... So, also, ich glaube, eindeutig werde ich... Bin ich wohl berufen zum Weinhändler. Ähm, sagt mir das Spiel. Ähm... Unsere Kaufleute sind zufrieden mit uns, Majestät. Ich hab in beiden Dingern Wein. Also, es wird hier direkt Victoria fortgesetzt, wo ich auch der Alkoholhändler vom Dienst war. Ähm... Ich find das gut. Ich mag das. Ähm... Dankeschön. Ja, Dankeschön, gleichfalls. Ich werd mich vielleicht für den Anfang kurz muten und, äh, meinen Start erklären. Jawohl. Das macht, glaub ich, Sinn. Jawohl. Äh, bin sofort wieder da. Jawohl. Treiben wir königlichen Heil. Also, wir haben das Angebot mit... Oh. Inbieten. Völdland. Oder ins Verlassen. Meinungen der Kaufleute verbessert, weil wir ganz viele Handelsabkommen haben. Ähm... Ähm... Äh... Geil. Unser... Ausländische Kaufleute sind eingetroffen. Also, es läuft... Fluriert direkt hart. Äh, wir sollten sofort anfangen, äh, Dinge zu bauen. Denn eben, wir haben ganz viel Geld. Wir haben hier vorne schon, ähm, eine Holzverarbeitung gebaut. Dann... Oh, Salpeterhandel ist natürlich auch stark. Salpeterhandel ist natürlich nice. Aber wir wollen natürlich... Ähm... Rinderzug geht auch. Man baut so... Standard... Dinge. Nenn ich's mal. Ähm... Wie Marktplatz, Behausung, Kaserne. Das sind Standardgebäude, die man baut. Hier unten sind Specialgebäude, die regional nur möglich sind, wenn man zum Beispiel dann auch Rinder hat. Oder andere, äh, Rohstoffe wie jetzt hier in Köln zum Beispiel in den Rhein. Kann man dann einen Flusshandel aufbauen. Ähm, und so können wir erstmal unser ganzes Geld ausgeben. Äh, und hier kommen alles Kaufleute aus der ganzen Welt. Wir werden überschüttet mit Gold. Wir haben uns einen Diplomaten eingestellt. Hier kann man die verschiedenste Ritter einstellen. Und, äh, unterhalten. Ähm, um dann, äh, die auch teilweise in Städten zu platzieren. Ähm, macht glaube ich schon sehr Sinn, dass wir, ähm, hier direkt reingehen pro Getreidehof. Also hier bekommen wir plus 4 Gold. Und hier bekommen wir plus 4, ähm, Essen. Das sind beides sehr, sehr gute Sachen. Und das ist auch... Das ist aber auch übelst nice. 9 und 4. Oh, heftig. Also wir bauen erstmal so einen, so einen krassen Kräutergarten. Der bringt uns Gold. Und dann würde ich sagen, starten wir mit der Bewässerung noch richtig rein, um, ähm, einen starken Staat zu haben. Was passiert hier denn? Ach, das sind die, das sind die Multiplayer-Übersichten. Wer wie viele Punkte hat oder was auch immer. Wir haben ganz, ganz viele Kaufleute. Der deutsche, ähm, General läuft hier gerade durch die Lande. Verwaltet sein Reich. Und, ähm, mein größerer Plan ist... Steinwein ist hier rechts von mir. Äh, in Erfurt und Meißen. Ähm, Worms gehört dem deutschen Großkaiser. Dann haben wir hier Luxemburg. Und wir haben halt Flandern und Holland. Das sind eher so die Richtungen, in die ich mich, äh, ausbreiten werde. Ähm, ich werd mal gucken, ob ich entweder in Luxemburg direkt einfalle oder in Gent. Wir müssen uns mal anschauen. Diesen vertrauensvoll. Und die, ähm, Flandern-Leute, die finden uns eigentlich scheiße. Okay, das heißt, wir werden uns Luxemburg erstmal aufsparen. Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Österreich bietet Handelseinigungsabkommen. Ja, natürlich, find ich super. Die Meinung unserer Kaufleute hat sich verbessert. Ähm... Okay, ich glaube, da brauchen wir nicht Königreich angreifen. Könnten wir sagen, hey, greif du doch mal Flandern an. Äh, aber das machen wir gleich selber. Wir bauen jetzt fleißig aus. Ähm, und werden mal einen Pfeilmacher bauen. Und, äh, gleich auch noch hier weiter die Bewässerung war der Plan, ne? Dass wir hier ordentlich Truppen produzieren können. Also plus neun Getreide, also Essen, braucht man damit halt schnell Truppen nachkommen. Wenn man welche baut, ähm, mega strong. Kann ich jetzt aber nicht, während, äh, hier vorne gerade eh schon gebaut wird. Das müssen wir noch eben abwarten. Ähm, in Hannover könnten wir halt noch mehr bauen. Könnte man noch Behausungen. Sein Peterhandel ist natürlich auch strong, ne? Drei Gold. Am Anfang kann man sehr gut auf Gold gehen. Aber ich möchte, glaube ich, als allererstes eher auf Krieg gehen. Bevor ich mich so ein bisschen, ja, selber, äh, aufbaue, möchte ich doch direkt expandieren. Warum nicht? Warum nicht? Bevor alles weg ist, hier in Luxemburg zum Beispiel, könnte man das mal starten. Die Meinung des Klerus auch verbessert. Hier oben hat man die Meinung seiner unterschiedlichen, ähm, Völkerschichten. Äh, 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 ja. Und wenn ihr euch das, äh, Game gönnen wollt, könnt ihr gerne unten auf die Kachel klicken. Beziehungsweise einfach, ähm, Hannes macht, wurde übertroffen. Ungarn hat einen beachtlichen Hannes macht. Ja, das ist nicht so schlimm. Ähm, könnt ihr sehr gerne, ähm, mal auschecken das Spiel, wenn es euch gefällt. Wenn ihr sagt, Mensch, das sieht doch ganz cool aus. Das könnte ich mir auch vorstellen, mal zu zocken. Ähm, einfach mal draufklicken. Das würde mich freuen. Eine neue Verbesserung wurde abgeschlossen, Majestät. Und wir können hier jetzt Bogenschützen machen. Ich würde aber mit Bewässerung erstmal weiter gehen. Wieso kann ich das uns füllen? Voraussetzungen für Bewässerung. Was fehlt uns? Was? Große Flüsse haben wir. Getreideanbau. Nein, man braucht Getreideanbau, um Bewässerung zu machen. Uff. Ich habe noch keinen Marktplatz und ich habe noch keine Behausung. Beides bräuchte ich. Okay. Dann gehe ich erst damit und dann damit. Ja, schade, schade, schade. Dann ist das eher so ein Late-Game-Ding. Ähm, aber nicht schlimm. Behausung sorgt dafür, dass wir halt unsere Städte schneller wachsen, größer werden und ähnliches. Ähm. Oh Mann, noch zwei Stunden. Ich habe voll Bock auf das Game. Äh, Lazalie. Das, äh, muss jetzt so lange bei hier enjoyen und dann kannst du gleich selber durchstarten. Ähm. Ja, ich würde mal sagen, ich gehe mal zu den anderen wieder rüber und gucke mal, was die so machen. Können wir noch handeln? So. Seid ihr schon fleißig am Handeln, ihr Schurken? Ja, natürlich. Also, ein Hinweis, den ich an allen hier gebe. Es gibt ja oben links diese Meinung von den verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Ja. Ja. Also, Kriege müssen sorgsam vom Zaun gebrochen werden. Du kannst dir nicht leisten, unbedingt einen nach dem anderen zu machen. Ähm. Es sei denn, vielleicht auch, die mögen dich nicht so oder so. Also, es gibt... Ich habe es noch nicht ganz durchschaut. Manchmal ist es weniger schlimm. Aber ein, zwei Kriege hatte ich, wo wirklich dann minus vier, minus vier, minus vier. Und ich so, ey, Leute, ich will doch nur Wissen erobern. Haha. Die wollten das nicht, meinst du? Zu überwienzten Majestät. Ja, aber es ist doch auch im Interesse aller, ne? Ähm. Ja, ich mache hier planungstechnisch, habe ich einige Fehler gerade gemacht. Warum? Ich wollte eigentlich... Also, ich möchte Wien. Ich möchte Wien? Und Wien... Ja, ich möchte Wien. Oh, wie ein Preis. Und Wien hat mir jetzt ein Handelsabkommen geschickt. Und... Naja, ich bin halt gierig. Also, habe ich halt direkt Ja gedrückt. Und jetzt habe ich halt ein Handelsabkommen mit Wien, aber ich will es ja haben. Ich will ja nicht mit Wien handeln, ich will es besitzen. Das soll mein Eigentum sein. Ja, also, wenn du da den Krieg erklärst, kannst du davon ausgehen, dass deine Händler dann enttäuscht sein werden, ähm, dass du den Handelspakt zerstört hast. Zum Beispiel. Das ist in Ordnung, ich bin gerne in Enttäuschung. Mein Volk. Wow. Der Handelspakt heißt auch erstmal nur, dass man handeln kann. Also, dass du quasi einen Kaufmann da hinschicken kannst. Ähm. Spiel ist, glaube ich, vergleichbar mit Crusader Kings oder Victoria 3 oder ähnlichem. Ähm. Ich glaube, so in die Richtung. Also, es ist halt auch wieder Strategiespiel. Echtzeit. Man kann es pausieren. Also... Ähm. Ja. Schaust du einfach mal an. Was... Oh. Was... Was möchte denn... Aber dann muss ich ihn ja aus Jugurliana rauspacken, oder? Das Pia? Was? Oh, hier ist ein großer Krieg im Gang. 2600. Der will all mein Geld für den Kreuz. Ja. Nee. Fick dich. Was möchte Pia? Pia macht gar nichts. Was macht das Pia? Österreich. Aber du bist ja gar nicht Österreich. Österreich möchte mein Geld. Nein, das bin ich. Ich möchte kein Geld. Nein. Ich will Österreich. Aber das ist doch ein guter Trend. Du möchtest quasi dein Geld nicht an Österreich geben. Und ich hätte gern Österreich. Da werden wir uns doch einig. Da seh ich mich auch. Ja. I like. Ähm. Eben war übrigens die Spielgeschwindigkeit auf 3 gestellt. Oh, das ist schnell. Wir müssen da wie aufpassen. Oh, warte mal. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Das ist... Wieso ist das genau meine Tastes fürs Muten im Disco? Oh, blöd. Das ist... Das ist ja... Insane. Wieso ist das immer auf diesen Tasten? Warte mal. Wo ist die Spielgeschwindigkeit? Wo ist die Spielgeschwindigkeit? Wo ist die Spielgeschwindigkeit? Lautstärke? Ist nicht umliegen. So, also. Aber ich glaube tatsächlich, die Händler... Also selbst ein Handelsabkommen ist schon was, wo die Händler sagen, das wollen wir bitte. Bitte kämpf jetzt nicht mit denen. Weil dann ja dieses Abkommen auch gebrochen wird. Ähm. Also es ist kein Weltuntergang. Aber es ist dann so ein Faktor, der dann tatsächlich dazu bewirkt... Oh, wir haben einen... Oh, mein Prinz ist ja der Hammer. Ich habe einen Prinzen bekommen. Ich auch. Und der ist mega gut. Wieso habt ihr alle einen bekommen? Jetzt finde ich mal einen nicht mehr so toll. Wie ist... Wie ist eurer? Ey, der ist mega stark. Ja, 5, 5, 5, 0. Ja... Meiner 5, 3, 5, 4, 4. Äh... Also ich kann das... Ich kann das nicht umlegen. Das gibt's dann nicht. Geil, ich habe ein Festmahl gemacht und jetzt mögen mich alle mehr wegen dem Festmahl. Das ist ja wundervoll. Scheiß auf Festmahl, die sollen ja ja hungern, die Schweine. Ich brauche Kriegsressourcen. Ich kann das... Ich kann das leider nicht umlegen. Ähm... Die... Also man kann nicht die Hot... Den Hotkey umlegen für... Äh... Spielgeschwindigkeit 3. Vielleicht in Discord? Discord umlegen. Ah, wir können auch gerne pausieren oder so. Ja, wir können gerne pausieren. So dramatisch ist mein Anfang jetzt hier glaube ich nicht. Aber kann sein, dass sich das hier sofort nochmal ändert. Also... Ich habe ja jetzt quasi schon das richtige Outfit dafür an. Deswegen wollte ich euch mal fragen, wie steht ihr denn so zu Kreuzzügen? Boah, ich hasse es. Äh, Maurice, du kannst gerne weitermachen, danke. Jawohl, ich weiß tatsächlich noch nicht, wie die im Spiel ausgelöst werden. Manchmal sagt der Papst einen, aber den muss dann nur eine Nation führen in dem Spiel. Aber du kannst, glaube ich, irgendwie selber Papst werden. Ich habe den Kleruspfad noch nie so verfolgt. Ähm... Also du kannst einen von deinen Klerikern zum Papst machen. Ähm, das ist auch ein Agent, den du da oben anheuern kannst. Ähm... Aber tatsächlich habe ich noch nicht ganz rausgefunden... Äh... Mann, der Papst geht mir so auf den Sack. Wirklich. Was macht das denn bei dir? Er hört nicht auf sich dauernd. Er schreibt... Er ist wie so ein Ex-Freund, bei dem du dich bewusst einfach nicht mehr meldest. Und er hört nicht auf, die SMS zu schreiben. Aber immer so unterschnellig mit Dingen, die du haben möchtest. Bitte? Das war jetzt sehr spezifisch. Ja, es ist so wie wenn du dich gemeinsam darauf einigst, wer die Kaffeemaschine mitnimmt. Und eigentlich hattest du schon eine Einigung. Okay. Und dann meldet er sich wieder und ist so... Naja, also eigentlich darfst du sie schon haben. Und dann möchtest du ihr antworten, weil du willst diese Kaffeemaschine. Aber eigentlich willst du auch nicht antworten. Und so ist es mit dem Papst. Wir haben jetzt ein Handelsabkommen. Okay. Mit dem Papst ein Handelsabkommen. Ja. Nicht schlecht. Über Weihrauch oder so. Also... Ja, Hostien, Weihrauch. Ich hätte jetzt schon an der Stelle einen politisch inkorrekten Witz gemacht. Den lass ich weg. Aber... Na? Ja Leute, bei mir ist... Also ich weiß nicht. Ich glaube, Deutschland überschätzt mich ein bisschen. Sie haben mich ja erst in diesen... in diesen Verteidigungspakt gegen Burgund geholt. Jetzt... Herzog Matthias, ihr habt unsere Erlaubnis und unseren Segen gegen Frankreich, diese Quellgeister in den Krieg zu ziehen. Wir haben eine diplomatische Botschaft der Alte. Werdet ihr tun, worum wir euch bitten. Also auch anscheinend nur ich. Ohne Deutschland. Ähm... Aber habt ihr mitbekommen, dass Deutschland in so einem Megakrieg ist gegen Toulouse, Ungarn, Polen... Ja, ich habe auch gerade geguckt, ob ich denen nicht helfe. Aber fand ich dann doch nicht so attraktiv für mich. Ja, vielleicht... Ne? Also helfen ist halt eine Option, die man hat in so einem Krieg. Ne? Ähm... Geil, man kann ja so Bienenhäuser bauen. Und alter Vater. Es ist unfassbar, wie viel Waren es gibt. Ja. Und was du da alles bauen kannst, gerade in den Special-Gebäuden, was du da noch raushauen kannst, ey. Übelst überfordert. Ein Wünfer-Papst ist eingetroffen, Majestät. Ähm, wenn du mal unten in diesem... Unter dem Thron gibst so eine königliche Errungenschaftsübersicht. Ja. Da sind so alle Waren... Ja, wenn du alle hast, hast du gewonnen, ne? Ja, genau. Aber es gibt halt auch so eine Errungenschaften, wenn die so nach Warengruppen so sortiert ist. Alles lief genau nach klar. Und wenn man die voll hat, gibt es eben noch so einen Mega-Bonus jeweils. Ah, cool. Aber es ist ziemlich komplex. Das ist richtig so ein Puzzle-Gen. Weil du brauchst... Das ist sehr voraussetzungsreich. Und, äh, genau. Also, die Waren setzten sich alle zum Teil gegenseitig voraus. Du brauchst dann irgendwie Salz, um eingelegte Fische oder sowas machen zu können. Ähm, aber was auch cool ist, ist, dass... Selbst wenn du noch nicht gewonnen hast, jede Ware gibt dir auch einen königreichsweiten Vorteil. Einfach, weil du sie hast. Ähm... Also, das ist tatsächlich... Luxemburg hat hier 4.000 Leute stehen. Cool, so komplementär zu Crusader Kings tatsächlich. Weil das genau der Part ist, den ich da immer am meisten mir mehr gewünscht hätte. So ein Handels- und Aufbauteil. Und hier hast du eben wirklich diese Gebäudeketten, die dann hier so aufgelevelt werden. Und dann irgendwie hast du da eine Schreibstube. Und wenn du Tinte hast, kannst du das produzieren und so. Ähm, da kann man ziemlich puzzeln später. Und muss dann später auch... Weil, welche Waren du produzieren kannst, hängt ja auch von deinen Ländereien ab. Das heißt, du musst auch manche importieren, um dann weiterkommen zu können in der Produktionskette. Das ist ziemlich lustig. Ja. Ach, ich bin gemutet. Ähm, wo war das nochmal mit diesem Thron, wo man dann nach unten sieht quasi, ähm, was für Waren es gibt? Ähm, links, da ist ja dieser Thron, das zeigt quasi diesen Rumpunkt drin. Dies? Ja, und drunter die Gold... Ah, wenn man das draufklickt, dann sieht man unten die ganzen Dinge. Oh. Genau. Oh. Und ich nehme an, Maurice produziert Bier. Wein in dem Fall. Äh, noch nicht witzigerweise, weil ein Weinfeld produziert erstmal noch keinen Wein. Sondern ich muss erst Trauben trocken, dann kriege ich Rosinen, dann Trauben pressen und dann Weingüter. Mit den Weingütern habe ich dann meinen wertvollen Wein. Und der gibt dann Handel und Geld. Ich kann Pferde verkaufen. Kannst du Pferde? Achso. Man kann abgerichtete Pferde verkaufen. Ja, auch Pferde später noch. Ja, und dann Schlacht. Alter, Leute, wir machen hier eine Zucht. Was anderes interessiert uns gar nicht mehr. Wir wollen den Überfluss und wir wollen das... Was gibt's hier? Gibt's Zugochsen? Wollen wir Pferde, Zugochsen und Marmor oder wollen wir Pferdefässer und Segel? Ah, da gibt's Gewürze und Händler. Ach, das ist alles großartig. Ich bin glücklich. Wow. Ich bin gerade etwas frustriert, dass aus irgendeinem Grund Luxemburg so eine richtige militärische Hochburg ist. Meinst du, 4000 Truppen da stehen hat und du dir denkst so, ja, ich möchte da rein? Ja, aber auch noch... Ich meine, die haben auch noch drei Burgen. Also die Versteigungen sind ja random und der hat so ein Dreieck an Verteidigungsfestungen, in deren Mitte die mächtige, befestigte Stadt Luxemburg mit 4000 Mann steht. Dann geh doch lieber woanders hin. Ja, ich bin fast am überlegen, ob nicht vielleicht doch... Ich lasse euch erstmal einen Krieg führen und dann entscheide ich, ob ich das auch mache. Das Problem ist, dass ich... Ich weiß nicht ganz, wo ich mit Burgund bin, weil ich dachte eigentlich, Burgund findet Deutschland scheiße. Also meinen Lebensherrn ja auch. Aber weil Deutschland hat mich in einen Verteidigungspakt gegen Burgund eingeladen und trotzdem wird Burgund als Freund von Deutschland gelistet. Ich weiß nicht, ob die so ein bisschen schizophren alle nur sind, aber ich will natürlich nicht, dass ich jetzt Burgund angreife und dann Deutschland sagt, oh, oh, hm, unser guter Freund Burgund... Ja, beim Verteidigungspakt bin ich mir auch nicht sicher. Also ich habe auch hier super Beziehungen, ne? Aber die machen trotzdem einen Verteidigungspakt, also... Ja, ich weiß nicht, ob das... Kurze Frage, wie ist das denn, wenn du sagst hier, äh, wenn ich jetzt sage, Deutschland greife Luxemburg an, greifen die das dann für mich an? Nee, ne? Nee, nee. Dann nehmen die das ein für, weiß ich nicht wen. Ja. Wow. Warum sollten sie auch, äh... Sag doch mal, wo finde ich denn Fässer? Was sind denn Fässer? Fässer? Ein Fass? Ähm, ich weiß es gar nicht mehr. In der Holzmacherei, glaube ich. Also Holzwirtschaft. Ja, genau. Herr Luxemburg will... Verteidigen? Was ist los mit euch? Also wenn mit Rechtsklick pinnst du die Tooltipps an und dann kannst du irgendwie weitergucken. Auf Fass gehen und so. Ähm... Ähm, 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 ähm... Toolt... Wenn ich das anpinne, dann kann ich mir das anschauen. Alles klar, dann gucke ich da mal. Ich habe so viele Pop-Ups gerade gleichzeitig. Ich habe noch ein Kind, noch einen Sohn bekommen. Habt ihr auch schon zwei Söhne? Ja. Ich glaube, das ist immer so neun Monate, neun Monate, neun Monate. Ich mache mir so ein bisschen Sorgen, weil das so wirkt, als würden unsere Frauen sich absprechen. Ja, das stimmt. Es gibt aber nicht Reichsteilung in dem Spiel. Also du kannst mehrere Söhne haben. Ach! In dem Spiel sind die Herrscher schlau und haben die Primogenitur schon eingeführt. Das heißt, es wird einfach immer... Du kannst doch bestimmen, wer dein Erbe sein soll. Das habe ich schon gesehen, ja. Ah, okay. Dass ich das... Meine Berechnungen... Aber es gibt, äh, wenn man heiratet, kann es passieren, dass es da so Öffentliche Kriege gibt und sowas. Hm. Aber was? Mein König hat gerade den Super-Duper-Deal gemacht und hat mir 1700 Gold erwirtschaftet. Was? Warum macht meiner sowas nicht? Das wird in Provinzen mit tiefen Wäldern produziert. Aber ich habe doch tiefe Wälder. Ja, dann musst du da dann wiederum irgendein Produktionsgebäude bauen. Ja, mein Herr. Endlich mal. Genau. Dieses Gebäude finde ich nicht irgendwie. Also ich habe... In der unteren Reihe. Also unter diesen vier Hauptreihen sein. Runden Erweiterungen eines Gebäudes. Das sind quasi dann... Ach, das ist eine Stadterweiterung. Und da kein... Oh, ah. Ja, ich bin pleite. Ups. Mist. Ernsthaft? Ja, ich habe halt 1.300. So, das ist halt... Wie, Minus oder was? Nee, nee, Plus. Aber ich brauche 2.000, um eine Erweiterung zu bauen. Deswegen... Also... Das geht ja wieder hoch, oder? Sie kann doch freuen, wenn sie so pleite sind wie du. Hahaha. Wie viel Plus hast du denn hinter deinem... So in Grün stehen? Plus 75. Ja, guck mal. Das ist doch gut. Wo winken die Profite? Was hast du denn, Sepp? Warte. 200 gerade. Was? Was? Das ist viel besser. Ich habe gerade eine Fähigkeit geboostet, die mir nochmal plus 20 gegeben hat. Aber... Ich exportiere auch Nahrungsmittel und bekomme allein dafür schon 60 Gold. Das ist ja dreist. Das ist wild. Also das boostet gerade hier heftig. Du brauchst aber auch gut für deine Armee, ne? Also brauchst du quasi für jede Einheit kostet mindestens eine Nahrung Unterhalt. Ja, ich habe plus zwei Nahrung gerade. Ja, dann kannst du noch zwei Einheiten dir leisten. Ja. Um eine Stadt zu erobern, braucht man glaube ich, so mein Gefühl, zwei volle Armeen. Zwei volle Armeen? Also ist zumindest... So bin ich jetzt drauf. Am Anfang war ich anders drauf, aber dann habe ich richtig auf den Sack bekommen. Aber ihr könnt das ja mal ausprobieren. Was heißt denn zwei... Also ich bin jetzt gerade eine volle Armee am Bauen und dachte mir gleich so... Let's go! Ja, mach mal. Probier mal. Okay, okay, okay. Waren das Zwillinge, die ich bekommen habe? Ich glaube ja. Ich glaube, wir... Ich habe das Gefühl, wir bekommen aus Balancing-Gründen immer die gleichen Kinder. Das ist ja langweilig. Unsere Prinzessin hat eine wunderschöne Prinzessin geboren. Warte mal, ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben schon eine Prinzessin bekommen. Du hast eine Prinzessin? Ja. Boah, ich beneide dich. Ich habe drei Söhne. Aber wieso ist denn jetzt Herzogin Agnese in Österreich? Ich habe auch drei Söhne. Hat sie eine Affäre? Äh, habe ich die jetzt verkauft, meine Alte? Oder was ist hier los? Ein neues Gebäude wurde fertiggestellt. Habe ich jetzt verkauft, meine Alte? Ja, ohne Willen. Ne, das ist die Schwester vom österreichischen König. Äh, mon dieu. Gar nicht so schlimm. Egal. Alter, die eine Prinzessin ist ja insane. Die hat überall drei Sterne. Man sieht nicht genau, warum die eigentlich mögen. Ne? Ich glaube, gewisse Sachen sind einfach historisch anfangs definiert. Ja, das könnte sein, ja. Aber, äh, später ist es dann, äh, wird ja auch immer angezeigt, wenn du zum Beispiel einen von ihren Freunden angreifst, mögen sie dich nicht und so. Ähm. Ah, okay. Also zum Beispiel, dass Burgund am Anfang niemanden mag, ist glaube ich ein bisschen vordefiniert, weil es ja auch historisch ist. Also bei mir war das bei Frankreich so. Das war der eine Vasall, der immer rebellisch war. Ja. Ähm. Komm, ich starte mal mit Krieg. Komm, ich will mal voll auf die Fresse kriegen, ja. Oh mein Gott. Ey, Sepp hat auch schon 425 Punkte. Werden wir alle anderen so bei 100 rumdümpeln. Geh den ab. Komm, let's, let's try die Niederlande zu nehmen. Den mag doch eh keiner, oder? Ne, ich find das gut. Die Meinung unseres Klerus hat sich verschlechtert. Komm. Oh, der Klerus hasst mich jetzt. Deine Mutter, oh. Ja, weil du einen getreuen Katholik angegriffen hast. Ja. Boris hat sich gewarnt. Ei, Minus 6. Das war schon hart. Wie lautet euer Befehl? Warte mal, ich hätte vielleicht meinen Herrführer vorher pumpen sollen, aber ich hab irgendwie kaum Bücher, um irgendwie was zu lernen. Der Feind wird stärker, Herr. Weil du anscheinend alles in Militär und nicht in Bildung gesteckt hast. Oh, Flandern ist dem Krieg gegen uns beigetreten. Oh, das ist aber keine gute Sache. Meine Truppen warten. Die Armee zieht weiter. Ja, genau so hängt immer alles an hier. Wir müssen mal runtergehen. Okay, wir gehen wieder zurück. Alles so unkalkulierbar. 3.000 Leute. Oh, 4.000 Leute kommen allein von denen. Lass dich aber nicht von den Zahlen schrecken. Das sind am Anfang meistens so Bauernregimenter. Die sind schwächer, als sie auf der Zahl aussehen. Ein Angebot von Österreich. Ne, ich will jetzt nicht einen nicht anderes packen mit dir. Feindliche Truppen fallen in unseren Landen ein. Dammit. Wie kann ich denn jetzt hier sagen... Äh, du kannst, wenn du auf das Land gehst, kannst du eine Audienz versuchen und kannst vielleicht versuchen, um Frieden zu betteln. Ne, ich will nicht Frieden. Ich will, dass mir jetzt einer hier helft. Achso, das geht auch. Äh... Wenn das jemand machen will. Wahrscheinlich zu erschöpft, ey, dein... Ach komm, ey, wo ist denn... Fucking... Bist du reich? Wir zahlen auch übrigens auch alle immer Tribute an Deutschland, ne? Das wäre doch... Aber das wäre das mal irgendwann... Luxemburg greift mich an! Oh, da tut aber weh. Der Papst hat zum Kreuzzug aufgerufen. Ah, und der Papst kommt jetzt auch noch mit dem Kreuzzug. Oi, oi, oi. Oh, der Deutsche ist im Kreuzzug. Okay, leicht einseitig ist unser Krieg. Wir gewinnen vielleicht. Ihr wagt es! Ich mein, das ist natürlich eigentlich erstmal super. Weil das ein Krieg ist, ähm, den ich nicht erklären muss. So, jetzt gucken wir mal, ob wir das... Der hat halt nur so Bauern. Was? Ei, 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 ei. Unsere Feinde haben einen Verbündeten. Da kommen nochmal 2000 Leute? Wo haben die das denn her? Was? Frankreich hat sich Luxemburg angeschlossen? Warum? Maurice... Deutschland, hilf mir! Denn Deutschland ist zu schwach. Nein! Deutschland ist zum Kreuzzug. Alter, da kommen jetzt 6000 Leute gegen mich? Dein scheiß Ernst? Feindliche Truppen haben sich den Gegner angeschlossen. Ich hab's ja euch gewarnt. Mehrfach. Ich bin heftig am Arsch. Das hab ich auch gleich. Wenn jetzt, also wenn jetzt hier Frankreich ernsthaft kommt, hab ich ein Problem. Okay, aber wir müssen mal eben die Holländer fragen, Frieden unterzeichnen. Äh... Bieten wir da was an, Danny. 2000 Gold vielleicht. Waffenruhe. Okay, da kommt, da kommt, was ist das? Ist das... Das ist die Champagne. Jetzt kommen, jetzt kommen die ganzen französischen Vasallen. Die wollen Land? Verzeiht. Okay, ich verliere das hier auch, glaube ich. Sollen wir etwas für euch bauen? Äh... Da sind 6000 Leute gegen mich? Jetzt kommen die hier zu Hilfe, die Franzosen. Oh Gott, wie soll ich das denn? Oh Gott! Kann ich die Franzosen für mich gewinnen? Die machen mich jetzt komplett platt. Frankreich bringt all seine Vasallen mit gegen mich. Jetzt hopp. Ja. Kriegstreiber haben wir vier an der Sardine, sag ich mal. Ich hab hier 7000 Feinde und nochmal 6000 kommen hier mit rein. Na, und wenn du alle deine Bauern holst, hast du auch vielleicht 4000. Werd... Werd komplett platt gewalzt. Okay, ja, ich werd auch grad Platz gewalzt. 5000 Leute haben gerade meine Armee ripped. Ja, dann habt ihr vielleicht gleich euren ersten Schuss. Also ich hab jetzt gleich Fässer und dann handel ich mit Salz, weil das gibt Geld. Ja. Dieser Humbug mit Krieg führen und andere Menschen erschlagen, da sind wir nicht Teil davon. Nein, 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 nein. Ich dachte mir, ich kann vielleicht noch einen Verteidigungspakt gegen Frankreich, aber das Königreich zerstört. Okay, das Finnenreich. Ne, ich noch nicht. Okay, also ähm... Hm, blöd gelaufen. Die haben mich richtig weggerödelt. Ja, Frankreich, wie wär's? Können wir nicht irgendwie reden? Waffenruhe? Ne, machen sie nicht. Sonderfrieden unterzeichnen. Tribut anbieten. 2000 Gold? 2000 Gold, komm. Also bitte Herzog Matthias, wir haben nicht einmal unsere neuen Schwerter an den Köpfen eurer Soldaten ausprobieren können. Jetzt ist das Angebot nicht genug. Hm. Wer mag uns denn so? Die Welt steht euch zur Verfügung. Deutschland, Flandern mag uns doch eigentlich. Warum Sonderfrieden unterzeichnen? Oh, warte mal. Die haben bei mir auch keinen Bock. Äh... Was? Die Flandern, die sagen, fick dich? Das gibt's ja nicht. Ja, bei mir auch. Sie sagen, ist doch total schwach, dass ich Kapitulation schon vor der ersten Schlacht anbiete. Ähm... Ich glaub, ich werd tatsächlich einfach weggemacht. Dafür haben wir alle drei. Drei Leben. Das gibt's doch nicht. Das ist... Sie haben auch mein... 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 General einfach getötet. Unsere Gegner haben Verstärkung erhalten? Was? Jetzt plündern die einfach meine ganzen geilen Sachen hier. Was? Jetzt haben wir noch mehr Gegner dem Feind. Ne, also... Das ist ja schlimm. Steinweig. Steinweig. Also... Du als mein Handelspartner kannst da mich doch unterstützen, oder? Inwiefern? Äh... Indem du mich vielleicht verteidigen könntest, zumindest. Ja, aber dazu müsste ich Krieg erklären. Und du weißt, was das für Auswirkungen ist. Nein, du musst dich Krieg erklären, du musst mir nur helfen. Das ist ja ein Unterschied, oder? Ich... Ich weiß nicht. Ich kann ja mal meine kleine Armee... Krieg unterstützen. Guck mal. Ja, also die plündern jetzt hier mein ganzes Land. Ähm... Das ist hart. Ja, mit... Kann man... Mit wem bist du jetzt im Krieg? Ja, eigentlich mit Holland. Aber Holland macht nichts. Die blöden Flandern, die schicken die ganze Zeit Truppen. Und das verstehe ich leider nicht so gut. Und wie viele Gruppen hast du noch? Ich habe jetzt... Ich baue jetzt mir noch eine Bauernarmee wieder auf, aber... Ja, ich könnte auch noch eine Bauernarmee machen, aber ich glaube, es wäre verschwenden Liebesmühel. Äh... Wo bekomme ich denn Ritterpunkte her? Frankreich, warum? Ich habe dir nie was getan! Helft mir, Herr! Ja... Also... Ja... Grundsätzlich... Ich habe... Also ich habe halt wirklich Schiss vor diesem Spiel und... Vor allem vor diesem Krieg... Vorher haben sie gesagt, Frieden ist jetzt noch zu früh. Wir haben doch gar nicht gekämpft. Und jetzt sagen sie, euer Angebot kommt etwas spät. Hättet ihr vor dem Krieg mal drüber nachdenken sollen. Ihr Sackgesichter! Ich habe eine Verständnisfrage. Ähm... Habt ihr kurz einen Kopf für mich? Ja... Ich kann eh nichts machen, außer hier der Plünderung zuzuschauen. Ja gut, dann ist ja nicht so schlimm. Ähm... Also... Entschuldigung. Ähm... Ich baue ja diese Gebäude in meine Städte rein. Und ich habe dann diese kleinen Unterreiter mit den Spezialisierungen. Kann ich theoretisch gesehen all diese Spezialisierungen bauen? Oder muss ich mich entscheiden für eine maximale Anzahl und muss sonst ein neues Hauptgebäude errichten? Äh, ne. In die Spezialisierung kannst du alle bauen. Okay, das heißt, ich kann eine Kirche bauen und kann dann Waisenhäuser, Schulen, Bibliotheken... und Tintenmacher bauen. Genau. Das Wichtige ist, die Spezialisierung baust du reichsweit. Das heißt, wenn du in einer anderen Provinz auch eine Kirche hast, dann zählen die dafür auch mit. Ja. Allerdings, ähm, für die Hauptgebäude hast du eben begrenzte Slots. Das hast du ja schon gesehen. Ähm, aber die Spezialisierungen gehen alle. Achso, das heißt, die stacken sich über quasi nationenweit. Ja, genau. Aber es macht für den Anfang wahrscheinlich trotzdem keinen Sinn, zwei Kirchen zu bauen. Sondern eher zu sagen, okay, ich baue eine Kirche und so. Also ich hab zum Beispiel jetzt in beiden Städten Märkte und hab den voll ausgebaut. Dadurch profitiere ich jetzt komplett in zwei Städten von den ganzen Effekten. Okay, ja cool. Ja, ich hab nur einen Marktplatz bis jetzt, aber den baue ich den auch noch aus. Aber ich wollte halt zuerst, ich wollte diesen, diesen Salzhandel bauen, diesen, der da empfohlen wurde. Und da hänge ich jetzt voll drinnen, weil ich brauche erst Fässer. Und Fässer brauchen Sägemühlen und dann Fassbinder und Holzverarbeitung. Es ist, es fühlt sich wirklich an, als würde man puzzeln. Es ist cool. Oh Steinwallen, wir hätten sogar einen weiteren Supporter in unserem Krieg. Wen denn? Die Champagne kommt auch zu Hilfe. Die Champagne ist grad bei mir und plündert mich. Scheiß auf die Champagne. Hä, die haben mir angeboten gegen Geld, kommen sie zu mir. Was sind das denn für Räudige? Ja schön. Mein Schwert gehört euch, Majestät. Die jetzt nicht zu mir kommen. Das ist alles ein Problem. Niemand will mehr... Wie sieht's denn mit Schwaben aus? Ah Steinwallen, es wären nur 1000 Leute, die ich bräuchte. Ich muss mir jetzt mal deinen Zahlen sagen. Also wenn's realistisch ist, dann helfe ich dir. Ich hab 2000 Leute und der hat 5000 Leute. Und ich hab 1700. Eine unserer Siedlungen wird geplündert. Majestät. Unsere Gegner haben Verstärkung. Niemand will mir helfen. Ich kann dir nicht helfen. Wieso kommen die nicht einfach zu mir? Sie haben mir gesagt, sie kommt zu mir. Die Penis. Du bist jetzt auch angegriffen Steinwallen. Damit hat sich das erledigt. Wieso? Wieso bist du denn jetzt angegriffen? Ja, ich weiß es nicht. Hä? Du sollst doch mir helfen. Scheiß die Wand an. Ich muss schnell in die Stadt. Nein. Wie kann ich, wie kann ich eigentlich diese Ritterpunkte generieren für meine Stadtbefestigung zum Upgrade oder so? Unsere Königin hat eine wunderschöne Prinzessin geboren. Ja, du kriegst halt diese Einnahmen über Burgen und Kasernen. Jetzt kommt Burgund auch noch an bei mir. Leute, ich bin doch schon am Boden. Aber wieso kommen die jetzt nicht zu mir? Ich verstehe es nicht. Das frage ich mich auch, mein guter Sepp. Das frage ich mich auch. Wieso kann ich denn jetzt nicht sagen, Audienz, Frieden unter Zeichen. Jetzt komm, mach doch mal. Ja, so. Jetzt bin ich auch am Arsch. Hä? Das hat unser Angebot abgelehnt. Das ist jetzt aber auch... Oh, Mist. Jetzt ist bei mir irgendwas untergefallen. Ich brauche jetzt trotzdem mal hier den Marktplatz irgendwie aus und so. Ähm... Ja, klar. Das ist, finde ich, ähm... Die sind jetzt auch ein bisschen wieder abgezogen. Das war jetzt irgendwie, ähm, haben die mich ins Hintertürchen... Ah, hier sind Söldner, sehe ich gerade. Moment, was heißt denn das, Sepp? Du warst doch der Einzige, der seinen Krieg immerhin selbst vom Zaun gebrochen hat. Ja, aber ich habe den Krieg gegen anderen geführt und auf einmal kommt der starke Nachbar, mit dem ich eigentlich auch sehr gut kann, der dachte sich, ach nee, doch nicht. So. War jetzt schwieriger. Ich habe übrigens gerade die herzloseste Option im Spiel entdeckt. Das ist so geil. Wenn dein Marschall stirbt, dann hast du noch ausgegraut sein Fenster in diesen Slots. Und wenn du dann einen neuen haben willst und den Platz freimachen, kannst du draufklicken und die Schaltfläche vergessen anklicken. Marschall Hervig vergessen und seinen Platz am Königlichen Hof freimachen. Geil. Ja. Ähm. Also sie wollen aber auch nicht dann irgendwie mir die Möglichkeit geben, mich da zu revanchieren und aufzugeben. Aber wieso kommen die anderen Doofis, die mir gesagt haben, sie kommen, kommen sie nicht? Jetzt kommt auch noch Brandenburg in den Krieg. Und das ist das, was ich meine. Wenn du einmal am Arsch bist, dann bist du so richtig am Arsch. Ja. Ja. Dann kommen alle. Ja. Das, ähm. Nein, warte mal. Nein, ich bin jetzt Toulouse und Deutschland gejoint. Was bist du? Ich dachte, die wollten mir helfen. Wie, du bist zu Deutschland gejoint? Oh nein, Deutschland hat Krieg gegen Toulouse und die haben gesagt, hey, ich könnte Hilfe gebrauchen. Ich dachte, die bieten mir ihre Hilfe an. Och nö Oh, Frankreich hat jetzt Krieg gegen Flanderen Oh, die können mich jetzt nicht mehr plündern Wie lange dauert das bis die, das regeneriert automatisch Ja, aber dauert eine Weile Das ist nicht so schlimm Ja, also meine Hauptstadt wird jetzt gerade belagert Also wenn ich mein Feldmorschal aufgebe, was passiert dann? Was hast du da gemacht, Maurice? Dann ist der einfach weg, dann kannst du einen neuen anheuern Okay, wenn das keine negativen Sachen Meinung des Adels minus drei Okay, danke schön für diesen besonders guten Tipp Ich möchte an dieser Stelle einmal die frohe Kundschaft erzählen dass mein kleiner Man sollte über den Prinz nicht als kleiner reden, ne? Mein talentierter und unfassbar fähiger Sohn Prinz Rimbert ist erfolgreich verlobt worden mit Prinzessin Malgorzata die älteste Prinzessin aus Böhmen Schön für dich Weißt du, dass Böhmen gerade Steinwallen angreift? Oh Was für meine Es sind ungefähr 10.000 Männer in meinem Land Was? Dann war das richtig mit Deinem Schatten des Böhmen-Steines Gut Was? Ich weiß nicht so richtig Wie ich dagegen angehen kann Deutschland will auch weiterhin nicht Frankreich angreifen für mich? Ne, Deutschland will gar nichts machen Die haben selber Krieg Das können die nicht Wer könnte denn Frankreich Aber krass Frankreich ist klar Heftig mit Flandern im Krieg Und Deutschland ist gerade auch In Brü Ne, ne Hier die anderen Die mir helfen Die sind gerade in Brügge unterwegs Ja moin Englert findet mich auch scheiße Mit dem erbärmlichen Herzog von Lothringen Würden wir niemals Geschäfte machen Ich muss halt sagen Ich hatte einen Five-Head-Moment Ich hatte nämlich vor 5 Minuten Die Möglichkeit Meinen Anspruch auf Böhmen Durchsetzen zu wollen Weil meine Frau die Tochter des Königs ist Und hätte quasi verlangen können Von Böhmen mir den Thron zu überlassen Und sonst mit ihr den Krieg anzufangen Und ich dachte mir Nein, nein Böhmen Das klingt gruselig Das mache ich nicht Ich biete ihm stattdessen eine Ehe an Und ich bin gerade einfach nur glücklich Dass ich abgelehnt habe Ich würde Ich versuche gerade auch Ich habe keine Töchter Ich glaube das ist ein Problem Ich würde gerade Ich habe 4 Söhne Ich würde gerne Irgendwie Halt Meine Einnahmen gehen auch so krass runter Irgendeinen Sieg Also irgendeinen Verbündeten Muss ich gewinnen Aber Das ist schwierig Aber nicht mal England Will mich gegen Frankreich unterstützen Blöde Frage Wie bekomme ich Diese Belagerungswerkstätte Wie bekomme ich die Belagerungswaffen Äh Jetzt will der Papst Und auch irgendwie Deutschland Äh Ne Du kannst Als Unterstützungsding Das ist über den Truppen Vorratswagen und sowas Jo Genau Und da kannst du auch Belagerungswaffen kaufen Ah Ramborg Katapult Ah Jetzt will Toulouse Dass ich Deutschland angreife Sag mal wie blöd seid ihr denn alle Wow Ja ähm Ich habe glaube ich nicht wirklich Irgendwelche Optionen Hier äh Gegen Frankreich Was zu tun Aber Frankreich greift dich an Und Flandern Krass Ja ich meine Frankreich ist ja groß Und ich glaube Erstmal mich Ehrlich gesagt Äh Jetzt marschiert hier Deutschland Noch demonstrativ Durch mein Land Mit einer Armee An der Belagerung vorbei Die meine Männer Gerade heldenhaft Erdulden Ähm Ich seh's Alter 8000 Leute Sind in deiner Stadt Das ist so schlimm Jetzt kommt ihr mit einer weiteren Truppe Ach du Quacke Vor allem durch die ganzen Plünderungen Äh Kriegt man auch kein Einkommen mehr Wenn das Ja Deutschland Ich schlag jetzt hier mal ne Schlacht Aber Wenn die anderen kommen Bin ich im Eimer Krass Alter Ist das heftig Ey das ist aber wild Also da hatte ich ja noch Glück Wir haben einen Rufgandel geschlossen Nice Wir haben richtig Kohle gescheffelt Insane So jetzt hab ich Deutschland dazu gekriegt Frankreich anzugreifen Ich musste 2400 geben Äh Krass Das ist äh Ich bin jetzt glaube ich Aber auch in Irgendwie Nem Ich unterstütze jetzt Deutschland Gegen Böhmen dafür auch Aber das muss ja nicht Endlich zu Hause Ist halt ein Papierkrieg Ähm Jetzt Deutschland Jetzt mach halt aber auch was Ich seh dich da wegziehen Du sollst jetzt Frankreich angreifen Ich hab dir 2400 gegeben Also bei mir Hat das auch nicht geklappt Dass die da was machen Ich will dir jetzt nicht zu viel Hoffnung nehmen Aber Bedroht unser Land Ich schlag zumindest jetzt mal ne Schlacht Ja schön für dich Hab ich vorher auch gemacht Hab ich verloren König Der König von Frankreich Persönlich beleidigt Belagert grad meine Stadt Und ich glaube er hat sie auch gleich Verdammt Ich hab ne Rebellion Wo kommt die denn jetzt her Ey Wer kämpft jetzt gegen Böhmen Die Böhmen sind abgezogen Oh mein Gott Deutschland kämpft gegen Ne Kämpft mit Böhmen glaube ich Mit Oh ich dachte Wir kriegen jetzt Hilfe Warte mal Was ist hier los in Böhmen Böhmen Feinde Meist Deutschland Und Utring Auch gegen Böhmen Was soll der Mist denn jetzt Uns hat eine diplomatische Botschaft erreicht Jetzt haben wir eigene Rebellen Bei uns im Land Weil wir minus 12 Stabilität Im Königreich haben Insane Das ist in dem Krieg Ja Und meine Unsere Grunautorität Kann es nicht fassen So ein Ein Provinzler Macht hier eben mal 5000 Dann sind wir da So Derweil wurde übrigens Venedig exkommuniziert Ach so Kämpft nicht Ehre Jetzt müssen wir nur noch Wieder zurück Nach Meißen kommen Bitte Schneller 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 Brecht ihren Widerstand Okay also diese eine Armee Das könnte man aber vielleicht sogar schaffen Scheiße Wenn jetzt hier Einen guten Marschall anheuere Oh nein Eine Verbesserung wurde abgeschlossen Herr Ein neuer Papst Steht der katholischen Kirche vor Neuer Papst Mega Der Papst ist tot Lang lebe der Papst Können wir hier aus der Schlacht Das gibt es doch gar nicht Das ist ja insane doof hier alles So ich sammle jetzt hier mal meine Bauern In Straßburg Was? Einberufung Ich reile das einfach nicht Wie das funktioniert Jetzt bieten mir die Polen Nicht Angriffspakt an Kann man sich aus Schlachten zurückziehen? Ja Dann kriegst du aber massive Verluste Ja Du kannst die weiße Flagge drücken Aus Schlacht zurückziehen Wenn du auf die Schlacht gehst Dann ist da so eine weiße Flagge Unser Allianzführer hat mit den Feinden Frieden geschlossen Und der Krieg ist vorbei Krieg gegen Toulouse ist beendet Mega Freut mich, dass ich helfen konnte Deutschland 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 kommt Vielleicht Nee, kommt nicht Ich dachte der geht Der geht Nee, die gehen beide runter Ihr Schweine Ihr Kameradenschweine Mein Gott war das Gefangenen genommen Und die ganze Armee ist erledigt worden Durchschnittliche Flucht Toll Wie ihr wünscht Oh mein Gott Ich brauch einen neuen Marschall Ja Für alle, die sich fragen Das Kampfsystem hat auch einen ATS-Modus Aber nicht im Multiplayer Flandern wird jetzt richtig gerippt Die Franzosen Furchen da einmal durch I like Ja, die Franzosen haben jetzt ein bisschen Probleme allmählich auch Weil die haben jetzt ihren Flandernkrieg Und sie kämpfen jetzt auch gegen Deutschland Also vielleicht mal schauen Ähm, ich Versuche derweil Was macht der Luxemburg da für eine krasse Ach, die haben ja auch eine Rebellion oder was? Nee, die haben halt einfach eine Die kämpfen ja gegen mich Ah, weil die dann noch 5000 Leute Irgendwie stationieren gerade Die Schweine Ich weiß auch nicht Ich werde jetzt versuchen Hier zu Hilfe zu eilen Meinen Männern Wartet mal Oder können wir noch Diese Verbesserung hier mit reintun Nee, kostet 500 Truppenwährung Kommt Wieso kann ich den Katapult nicht kaufen? Hier gemeinsam diese Belagerung Eine Rebellion jetzt noch Hatte ich gerade auch Mega gut, ey Alles beim Thema So, jetzt habe ich hier eine ausgeglichene Schlacht gegen Luxemburg Wenn ich die gewinne Wird's gut Wenn ich die verliere Ist es ein Problem Ähm Ich habe immerhin meine Burg Ich habe eigentlich bessere Truppen, glaube ich Eigentlich finde ich auch mal gut Mal schauen Ja, die Truppen machen sich kampfbereit Derweil geht Deutschland hier so ein bisschen durch Frankreich durch Das finde ich gut Ihr schäbigen Franzosen Ey So, wer gehen wir jetzt endlich Das müsst ihr gewinnen, Leute Ei, ei, ei Die nehmen aber auch kein Geld Was ist eure Belagungsfähigkeit, Alter? Ich habe mal meinen General noch aufgelevelt Oh Gott, wir verlieren das Warum? Ach, weil der andere General ist ein 15-Punkte-General Der Graf von Luxemburg Der ist super gut 5% Jawohl Ich kann auch nicht mehr tun, als dem halt meine Truppen reinzuwerfen Deutschland macht derweil Frankreich platt Wenn ich ihn vielleicht ein bisschen zumindest Verlangsame Vielleicht kommen jetzt die Deutschen auch gleich Und helfen wir noch gegen Luxemburg Sieht man, wie stark Die gegnerische Verteidigung da ist? Sieht man das irgendwo dran? In der Stadt? Hallo Das ist echt schlimm Ich habe ganz kurz pausiert Wer von euch ist jetzt alles mit Deutschland gerade im Krieg? Nee, ich nicht Deutschland niemand Wir sind alle für Deutschland Also wir versuchen eher Deutschland auszunutzen Dass es unsere Kriege für uns rettet Aber Deutschland war nicht sehr vertrauenswürdig, right? Bislang weniger Jetzt habe ich ein bisschen Geld sie mal in meinen Krieg bekommen Ach so, weil die bitten mich gerade, dass ich mich ihrem Krieg anschließe Gegen wen? Ähm Um eine Chance zu haben, Frankreich zu besiegen Ja, mach da auf jeden Fall mit Ach cool Was habe ich denn davon? Ja nichts Gar nichts Aber ich habe da was von Krieg Nee, ich will keinen Krieg Okay, dann können wir wieder Sorry, ich wollte nur einmal sicher gehen Bevor ich aus Versehen euch irgendwie ins Ich finde das nicht gut Schöpfchen oder so haue So, ich Ich hoffe einfach Du hast aber, Steinwein, Erfurt hast aber Stabilität gerade nicht so am Start, ne? Nee Deswegen ja auch eine Rappelion Das soll ich machen Sag mal, Maurice Ja? Warum heißt du denn Null Punkte? Weil mir meine Hauptstadt geraubt wurde von der luxemburgisch-französischen Invasion Das ist ja unangenehm Ja, aber ich muss sagen, ich bin der Einzige, der... Ihr habt ja selber angegriffen, aber ich... Nee, ich nicht Luxemburg hat mich angegriffen und dann hat sich ganz Frankreich dem angeschlossen Stimmt Ich bin bereit, wenn ihr darauf besteht Wer jetzt auch wieder die Schuld auf mich schiebt, ey Aber wir haben jetzt Luxemburg ein bisschen geschwächt immerhin Deutschland macht jetzt hier ein bisschen Frankreich platt Das finde ich ganz gut Ähm Scheiße, kann ich die zusammennehmen? Ah, der hat ja mehr Leute Wieso hat der so einen krassen General? Ah, die Holländer Ja, ich verstehe auch nicht, warum der Herzog von Luxemburg so ein... Warum hat der 15 Sterne? Ah, lauf schneller! Ja, wir haben schon wieder Graf Regina ist heldenhaft gefallen im Kampf Pech aber auch Lauf! So, jetzt müssen mal die Deutschen uns noch ein bisschen mehr helfen Zurück zur Burg Ja, bin ich auch der Meinung Was ist das da oben? Ist das nochmal... Hat Luxemburg zwei Armeen? Wie kann Luxemburg zwei Armeen haben? Ihr habt eine Stadt Als ob ihr mich jetzt verfolgt, die Wurst Der Holländer rennt einfach mit seiner Armee mir hinterher Wie gut ist das denn? Ja, das machen die Das ist alles ein Problem hier, Leute Von hinten raus Und greift seine Heimat an Oh mein Gott Ist das gut Das ist ja Comedy-Pur hier Jetzt greifen die Rebellen Böhmen an Das finde ich gut Ey, Seb, du machst ja auch richtig Geld, sehe ich, ne? Ja, ja, das ist von plus 200 Also easy game Wo kommt denn das her? Keine Ahnung Das ist derweil Hier ist das echt ein Problem Also ich habe halt Einen ganz guten Äh Typ um halt, ne? Ja, mein Herzog ist gestorben Er war so gut Oh, jetzt lässt er ab Jetzt hat er gerallt Dass ich bei ihm einen Einfalle Was hat er denn jetzt? Also irgendwie hat Deutschland jetzt hier eine Burg von Frankreich zurückerobert Aber ist nicht geneigt Vielleicht noch die Stadt auch zurück zu Oder mir gegen Luxemburg zu helfen Er hat ein Zwölfer General Scheiße Der Papst hat die Ketzer exkommuniziert Ja, wirklich Frankreich exkommuniziert Oh, was? Ja Ihr schäbigen Ketzer Ich bin der Größte aller Katholiken Und ihr greift mich an Deswegen Im Vatikan trinken sie immer Lothringer Wein Und sind jetzt ganz empört Dass die Versorgung eingestellt wurde Ähm Jetzt doch Jetzt krieg ich doch sicher noch Leute hier dagegen Komm Wer hat noch Bock Frankreich anzugreifen Ich bin bereit Oder vielleicht hier Schwaben Okay, also Wo bleibt eigentlich mein Verbündeter? Ah, da kommt er Da kommt er Ja, kommst du her? Hilfst du mir? Ich hätte auch gerne einen Verbündeten Wenn ihr darauf besteht Ich hab dafür 2000 ausgegeben Der kann ja wohl mal irgendwas tun hier Scheiße, ich bin am Arsch Ich bin richtig fett am Arsch Was? Warum? Grad klangst du doch noch so gut Oh nein 5000 Truppen gegen 3000 Das ist Ich muss es hier wissen Weil meine Scheiße Das Schwierige ist ja Man kann ja nicht endlos Truppen regenerieren Man braucht ja Bevölkerung dafür Äh Und übrigens Leute Weil ihr die Söldner sagt Die kosten 700 bis 2000 Für einen Trupp Da kann ich mir gar nichts holen Äh Irgendwer müsste jetzt noch Luxemburg angreifen Was sind die Feinde von Luxemburg? Ähm Also außer mir Ähm Flandern Und Schwaben Flandern ist mit mir im Krieg Die können dir nicht helfen Und Flandern ist quasi tot Miss Ja wahrscheinlich auch von Luxemburg Luxemburg ist hier der Irgendwie der Oberbabu Hab ich das Gefühl Ja, ja Warum ist Luxemburg so stark? Ich mein derweil hat Also Frankreich hat glaube ich Ganz gut Ähm Auf die Fresse bekommen Für diesen Krieg Auch durch die Exkommunikation Äh Mal gucken Was jetzt Deutschland hier Die kommen wieder an Die werden wahrscheinlich wieder Nach Frankreich ziehen Ähm Ich müsste halt wirklich Irgendwie Majestät Wir haben eine Verbesserung Abgeschlossen Mit den Schwaben Irgendwas machen Die Leute kriegen würde Na Und die mir helfen würden Im Krieg Dann hätte ich gewonnen Aber das tun die leider nicht Weil die doof sind Weil die Schwaben Sind sie sogar schon im Krieg Gegen Frankreich Und gegen die Champagne Aber nicht gegen Luxemburg Sechs Ähm Kerzenmacher Oh Ja Wen könnte ich noch Gegen Luxemburg Hetzen Also Das ist auf jeden Fall Eine wilde Sache Die hier passiert Muss ich ganz ehrlich sagen Leute Meine Rede Ja Wie läuft es denn bei dir Steinwald Ähm Naja Also die Böhmen Sind Gott sei Dank Mit irgendjemand anders Beschäftigt Sind wieder abgezogen Dann habe ich noch Eine Rebellion Da habe ich gerade Polen Da redet Dass sie mir helfen Und jetzt habe ich nur noch Brandenburg Die mit 6000 Mann Da rumlaufen Ist ja quasi gar nichts Ah nice Cool Die Adeligen Haben jetzt Deutschland Die Treue geschworen Und nicht mehr mir Mega Das ist eine gute Strategie Ach die Rebellen Greifen mir jetzt Meißen an Wird gemacht Oh Aber Die Polen Helfen mir jetzt Oh wie geil Das klappt aber gut Irgendwie Also Ja Ist schon auch Irgendwie cool Wenn gleich mal wieder Einem Bett schlafen Wenn so Hilfe kommt Find ich gut Bin ich nicht schlecht Belagerungsausbruch In Mais Ich kann die nicht heilen Aber sie können Der Feind will ein Holland bietet Frieden an Muss ich nachdenken Mein Herr Wie ihr wünscht Ich probiere hier mal Ein bisschen Baut jetzt Zwei Kaserne Ne Das sind meine Typen Und aufgerüstet Brandenburg wird das büßen Unser Krieg Ist vorbei Los geht's Holland Ihr seid Ihr seid cool Holland ist cool Holland ist cool Holland ist zu stark Leider Ich hab jetzt Frieden Mit Holland Aber Viel besser Die blöden Pflahnerin Leider will Holland Nicht Den haben wir jetzt Krieg erklärt Jetzt gibt's auch die Fresse Hier Ich will jetzt Irgendwer muss Guten hier Würde echt gern mal Irgendwie Wen verheiraten Also dass ich mir Verbündete machen kann So Gimmt Heirat ist noch ne Idee Ach Heirat Ich hab Böhmen Das hat gut funktioniert Mit Böhmen Das hat sich angeboten Wie Du hast Böhmen erobert? Nein Ich bin reingeheiratet In Böhmen Mein ältester Sohn Ist mit der Tochter Das Böhmen Gut verheiratet Guck mal Pia hat das gespielt So wie man das Spiel Eigentlich spielt Und nicht nur auf Krieg Und so Ich hab ja keine Töchter Ich kann niemanden verheiraten Also ich hab auch keine Töchter Ich hab mir seine Tochter geholt Ja Aber man muss an der Stelle sagen Ich hab irgendwie das Gefühl Ich bin die Einzige Die das was Steinwein gesagt hat Sich zu Herzen genommen hat Weil Steinwein meinte noch Er hat Angst vor dem Spiel Passt auf vor dem Krieg Eine halbe Stunde später Führen alle Krieg Außer ich Ich wollte ja keinen Krieg Die haben mich einfach angegriffen Die Verbesserung wurde abgeschlossen Majestät Wo hast du denn Eine Hochzeit Irgendwie vorgeschlagen Ich kann das irgendwie Gar nicht machen Manchmal ist Diplomatie Der beste Weg Äh du musst die Du musst unter Diplomatie gehen Mit einem Diplomaten Oder Nee nee du gehst quasi Du klickst den an Und dann gehst du unter Also du kannst quasi das Du gehst unter deinem 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 Wo ist das Äh Wo hatten wir das Nicht königliche Familien Sondern da wo dein Diplomatie Fenster ist Mhm Wenn du ein anderes Land quasi anklickst Für deine Freundschaften und so weiter Und unter Warte ich hab Ich muss grad ganz kurz Ich hab 30.000 Dinge Die gerade Ich seh da immer nur diesen ausgegrauten Heiratsbutton Dann hat er keine Kinder Mit denen du's verheiraten kannst Naja obwohl ich eigentlich Vier Söhne habe Vier stramme Söhne Wie kann ich diese Söldner jetzt kaufen Sehr schlimm Und dann siehst du Diese Einheitentypen Und jeder kostet irgendwie Geld Das sind Musst du gucken ob du genug Geld hast Oh mein Gott Das ist ja sau teuer Ja die sind mega teuer Was ist das denn für Was sind das denn für Preise Mondpreise Wollen wir Armee Leute Wow Brauchen wir Armee Wir brauchen diese verdammten Soldaten Diese Manpower-Prinnte Es geht bald Ja ja die hab ich auch kaum Das ist tatsächlich grad voll das Problem Ich weiß also Wo kommt man Wo kommt man die denn her Aus Burgen Also in deiner Region Ich glaub die Kaserne hat ein Gebiet Ein Gebäude was die produzieren kann Welches denn Die Stadtwache glaube ich Plus zwei Aber sind das nicht Verteidigung Plus zwei Verteidigung in der Stadt Weil die sehen anders aus Die Kann sein Anderes Stadtwachen sind Ah ja Einfach Verteidigungseinheiten Wenn du belagert wirst Ist auch nicht schlecht Das mach ich auch mal gerade Weil ich hab ja nur noch diese Stadt Ich hab schon wieder Rebellen ey Muss wieder bei Polen betteln Okay jetzt kommt Deutschland tatsächlich an Und will sich Nancy holen Die Frage ist Ist das dann Krieg ich das dann zurück Nee das ist äh Mein König ist übrigens auch gestorben jetzt Nein Ja meiner sieht auch aus Als würde er bald sterben Ich hab ich Ich hab eine Loyalisten Rebellion Ich glaub die wird jetzt gleich platt gemacht Hier 2400 Lothringer Loyalisten Haben sich erhoben Oh mein Gott Will ich auch haben Das äh ist ja fantastisch Das äh Immerhin Ja Wenn die jetzt gegen Frankreich kämpfen Will ich gemeinsam mit ihnen Das geht nicht Komm Deutschland Du musst jetzt noch diese Armee Wenn Deutschland jetzt noch diese Armee platt machen würde Äh Aber dafür ist Deutschland nicht verlässlich genug Ich hab ne blöde Frage Bei den Gebäuden Wenn ich den Marktplatz in zwei Städten baue Finde ja Auf beiden Gesynkt Also wenn ich mir ein was baue Dann baut der in dem anderen das auch Ja ja Aber es kostet nur eins Okay Luxemburg hat ne zweite Armee Da kann ich nichts gegen machen Ach das sind sind das Wurzmann Ich dachte ich krieg die erste grad noch irgendwie Ja ja weil es deckt dann Du hast dann quasi Es zählt dann wie doppelt Aber ich hab grad auch so ein bisschen die Problematik Ich hab meinen Marktplatz auch ausgebaut Und mir fehlt jetzt von meinem Handelsvolumen Fehlt mir ein Säckchen Genau Und ich finde nichts mehr Was ich bauen kann Für noch ein Säckchen Du kannst auch deine Leute verbessern Manchmal gibt's da auch Säckchen Über Bücherpunkte So Leute Kriegen wir möglichst hier die Beladenung von Straßburg Das kann ich leider nicht tun Ich weiß nicht mehr was ich tun soll Ah und jetzt könnte ich den aber hier in die Stadt setzen Dass ich den quasi Zufriedenheit Zufriedenheit Nein jetzt kommt hier Frankreich mit einer zweiten Armee Um mal eine schöne Loyalistenrebellion Platz zu machen Das ist nicht gut Jetzt hab ich noch weniger Handelsdiener Die hätten das sonst geschafft Aber weil Deutschland nicht hilft Leute Doch Deutschland hilft Da kommt Deutschland Deutschland tu was Nein es ist eine Rebellion in Köln Was ist das denn jetzt für eine Scheiße Nein die Rebellen Sie werden Es waren treue Lothringer Es waren treue Lothringer Es ist so wild Jetzt rebellieren meine eigenen Leute in Köln Und greifen mich selber an Dass ich im Krieg bin Ach komm Kann ich nicht hier Kann ich nicht irgendwas machen Ich muss doch irgendwas tun können Deutschland tu was Aber ich glaube wir kriegen Wir hauen hier die Luxemburger Armee Ganz gut in der Belagerung weg Das ist immerhin etwas Jetzt haben die leider Meine tollen Loyalisten weggehauen Jetzt erobert Deutschland Die Stadt die mal mir Oh jetzt kommt es hier richtig glaube ich Zur Schlacht zwischen Fragen Das scheppert jetzt richtig Wir haben eine diplomatische Botschaft Ne Deutschland zieht ab Deutschland hat jetzt die Stadt Die Stadt die mir mal gehört hat erobert Danke Deutschland Für deine gute Kameradschaft Aber die sind immer noch Lothringen gegenüber treu Die werden sich wieder erheben Lothringen ist nicht klein zu kriegen Und derweil die Garnison von Straßburg Zerschmettert die Luxemburger Angreifer an den Mauern Ich sag's euch Das ist alles erbärmlich Nein Das wendet sich zur Glorie Steinfallen Langsam aber sicher Okay Also Oder Sie wendet immer mehr Was addiert die Lage Die Lage wendet sich leider nicht zur Glorie Ich biete jetzt mal nochmal Gold an Lass mal Oh ich seh gerade Was sind das für Rebellen Ja das sind Erfurter Rebellen Und auf der anderen Seite wird Wird Meißen Eine neue Verbesserung wurde abgeschlossen Ja Und die Deutschen stehen einfach rum Ich seh es Die haben gar keinen Bock Ne Ähm Okay Sepp wie ist bei dir Was 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 ist los Hast du noch Krieg Ich hab gerade noch Krieg gegen Flaneren Und nehme gleich hoffentlich meine erste Stadt ein Während ich gleichzeitig meinen Rebellenaufstand in Köln Niederringer Ja Geil Ich find's faszinierend Wie hier Jawohl Was Was sagst du Jawohl Böhm hat Frieden unterschrieben Und deswegen muss Brandenburg abziehen Ich lach mich tot Was sind das eigentlich für Dudes Wie denn Britannien brödelt hier einfach durch mit 6000 Leuten Das ist ja wild Wo wegen wen kämpfen die Oh mein Gott Es hat sich noch selten was so erleichtert angefühlt In diesem Moment Jetzt kann ich unsere Ausgaben optimieren Jetzt müssen wir nur noch die Rebellen besiegen Verzeiht Das geht nicht Eieieieieiei Jetzt versteigt es ohne Verteidigung Okay also Deutschland hat Frankreich jetzt bezwungen Aber leider auch meine ehemalige Hauptstadt eingenommen Ähm Mega Das klingt so dumm Aber langfristig wird es hier gewiss wieder Lothringer Rebellen geben Die Die gerechte Sache vorantreiben Hoffe ich Warum ist denn da jetzt eine Nami von uns aufgetaucht? In Straßburg bluten die Luxemburger Langsam aber sicher Das dauert zwar Aber ich glaube auch ihre Nahrungsmittel gehen runter Bevor meine runtergehen Ähm Baron Zobeslaus von Luxemburg Ich glaube das war nicht die beste Idee die du je hattest Wenn ich jetzt noch die Deutschen irgendwie dazu kriegen könnte Luxemburg anzugreifen Das wäre das geilste Äh Luxemburg ist hart Luxemburg ist auch wieder komplett voll ne Also die können auch wieder direkt rekrutieren und so Ich verstehe das auch nicht So ich baue jetzt erstmal eine mega Armee auf Also das will ich nicht normal erleben Ich mach jetzt nichts anderes Im Chat wird gefragt ob es keine Echtzeitschlachten gibt Doch Aber wir spielen ohne Echtzeitschlachten Weil es im Multiplayer ist Ähm Singleplayer kann man die Schlachten auch in Echtzeit führen Wenn man möchte Das kann man selber entscheiden ob simuliert wird Oder äh die Schlachten Selber geklickt werden Ja Ja Komm Deutschland bitte Oh meine Boah ich hoffe ich habe gleich endlich diese blöde Oh ich kann sie schon angreifen Ja moin warte mal Dann warten wir auf die Verstärkung Verstärkung Ich habe gleich meine erste Stadt eingenommen Leute Das ist ja schön für dich Das hat auch nicht lange gedauert Ja ich äh meine eine ich habe eine Stadt verloren die andere wird belagert Äh Jetzt geht es mir gerade mal gut Aber beachtet mal Äh äh Hatte nicht gerade Pia noch 900 Punkte Jetzt hast du Ne ne das war Das war Ich habe ich habe nicht so viele Punkte Ne ne Ich fühle mich als wäre ich gut dabei Aber nicht so gut Verstehe Also die Die Luxemburger Die bluten hier weiter an den Mauern von Straßburg Das ist ganz gut Fehlt einfach Vielleicht können sie dann irgendwie Vielleicht geht dann mal ein Frieden Wie ist denn inzwischen bei euch mit Frieden Leute Der Klerus hasst mich einfach Minus neun Aber Stabilität im Reich Oh London ist bereit Luxemburg anzugreifen Die haben aber keine Truppen Haben die gar nichts? Also ich nehme gerade die eine Stadt von denen ein Und die andere Stadt Also die wurden gerade die ganze Zeit von Frankreich geradet Also ich würde denen jetzt nicht Geld in den Rachen schmeißen Für keine Unterstützung Du musst sie Du musst sie in Frieden lassen Oh Luxemburg Was ist denn Oh Luxemburg Leute Luxemburg hat eine Rebellion Sehr gut Unser Diplomat Das eigene Volk hat die Unrechtsherrschaft von Luxemburg Die wird niedergeschlagen leider Aber trotzdem Das haben wir jetzt noch mal Aber sie mussten rekrutieren Also sie sind jetzt zumindest geschwächt Ja Das eigene Volk hat die Unrechtsherrschaft von Luxemburg anerkannt Ich sag's euch Nancy Da werden noch Die sind immer noch 100% treu gegenüber Losringen Die werden 100% noch mal rebellieren Und wieder in meine Umarmung zurückkehren Während Deutschland hier jetzt weiter gegen Frankreich Stress macht Wir werden das alles noch gedreht kriegen Sag ich euch Irgendwie kriegen wir es noch gedreht So jetzt Hab ich mal ein bisschen andere Diplomatie Jetzt hab ich einen aktiven Verteidigungspakt gegen Böhmen geschlossen Und Polen hat sich angeschlossen Was ist euer Wunsch? Wir sind doch leer an Fiech Aber doch Plus 30 Stabilität Meine Güte Wie lautet euer Befehl? Jetzt geht's aufwärts Wir marschieren los Ach du Scheiße Ich wünsche diese Rebellen hätten ein bisschen mehr drauf bei Luxemburg Das wär schon schön Ein Söldnerlager wurde in unserem Land entdeckt So derweil gibt's hier weiter wirklich Krieg zwischen Frankreich und Deutschland Wir werden eine größere Schatzkammer brauchen Deutschland und Böhmen sind durch Ah Köln sind Söldner aufgetaucht? Was heißt das denn jetzt? Von dem kannst du Armee kaufen Das ist was Positives Wo sehe ich das denn? Die siehst du auf der Karte Das ist so ein Lager Und da musst du mit deiner Armee hinlaufen Und dann kannst du quasi sie dort kaufen Und in deine Armee direkt reinziehen 1800 Ach das sind die krassen Motherfucker Naja ich hab mir auch ein paar gekauft Aber die sind schon sehr sehr teuer Jetzt ist tatsächlich meine Nahrung gleich weg Jetzt muss ich dann allmählich einen Ausfall gegen Luxemburg machen Und hoffen dass meine 2500 gegen 1900 Mann Dass das irgendwie ausreicht Sollen wir los? Endlich zu Hause Ich befürchte leider nicht Und wenn das jetzt nicht klappt Dann bin ich raus Dann muss ich neu wählen Aber auf Männer! Gebt reichlich für meine Geschäfte Also ich werd als im Vorteil angezeigt Ich bin bereit Okay mal gucken ob das in die Hose geht Das geht in die Hose Das geht in die Hose Das geht in die Hose Was? Fuck 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 Wie lautet euer Befehl? Zurück zur Burg Man kann übrigens einem Gefangenenrebellenführer anbieten Irgendwo anders zu rebellieren Wie ist das denn? Das kostet aber ne Menge Geld leider Ungarn hat uns den Krieg erklärt Warum? Jetzt geht's bei Pia auch los Jetzt geht's bei Pia auch los Ich hab doch nichts getan Ja ich auch nicht Sollen wir los? Wir marschieren los Lasst uns die Vorhörter auffüllen und ruhen Ach ist das ätzend Okay also Deutschland will nicht Luxemburg angreifen Weil sie so erschöpft sind Sagen sie Was heißt denn für Ordnung sorgen? Ich hab jetzt eine Stadt erobert Muss ich Muss ich die anektieren? Für Ordnung sorgen Du kannst entweder einen Kleriker schicken Um die friedlich zu dir zu bekehren Brauche ich das Wenn ich Frieden machen möchte Und das eingenommen hab Dann verhalte ich das aber trotzdem Du behältst es so oder so Aber die Bevölkerung rebelliert irgendwann gegen dich Wenn du nicht entweder für Ordnung sorgst Oder wenn du Wenn du Dings machst Den Kleriker machst Und Ordnung sorgen dezimiert glaube ich das Volk ein bisschen Aber ich glaub die dürften dich eh hassen Der Feind plündert eine unserer Siedlungen Ey Leute wir rotten jetzt hier diese Luxemburger Stumpf und Stil Rotten wir sie aus Mein Herr Sag mal wisst ihr warum es manchmal kein Bewerbungswachsum ist? Manchmal weil deine Leute Weil du schon genug hast Manchmal vielleicht auch Okay Ich hoffe das schaffen wir Was wir hier für ein Quatsch vorhaben So wir haben die Luxemburger zurückgeschlagen Warum möchte Böhmen mich nicht mehr Warum mag mich Böhmen nicht mehr Was ist denn Wo ist denn die Unterstützung jetzt von Böhmen Die mir zugesichert wurde Wie schicke ich denn so einen Kleriker Was ihr meintet Dafür brauche ich wahrscheinlich einen Kleriker Abtei oder so Kirche Ihr meintet doch gerade Oh Gott jetzt drum nochmal 2000 Luxemburger Ich hab doch gar keine Nahrung mehr in dieser Stadt Boris Ja Du meintest man kann einen Kleriker schicken Wie macht man das Der Feind wird fallen Das schwierig Der hat dann eine Aktion Ach ein Kleriker muss ich rekrutieren Entschuldigung Ich glaube die werden mich jetzt hier platt machen Kostet richtig viel Geld Und richtig viel Klugheit Schaff ich nicht Okay also wir haben immer noch mehr Leute Wir haben halt keine Nahrung Aber unsere Was ist mit unserer Loyalistenrebellion Ach ne die wird von Deutschland platt gemacht Deutschland warum Das ist meine Stadt Lasst doch die Bauern sie zurückerobern Wir sind doch befreundet Deutschland Hm Vorwärts Wir haben hier wieder eine Belagerung Das ist ein Gewinnerstherr Wir müssen wieder den Ausfall machen Autsch Vernichtet die Luxemburger Vernichtet sie Ich wünsche die Bauern würden etwas besser kämpfen hier Die Loyalisten aus Lothringen Das sind echt gute Leute diese Lothringer Loyalisten Die haben sich jetzt schon zweimal erhoben Werden beide Male blutig niedergeschlagen Aber zweimal haben sie schon bereits probiert Ähm Sich für Herzog Ostwald in die Bresche zu werfen Ähm Angriff Fallen wir denen noch mal in den Rücken Ja und jetzt ist glaube ich auch kein Aufruhr mehr Jetzt wurden sie tatsächlich niedergeschlagen Jetzt müsste ich Deutschland angreifen Wenn ich ähm Meine Stadt zurückhaben wollte Vielleicht baue ich jetzt mal Bordelle Bordelle Jetzt geht's los Also immerhin gewinnen wir hier die zweite Belagerung Straßburgs Wie ist der Krieg bei euch so jeweils? Ja ich hab gerade Gent eingenommen Aber die rebellieren wahrscheinlich bald Und ich versuche die Valonia gerade komplett auszulöschen Unsere Gegner haben Verstärkung erhalten Ich bin jetzt tatsächlich am überlegen Ob ich mir jetzt halt Luxemburg dann Einverleihe ja Ole Ja Sinn Weil wenn ich jetzt diese Armee wegbreche hier Wir ergeben uns nicht Haltet Stand Tirol will uns gegen Luxemburg helfen Tirol Tirol halt Ich mein warum nicht Die Armee und der Kreuzritter sind gefallen Wir haben die Beziehung zu einem anderen Königreich verbessert Frankreich liebt mich Ich liebe es So wir brechen hier die nächste Luxemburger Armee Und jetzt haben die auch allmählich nicht mehr so viel Bevölkerung Mit der sie sich Nochmal was holen könnten Wir haben diese Schlacht gewonnen Sehr geil Jetzt müsste halt allmählich mal unsere Nahrung wieder Zunehmen Dass wir Dass wir da was machen können Weil wir sind halt auch schwach Außerhalb unserer Stadt Ihr seid total blöde Franzosen Ich hasse sie Ja also I feel you Die Franzosen oder was? Jetzt mag sie auch nicht Sie haben ja mich angegriffen Die sind ja schuld an allem So jetzt muss ich leider noch ein bisschen meine Truppen hier regenerieren Bis wir da Luxemburg uns holen können Ich glaube Luxemburg marschiert jetzt runter Nach Tirol Was jetzt meine Verbündeten hier sind Ist das hier Tirol? Ne das ist Venedig oder? Ne das ist Tirol Okay Tirol hat zwei 2400er Armeen Die jetzt Luxemburg Potenziell Stress machen können Ich habe echt Probleme hier meinen Kampf zu gewinnen Es gibt halt keine Nahrung mehr gerade Weil meine ganzen Dörfer geplündert sind Das ist ein bisschen das Problem Die bauen sich aber auch wieder auf Immerhin Also Tirol wäre es nicht aber auch geil Wenn du auch kommen würdest Ich habe dir 2000 gegeben Das habe ich vorhin auch Und was ist es geworden? Ah Ich kann nämlich auch gerade keine Truppen rekrutieren Jetzt kommt Nahrung allmählich wieder rein Geil Dammit ich glaube ich verliere sogar den Kampf Und die Und die Truppen regenerieren sich Wagt Luxemburg nochmal eine Belagerung Und wir können sie nochmal hier an den Mauern brechen Nein Ich hatte so einen tollen Typen Das hat mir direkt minus 100 Gold gegeben Dass der gestorben ist Ah das ist hart Autsch So ich glaube Luxemburg will hier es nochmal wissen Heute nicht Verzeiht Das geht nicht Das ist bitter Ich bin bereit Oh ich kann da nicht Wir ergeben uns nicht Haltet stand Schlechte Nachrichten Was? Wir haben einen unserer Rülter gefangen Rückzug ist gleichzeitig Gefangenschaft? Ja das hatte ich vorhin auch Habe ich doch gesagt Du verlierst echt viel bei Rückzug Aber irgendwer hat doch gesagt Da verliert man einfach nur viel Und nicht man verliert seine komplette Armee Ja Ist noch nicht immer so Das wird ein bisschen auch ausgewürfelt zum Teil Fuckin ey Eure Befehle Meine Truppen warten Bereitet die Belagerungsausrüstung vor Leider konnte Luxemburg sich wieder in seine Hauptstadt zurück Ach dammit ey Ich hasse einfach die Was ist euer Wunsch? Boah das war jetzt der schlechtmöglichste Ausgang hier Mein Herr Befestigt den Lager vor ihren Toren Das ist jetzt richtig bitter Das schaffen wir doch niemals oder? Ihr Säcke hier Weil wir holen euch nicht ein Kämpft um den Sieg Die Ordnung in der Stadt ist wieder hergestellt Majestät Gottes Licht hat mich geführt So Okay jetzt haben wir hier ein Standoff mit Luxemburg Weil jetzt haben die wieder ihre Truppen in ihrer Stadt Und ich hab sie in meiner Stadt Die Unterstützung aus Tirol wird das Tirol muss anscheinend erstmal Venedig erobern Ich mein hab ich ja kein Problem damit Tirol Also ihr könnt ja gern Venedig haben Und danach Machen wir alle gemeinsam Luxemburg Wie wärs? Möge Gott euch schützen Herr Ei 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 Luxemburg eigentlich für eine Armee Der hat halt nur Bogenschützen Der Sack Wenn wir da so ein bisschen Kavalerie ne Da muss ich erstmal Geld machen können Was ich grad nicht kann Morgen werden wir reicher sein Das sind alles so bitter Oh Am meisten bitte ich nicht Und Frankreich will die ganze Zeit Dass ich Deutschland angreife Sind die doof? Ja die haben Die haben halt richtig Stress mit Deutschland Ich genieße das auch total Das haben sie sich da eingebrockt Indem sie mich angegriffen haben Da hab ich Deutschland reingehetzt Jetzt haben sie ewig Stress Ach du Schande Habt ihr Habt ihr das schon mal gehabt Dass ihr Ich sage mal Euer Anführer hingerichtet wurde In der Gefangenschaft Nee Autsch Doch also Marschall Oder meinst du deinen Ja Ja das hatte ich auch Autsch Ja Autsch Wenn ihr drauf besteht Meine Familie Ist ein erfolgreiches Konstrukt Meiner persönlichen Zucht Meine beiden Zweitälteste Also der zweitrittälteste Und der drittälteste Sohn Kämpfen mittlerweile Als Armeeführer In meiner Armee Und führen uns zum Sieg Finde ich gut Hoffe ich Autsch Wie finde ich denn jetzt eine Frau Allmählich Wir haben eine Weibliche Armee Zermalmt Sehr schön Was ist euer Wunsch Warum kann ich nicht Prinzessin Joanne Hier heiraten Ein Söldnerlager Die ist zwar noch jugendlich Aber müsste doch irgendwie Königliche Vermählung Nur Mut Angriff Geil Ach komm können wir nicht Frieden schließen Mit dem Penisköpfen hier Er will nicht Ah verdammt So Der Krieg ist vorbei Und jetzt sieht das Mit dem Krieg Noch eigentlich so weit aus Dass wir den nochmal Nochmal fragen könnten Ob wir eine Waffenruhe schaffen Macht es Sinn Einfache Bauernarmeen Einfach zu Entlassen Ähm Kann man Also wenn du halt Die Slots für bessere brauchst Wir schlagen innerhalb Der Mauern und Salar Genau Aber du musst nicht Weil die kosten auch nicht Wirklich glaube ich Unterhalt Weil Nahrung kosten Nahrung Eure Befehle Profit ist mein Leben Also wir haben jetzt hier Wirklich so ein Mexican Standoff gegen Luxemburg Wir können nichts machen Aber die auch nicht Ähm Das Schöne ist Das Schöne ist Die Luxemburger Ihr Volk hat sich inzwischen Zu Deutschland gewandt Das heißt Die werden gleich Eine Rebellion Nochmal haben Weil sie das haben Werd ich da wahrscheinlich Reinjieten Einfach Ich bin bloß ein Soldat Lasst mich frei Deutschland will Gegen Venedig Helfen Ne Also ich soll Gegen Venedig helfen Leute Wie denn Venedig gehört doch schon Tirol Was habt ihr denn So eine getreuen Tiroler Verbündeten Haben sich das gesnackt Guckst du mal her Kriege ich Wer ist jetzt übrigens mal Tirol Wenn ihr allmählich mal Für euer Geld Was tut Meine Berechnungen Stimmten Und anstatt hier Irgendwie Ah hier ist noch was von Die sind echt irgendwie Die holen sich Venedig Die sind ganz Ganz entschlossen Mein Land ist auch Ganz entschlossen Schätzt getreue Tiroler Verbündete Ist ein Da war der Wunsch Wenn ich es mir Wahrrede Wird es vielleicht wahr War so meine Hoffnung Dabei Kann ich Mit So die Frage Die sich mir Gerade stellt Ist Wo wird mir denn Angezeigt Ob ich noch genug Leute Produziere Für Was auch immer ich tue Ich habe oben Gold Und Bücher Und Religion Und alles Ganz rechts oben Das sind diese Soldaten Die brauchst du für Professionelle Einheiten Oder du holst halt Bauern Und die Bauern Sind direkt eine Bevölkerung In der Stadt Ah okay Über der Stadt Aber Ah da steht dann Drei von zehn zum Beispiel Ja genau Aber Halt Eine Bauernmiliz Kostet drei Einwohner Während Wenn du Profisoldaten holst Kosten dir nur Ein Einwohner Aber Diese Ausgebildeten Soldaten Genau Oben rechts Der Wert ist halt Der wichtige Eigentlich Diese Einberufung Weil mit den Bauern Kommst du nicht weit England England hat überhaupt Keinen Bock auf mich Ich finde das nicht gut Ich würde so gerne Bessere Beziehungen Zu England Wir werden Wir werden eurem Vorschlag Nicht zustimmen Also die Hochzeit Mit seiner Tochter Weil wir gewarnt wurden Ihr könntet arglistige Hintergedanken heben Und hoffen Unser Land Eines Tages Zu erben Ist das wahr Niemals König Henry Wer beschuldigt mich Den ehrbarsten Ach so Ich habe gerade Was eingehandelt Kräuter aus Sachsen Aber dafür muss ich Ja Geld bezahlen Das wollte ich eigentlich Nicht Okay Die Bevölkerung Von Straßburg Hat sich jetzt auch Überlegt Dass sie eigentlich Lieber gern Deutsch wären Ähm Und werden jetzt Auch gleich Rebellieren Nehmt euch ein Beispiel An den Bewohnern Von Nancy Die haben zweimal Sich für Lothringen Erhoben Und ihr Säcke Können wir nicht Irgendwie jetzt Vielleicht wenigstens mal Frankreich rauskriegen Aus diesem Krieg Die haben doch Vielleicht genug Probleme mit Äh Ja Sehr gut Ein Rind vom Papst Ist eingetroffen Majestät Ach jetzt will ich Geld haben Der Papst Was bringt einem das Eigentlich ihm Geld zu geben Ach für ein Klerus Plus eins ne Ja Also ziemlich wenig Tatsächlich dafür Wie teuer das oft ist Ja Wird er aufgepacht Die Meinung unseres Klerus Hat sich verschreckt Aber mein Klerus Mag mich dafür Einfach weniger Das ist okay So ich hab jetzt Irgendwie Krieg Aber ich hab das Gefühl Die Person Die mich angegriffen hat Hat vergessen Dass wir Krieg haben Weil der war jetzt Irgendwie schon länger Nicht mehr da Ja Vielleicht war es Tirol Ne Die vergessen ihre Kriege Gern mal Ist so mein Eindruck Sind auch nicht so geneigt Mir hier zu helfen Aber immerhin Haben sich jetzt Meine Weinfelder Allmählich mal erholt Erholt Und 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 Wenn die nächste Rebellion in Luxemburg Kommt Werde ich vielleicht mal Da versuchen Einen Aufstand Zu machen Ja ja Ich hab den Ich hab den Angriff Abgewehrt Ja ja Auf jeden Fall Aber Danach kam halt Auch nichts mehr Die Welt steht euch Zur Verfügung Was ist das denn jetzt hier Warum kommt denn jetzt noch Die Champagne Komm Können wir mit euch auch Irgendwie Frieden haben Eine Rebellion Fremder Loyalisten Bedroht Unsere Provinzen Komm Verzieht euch doch Wer sind noch Feinde Von mir Burgund Sofort So jetzt hab ich mit allen Frieden Außer mit Luxemburg Aber die sind alle noch im Krieg Gegen Deutschland Das heißt Also ich hab hier wirklich Was losgetreten Unabsichtlich Und es muss jetzt halt Dann Luxemburg Genommen werden Irgendwie Das ist schon ganz klar Royalistenanführer Schwierig Ja Diese Ritter Die du kaufen kannst Für 7000 Ey Pff Es ist Da muss man schon Sehr reich sein Bei mir wird geschrieben Die Tiroler helfen mir nur Wenn ich eine Seilbahn baue Schön Der Chat ist immer so hilfreich Während unser Land Im Chaos Versinkt Ja über das Chaos Kann ich auch viel erzählen Und es ist nichts Schönes Da muss doch jetzt bald Mal eine Rebellion Hier in Luxemburg kommen Die sind doch mega Die haben doch auch Genau wie ich Riesen Kriegsmüdigkeit Warum gibt's denn So wenig Frauen Ich weiß auch nicht was los Ich kann auch dich heiraten Ja Total strange England Komm schon England Ach Luxemburg will jetzt Frieden Eine Verbesserung wurde abgeschlossen Herr Aber ich habe ja noch gar nicht Euer Land geholt Majestät Wir haben eine Verbesserung Abgeschlossen Er bietet mir immer was an Lassen wir unsere Tiferetzen hinter uns Und beenden diesen Wahnsinn Ne Und jetzt sind sie noch Jetzt kommen sie noch Nachdem ich abdehne Kommt doch mal an Aber wenn wir ein Handelsabkommen Unterzeichnen Geh weg Jetzt sagt der Klerus Ich stehe einer friedlichen Lösung Im Weg Ich verräte Ich weiß nicht was man mit Religionspunkten macht Der Papst mag mich Aber bis jetzt hilft mir noch nicht Du kannst Kronautorität erhöhen Grundsätzlich Ah Das ist schon mal cool Und dann kannst du damit halt mit dem Kleriker Missionen erfüllen Die kosten auch alle Religionspunkten Jetzt kann ich unsere Ausgaben optimieren Wer ist denn noch mächtig Und könnte mir vielleicht helfen Endlich zu Hause Habt man schon verheiratet Ich bin aber auch gerade echt Herrlich verpeilt Ist wirklich ein Problem Leute Teil zu sein Ja das auch Aber vor allem Luxemburg Vor allem was Weißt du Dieser Backstep ist halt doppelt und dreifach Weil ich in meinem Victoria Durchlauf Hab ich Luxemburg gespielt Und zur Weltmacht geführt Und jetzt fallen sie mir in den Rücken Ich find das halt absolut nicht okay Was hier passiert Wie kann ich denn Sachen importieren Die ich brauche Da kannst du beim Händler auf Warenimport gehen Ja Hä warum ist Deutschland denn jetzt In Verteidigungsbündnis gegen uns Ich hab doch noch nicht mal den Krieg begonnen Drei offene Slots Moment noch nicht Pia Da klickst du rauf Und dann Ich reiche Tirol ist vor allem Mein Verbündeter Aber die haben das halt nicht Ne Verlass dich nicht auf Tirol Die sind angeblich auch mit mir Gegen Luxemburg verbündet Du musst dann Handelsverträge haben Mit den Ländern Die die Waren haben Die du brauchst Ach du Schande Das heißt Ich müsste jetzt Gucken Welche Länder Eisen und Zugochsen haben Und mit denen muss ich handeln Um das zu bekommen Genau Da gibt es auch einen Kartenmodus Über die Handelsgüter irgendwie Kulturen Religion Provinzmerkmale Das wird das sein Rinder Ist Rinder was anderes Ja es ist Saren auch noch Also beides Provinzmerkmale Und dann versuchen wir mal Diese Luxemburger Armee Hier zu kriegen Armee Fährt Ach du Schande Ohle Okay das ist gar nicht so einfach Rauszufinden Muss ich sagen Da Zugochsen Immerhin sind meine Geblünderten Dörfer Jetzt allmählich Wieder regeneriert Was ist denn Eisen Würste Geil Wer kann denn Würste Bitte machen Gold Ja Eisen Niemand will mir noch helfen Gegen Luxemburg Ihr Schweine Kalee Wäre doch Frankreich Okay Heute werden die Geschäfte laufen Lasst uns Handeln Und dann muss ich einfach dem Typen sagen Ey Handel jetzt Mit dem anderen Wann mache ich das denn Wir haben eine feindliche Armee Ist Epirus Ein starkes Land In unserem Land wurden besiegt Mein Herr Unser Adel Ist zufrieden mit uns Wir haben die Püren Wir bieten mir Hilfe an Für 1800 Gold Das ist ein Einprovinzler Mit 2600 Mann Oh das ist gut Let's come Let's come Das ist billiger als wenn ich mehr Armee hole Let's come Luxemburg zieht wieder aus Mal schauen Wenn die jetzt zu mir kommen Brech ich sie Dann hole ich mir ihre Stadt Kann ich nur mit zwei Armeen Krieg führen? Nee So brauchst für jede Armee ein Marshal Ja ich weiß aber ich kann sie nicht in die Schlacht ziehen Boah das ist ja ätzend Ich stehe mit 1100 Mann daneben und schau zu Oh Warum hast du so viele Armeen? Warum seid ihr alle so mächtig? Achso ich musste Wir haben halt noch mehr als ein Land Ja Aber jetzt Leute Luxemburg kriegt jetzt richtig auf die Nase Ich hatte keine Wahl Ich musste Armee kaufen Weil ich da angegriffen werde Ich will ja gar nicht auf Armee gehen Ich hab nur Handelssachen gebaut Und dann war der so Also du kannst dann auch Fässer Also je nachdem was du so ausbaust Kannst du auch Fässer und Möbel und sowas selber herstellen Ja ja mach ich auch alles schon Ich hab Salzhandel in Ljubljana Wir haben das beste slowenische Salz Ja ja Falls ihr ein bisschen Salz braucht Für eure Feinde oder Wunden oder andere Dinge Ja Klingt gar nicht so doof Was ist da los Maurice? Also jetzt wird immerhin mal ein bisschen Luxemburg bestraft Es sei denn wir verlieren das wieder Was passieren kann tatsächlich Ähm Aber eigentlich sollten wir das jetzt richtig gut gewinnen hier Kann ich jetzt eigentlich Gewinnen deutlich Okay ich möchte Luxemburg Krieg erklären Nehmen das einfach vor dir ein Politische Übersicht Das kannst du Schon ne Ja das geht schon Nice Jetzt hast du aber die Möglichkeit Sagerab ohne Moralpenalty zu holen Ja ne Weil der Dude sich eingemischt hat in den Krieg Oh Gott Oh Gott Oh nein Oh nein Oh das sieht nicht gut aus Hm Das heißt Ich könnte doch einfach mal sagen Frankreich Greift Wo kam denn jetzt diese Armee noch her? Er hat es einfach Ey Die KI hat jetzt einfach hier random eine Armee hergeballert Oder waren das die Verteidiger Der hatte da keine Was ist das denn? Ah ne das ist jetzt seine Hauptarmee Okay aber mit der zusammen wird es vielleicht reichen Ne wir schaffen das trotzdem noch Wir schaffen das trotzdem noch Wir müssen uns danach nur vielleicht regenerieren Ach die hatten noch ne Armee in der Stadt Die hab ich nicht gesehen Stimmt Wir spielen Abfang Wir spielen Abfang Wir spielen Abfang Wir spielen Abfang Abfang funktioniert Abfang funktioniert Du kriegst mich nicht Also unser General ist besser Leute Wir schaffen das Du kriegst mich nicht Wir werden halt auch unsere ganzen Truppen verlieren dabei wahrscheinlich Oh Gott das wird ewig gehen dieser Krieg Aber unsere Moral geht jetzt hoch Weil wir stärker sind Das wird Das wird Leute Guckt euch das an Wir gewinnen Blöde Frage Wo stehen bei der Stadt Die Ritterpunkte Einberufung Unten rechts Also unter Ach da Du kannst auf die Stadt klicken Genau Meine Güte Ich bin nicht doof Ich kann über die Luxemburger hier platt machen Ah ist das wundervoll Stadtwache 1 Aber da steht 1500 Äh 1900 Und ich brauche irgendwie 300 Aber da habe ich nicht So wo bleibt denn jetzt die Armee Die mir geschworen hat Mich zu unterstützen Ja die kommen generell ungerne Habe ich auch schon festgestellt Ich dachte Die helfen Ne die haben nicht so viel Bock Ich habe dafür 1800 bezahlt Ja ich habe vorher 2000 bezahlt Ähm Gott ich brauche 400 Ach und das ist denen egal Oder wie Die sind nicht Ja Na gut Toll Okay dann kann ich denen nicht regenerieren Komm dann muss das jetzt reichen Um Luxemburg zu holen Unser Diplomat hat die Verbindung Zu einem anderen Königreich gestärkt Ach der könnte das noch regenerieren Das ist auf jeden Fall super Ich wurde gescampt Um sehr viel Geld Aber jetzt schauen wir mal Er sollte jetzt eigentlich keine Soldaten groß mehr haben Export und Import liegen mir im Blut Lasst uns mal gucken Was jetzt passiert Wenn wir das jetzt hier beladen Kann sein dass es immer noch zu stark ist Weil es eine gute Garnison hat Ne wir schaffen das Ne wir schaffen das nicht Echt nicht Er hat mehr Leute Er wird als Stärke angezeigt Obwohl ich mehr Leute habe Ja weil er wahrscheinlich die stärkeren Einheiten hat Der Bogenschützen oder so Und du musst ja erstmal da durchkommen Eigentlich habe ich alles bei ihm platt gemacht Wir schauen mal Eine neue Konstruktion Aber der sitzt in meine Ich weiß nicht Wenn du gestern den Sack gemacht hast Man hat jetzt auch die Stadt Garnison gegen sich Und jetzt kommen noch zwei Armeen von außen von mir Und wie es aussieht Reibt er sich die Armee damit Jetzt von euch Und durch die ganzen Subs Es ist leider sehr krass gerade hier Was abgeht Deshalb versuche ich jetzt langsam Ein bisschen Ruhe reinzubringen Und vielleicht Flanderin auch mal zu übernehmen Und jetzt Ja Mal Flanderin wegzumachen Holland wegzumachen Und dann mal richtig durchzustarten Ne Als Großmacht Kannst du in Hannover nicht Rinder anbauen? Ich hatte überlegt Also ja ich kann Rinder anbauen Aber Kaserne Wird mir mehr bringen Ja Vielleicht macht das mehr Sinn Vielleicht macht das wirklich mehr Sinn Da Ekonomie Äh Äh EQ aufzubauen Ja komm Let's go 3 Millionen aufgetaucht Nein 2400 Leute Nein Nein Ach komm 920 Leute habe ich hier doch nur Ich habe doch keine Ich habe doch keine Leute Mensch Ei 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 Wir sind doch hier gerade am ausbauen Mann ey In den Krieg Okay wir müssen das verhindern Wieder eine Rebellion Wir müssen das verhindern Sonst kommt er da nochmal rein Hilft nichts Ach Böhmen ist anders beschäftigt Ich sehe schon So und als nächstes Wenn wir das haben Hunden wir uns vielleicht irgendwie hier Rahms Oder sowas Oh eine Prinzessin Diese Verräter Aber dann muss erst mal Kriegsruhe Irgendwie Ich kann nicht Wir haben ein neues Gebäude Das neigt sich zu unseren Gunsten Ich glaube wir können das schaffen hier Also ich habe das Gefühl Diese Ritterpunkte Diese Einberufung Ist noch buggy Weil bei jeder Stadt Steht bei mir null Aber ich habe keine Ahnung Ehrlich gesagt Ich greife immer noch nicht Deutschland Willerweise macht sich derweil eine Revolte In Straßburg breit Jetzt so ein schöner heimischer Aufstand Das wär's Ey mein Chat gönnt mir gar nichts Leute Ist euer Chat lieb? Mein Chat ist super lieb Aber ich bin verzweifelt Deswegen Äh Ja Will Deutschland jetzt Deutschland will Dass ich gegen die Provence kämpfe Wo ist denn die Provence? Wo kriege ich denn jetzt mehr Leute? Das ist Bevölkerungswachstum Deutschland nervt mich auch mit irgendwelchen Kriegseintritten Ich meine Deutschland hat mir den Arsch gerettet Aber ich muss halt gerade wirklich an mich selbst denken Jetzt verliere ich die Armee hier auf der Seite Mir möchten halt meine Verbündeten nicht helfen Das ist Ja mir auch nicht Das ist ganz schlimm Ich habe so viel Geld dafür bezahlt Dass die helfen Und sie kommen einfach nicht Ja ich weiß Mir haben sie es sogar angeboten Die Schweine Hey Maurice Hast du Bock uns 2000 zu geben Dass wir dir gegen Luxemburg helfen Ich so ey geil Komm schon Bro Ich bin bereit Und dann Ja ne wir haben das eigentlich das Geld nur gebraucht Um den Krieg gegen Venedig Am anderen Ende der Welt zu finanzieren Ja ich wurde Ich habe 1800 Gold bezahlt Damit sie kommen Und sie sind nicht gekommen Ja Es ist einfach nur Also sowas ist echt zähn Verräter ey Leute wenn wir jetzt hier die Belagerung Gegen Luxemburg verlieren Dann werde ich euch alle aufknöpfen Ganz ehrlich Jeden einzelnen Befehl zu haben Harte mal Du hast auch richtig hart Das ist nicht gut Das muss jetzt klappen Ich sehe das ja die ganze Zeit Das ist die ganze Zeit neben mir Es ist halt auch so ätzend Weil niemand möchte Ungarn angreifen Oh Zugachsen kann man bestimmt auch selber herstellen Oh Mensch die KI verhält sich wie ein hinterhältiger Spieler Sehr gute KI würde ich sagen Wird geschrieben Ich habe meine ganze Stadt verloren Und da zollen sie sich die zweite Und meinen Prinzen haben sie getötet Oh nein Ja ich kann halt nichts tun Ungarn hat sich halt mit Deutschland verbündet Und ich komme nicht gegen an Und kein einziger meiner Verbündete kommt Niemand Ich habe vier Verbündete Bist du im Krieg gegen Deutschland? Ja Oh scheiße Ungarn holt sich halt lauter Verteidiger quasi mit rein Und du kommst halt nicht gegen an Und es kommt aber niemand von deinen Verbündeten Von denen schon Aber von deinen kommt halt niemand Ja Geräter Es ist echt scheiße Es klappt glaube ich Es klappt in Luxemburg Wir brechen sie Schritt für Schritt Also Eisen scheint echt England Sehe ich welches Land welche Waren hat Ich habe Bündnisse Leute Bevor ihr jetzt fragt Kann man Bündnisse aushandeln Ich habe Bündnisse Ich habe sogar meinen Sohn Mit dem Dude von Böhmen Mit der Tochter von Böhmen verheiratet Und er hat gesagt Er kommt Und es kam halt Keine einzige feindliche Armee Ich habe auch 1800 Gold bezahlt Für jemanden der angeboten hat Zu kommen Von sich aus Und es kam nichts an Das ist halt Entschuldige Bin auch wieder im Krieg Achso Aber Leute Leute Luxemburg fällt jetzt Es ist nur noch eine Frage der Zeit Wirklich Die Nahrung geht runter Die Verteidiger schwinden Ähm Und da Da ist tatsächlich endlich mal Ein Verbündeter Was Deutschland Deutschland Kommt nach Flandern Auf meiner Seite Gegen Luxemburg Abgeschlossen Wirklich Das ist Wahrlich Gott sandte uns Ein Zeichen Deutschland kämpft hier bei mir Gerade gegen Flandern Jetzt hoffe ich nur Dass ich die Stadt bekomme Wenn es Deutschland die Stadt bekommt Bin ich sehr traurig Wie Warte mal Deutschland Tirol ist aus unserem Krieg Gegen Luxemburg ausgetreten Ich hab euch 2000 gegeben Ihr habt nie was gemacht Ihr Schweine Ah Ihr schäbigen Schweine Ja Deutschland rennt bei mir gerade Hier nach Wallonien Also Ja Deutschland hat gerade irgendwie Bock Hab ich den Eindruck Ähm Die machen jetzt im Vorbeigehen hier Ähm Luxemburg Mit mir Weg Oh das ist super Das rettet uns hier jetzt so Diese komische Hängepartie Die hier stattfand Ähm Ja 5000 Leute Ist jetzt ganz gut bei dir Ne Ach Böhmen geht auch gegen Ungarn Unter oder was Weiße Was Polen greift bei uns jetzt an Yo Jetzt verstehe ich warum Die gehen gegen Ungarn Einfach unter Da oben Lol Oh Gott Was passiert hier Ich hab mit Pol die besten Beziehungen gehabt Was ist euer Wunsch Was ist jetzt bei dir los Endlich wieder warmes Essen Ah Gott Endlich zu Hause Ich kann jetzt erstmal irgendwelche Dinge in Brandenburg Unsere Chance Flanderen niederzuringen Die Meinung unserer Ich hab jetzt gerade Im letzten Moment Noch Luxemburg 1200 Lösegeld Für einen von ihren Leuten abgeknöpft Der jetzt mit 200 Mann Neben der Belagerung steht Und nichts machen kann Das ist doch mal Profit Leute Ja ich weiß auch nicht Warum Ungarn mir den Krieg erklärt hat Ich hab literally nur Marktplätze gebaut Bis Ungarn mir den Krieg erklärt hat Ich hab literally nichts getan Aber ich glaub gerade deswegen Die sehen dich dann halt als leichte Beute Ja ich hatte Ich hab mir Armee von Söldnern gekauft Ich hab jede Ich hab jeden Krieg abgelehnt Und hab nur Marktplätze gebaut Und plötzlich ist Ungarn so Okay ich greif dich an Und hier sind meine sieben Verbündeten Nimm meine Viertausender Armee Ich hab dem sogar Gold angeboten Dass der quasi aufhört Aber das hat ihn nicht interessiert Scheiße Ja mir ging's ja auch so Also ich hatte ja Ich mein Ich hab so gedacht Aber du hast Krieg angefangen Ne Ne stimmt nicht Äh Luxemburg hat mich angegriffen Und auf einmal hat Frankreich Mit all seinen Vasallen gesagt Okay ich glaub wir helfen Luxemburg Und plötzlich hatte ich 10.000 Mann Einfach nur weil Luxemburg Scharf auf Lothringen war Der Kreuzzug ist vorbei Die Armeen haben ihr Ziel erobert So aber jetzt bin ich mal am Plündern Jetzt bist du auch mal am Plündern Find ich gut Betrachtet es als erledigt Ja ist komisch Bannburg hat mir den Krieg erklärt Aber sie haben gar keine Armee Ja ich sag's euch Luxemburg hat auch keine Armee mehr Ah guckt euch das an Das ist delicious So wie krieg ich jetzt noch weiter Handelssachen Ich guck halt echt auch auf Selbstländereien Und seh diese ganzen Ertragssymbole Und bin ein bisschen neidisch Wo kommen die her Luxemburg will Frieden Ne Ne Leute Und ihr könnt mir noch so oft Handelsbündnisse anbieten Ihr werdet Also ich werd Ich werd eure Felder nicht salzen Weil ich brauch die noch Um selber wieder hoch zu kommen Aber ihr seid weg Leute Löde ist meine vorherige Stadt Hat halt jetzt Deutschland Und Deutschland anzugreifen Wäre ziemlich dumm Das heißt ich muss mich woanders hinwenden Vielleicht in die Champagne Die Champagne ist ja auch nett So 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 Das wird noch Leute Ich sag's euch Das wird noch Ja fangen Gehen wir jetzt full harm Ich kann jetzt Dinge in Böhmen Dinge in Böhmen Beanspruchen Oh ne bitte nicht schon wieder Das ist ne schlechte Idee Aber vielleicht kann ich mich mit dem neuen Dude Achso der Dude in Wömern Sieht nicht so glücklich aus Bereitet die Belagerungsausrüstung vor Jetzt machen wir das einfach Jetzt holen wir uns endlich Flandern Das gibt's doch nicht Die Deutschen haben das Also ich weiß nicht warum Maurice Aber die Deutschen haben uns sehr in die Karten gespielt Ja Also bei dir haben sie Luxemburg angegriffen Bei mir haben sie Flandern angegriffen Ich glaube die wollen dass wir wachsen Ja wir sind ja auch treue Vasallen Wenn sie mir jetzt noch meine eine Stadt zurückgeben würden Wäre das doppelt geil Ja das stimmt Der hat den Rambock Der muss Also auch wenn eine Einheit Belagerungsmaschinen hat Das muss der Die treibende Angriffskraft sein Für Die Belagerung Das weiß ich gar nicht Ob das Ob es nicht auch reicht Wenn der andere das macht Scheiße Richtig gute Einheit Eine Verbesserung Du hast Gent auch schon geholt Da bist du auch schon Ja die hab ich schon länger Aber irgendwie komm ich nicht Ey du bist ja voll am Start Komm ich so nicht klar leider Ich sag's euch Ich hab keine hohen Ambitionen Ich will einfach nur Luxemburg brennen sehen Ähm Wo ist das ausgeglichen hier Das ist ja ein Dlexis Oh jetzt sind sie am Aus Jetzt sind sie am Verhungern Ich möchte Liliana zurückbekommen ey Unsere Königin hat eine wunderschöne Prinzessin geboren Ey das wird glorreich Luxemburg fällt jetzt Ich bin bescheidener Ich will einfach nur überleben Ja überleben klingt echt großartig Aber überleben ist bei mir leider ausverkauft Da unten kommen 3000 Mann auf mich zu Das war's mit überleben Ich bin rip Frankreich ist sehr geil Frankreich kommt mir zu Hilfe Ja mein Herr Manchmal ist das doch gut sein Seine Tochter zu bang Äh Warte was Er mag mich deshalb Ja Leute Luxemburg zerstört Ja ihr Schweine Ich war übrigens mit im Krieg gegen Luxemburg Ich hab auch gewonnen Nice Jetzt lasst uns hier noch schnell die Bevölkerung eingliedern Ah das ist großartig Und dann hat da oben einfach nochmal 10.000 Truppen Ja ich weiß So Wir stoßen uns jetzt hier gesund an Brandenburg Also Deutschland ist Mag mich auch irgendwie nicht mehr Was ist denn da los Die Meinung unserer Kaufleute hat sich verbessert Ich weiß nicht Vielleicht bist du irgendwie zu brutal vorgegangen in deinen Kriegen Das wirkt sich ja zum Teil auch auf die Nachbarschaft aus Stimmt Bitte So kann ich jetzt das hier Ne ich kann Meine Stadt kann ich nicht zurückfordern leider Es ist echt hart Dass Deutschland die zurückerobert hat Für mich Aber Ich hatte so schön Ich war einfach so on the rise Dieses Spiel Empfindet offensichtlich nur Hass für mich Die Kaufleute im Reich rühmen eure Taten Warum kann ich kein Verteidigungspakt gegen Frankreich machen Wir haben die Meinung unseres Klerus verbessert Fände ich eigentlich ganz cool Wie sieht es mit Rams aus? Rams hat keine Verbündung Keine Freunde Doch die Bretagne Die ist aber woanders Nahrungsmittel exportieren Mega Jetzt rebellieren sie Mein anderer Sohn wurde auch noch getötet Ah geil 4.000 Leute kämpfen die 2.200 Was ist denn das für eine Schlacht? Was ist denn jetzt hier los? Ihre Mauern werden brechen So ich tu mal hier meine Truppen wieder auffrischen Und dann machen wir die platt Wir kämpfen wann anders weiter Ja Versperrte Burg Alter Wir wurden einfach drei Söhne getötet in dem Krieg Alter Zurück zur Burg Wir können eine neue Tradition annehmen Drei Söhne Sepp findest es nice Dass deine Söhne tot sind Seine Exzellenz Der König Und seine erlauchte Familie Ne Hat mein Kleriker jetzt eigentlich versagt hier mit so einer Aktion? Ne Er ist noch dabei Komm bitte jetzt nicht versagen 50% Erfolgschance Ich hab das noch nicht ganz verstanden Dein Hauptdude kann maximal so und so viele Slots belegen Aber es müssen nie die Fähigkeiten sein Die er grundsätzlich braucht Weil er ein Händler ist oder so Kann auch Kavalerie trotzdem so kriegen Die ersten beiden müssen berufsspezifisch sein Die klassenspezifisch Und die anderen beiden die sind quasi offen Weil ich hab da so ein Roll Nur so Kriegssachen Aber bringt mir halt nichts Das ist halt voll der Händler Jaja dann hast du die drei Händlersachen schon belegt Ey Leute wir haben Luxemburg Wirklich jetzt hier eingegliedert Befriedet Großartig Die werden irgendwann nochmal rebellieren wahrscheinlich Dann machen wir sie halt platt Aber das ist gut So Jetzt ist die Frage Wen erobern wir als nächstes Ja die Champagne gehört zu Frankreich Aber Vasallen Man verteidigt ja nicht automatisch seine Vasallen Deutschland musste ich ja auch nochmal extra in den Krieg holen Vielleicht können wir mal Eine Invasion der Champagne planen Mit meinem Diplomaten Wurde mir direkt mitgeteilt Ich kann auch mit dem Papst handeln Profit ist mein Leben Oh verdammt da kommt ne Ami Verzeiht Sollen wir etwas für euch bauen Voll ne Charme Nichts wie weg Vielleicht hat ja noch jemand Bock Auf nichts hab ich hier mehr Bock Hier ist nur noch Verzweiflung Dass man Die Champagne anzugreifen Ich guck gerade mal Ich kann halt noch keine Belagerungswaffen bauen Das ist nicht so einfach gerade Leute Ein neuer Papst steht der katholischen Kirche vor Aber ich hab jetzt Ich hab jetzt überlaufen Mein Vater ist gestorben Weil sie alt sind Ja was ist denn da Was Will Polen Ja Ah Was Majestät Wir haben Söldern Ein Bratfried mit Polen Jawoll Leute wir können jetzt mal vielleicht mal kurz hier einen Überblick geben Über die ganze Lage Ich möchte weinen Können wir gemeinsam weinen Was hält ihr davon Also Pia erzähl Was ist die Lage bei dir Du hast Also deine Hauptstadt heißt Klagenfurt Nein meine Hauptstadt heißt Ljubljana Und es ist gegenwärtig leider nicht Teil meines Reichs Ah deswegen Ja ich kenn das Problem Das war bei mir leider auch so Oh Gott Ja das ist einfach Bullshit Also ich wurde hier Also ich bin dafür verantwortlich Oder was heißt verantwortlich Böhmen stand mir treu zur Seite Okay Als Ungarn mir den Krieg erklärte Und ist gefallen Weil es versucht hat mir gegen Ungarn zu helfen Ich bin immer noch im Krieg Die haben mir Ljubljana abgenommen Und drei meiner Söhne getötet Und weigern sich immer noch einen Waffenstillstand anzunehmen Und breche sofort auf Oh Gott Und alles was ich gemacht habe Waren Marktplätze bauen Und stolz zu sein auf das slowenische Salz Jetzt bin ich nicht mal mehr Slowenien Geschweige denn Dass ich Salz habe Sie wollten das wohl für sich Das slowenische Salz Slowenische Salz Ja offensichtlich Ja Das ist meine Geschichte Okay Und jetzt kommen sie zu dir Und Wie viele Gebiete hast du noch? Eins Eins Was? Wir kommen auch nicht gegen an Also keine Chance Willkommen im Club Das war bei mir auch so Ja Ich habe mich jetzt ein bisschen rausgewuselt Aber habe nicht wirklich Expansionsmöglichkeiten Weil unten ist Deutschland Das hat meine Ex-Hauptstadt Das ist halt mein Lehnsherr und Verbündeter Die haben in diesem Krieg Die Stadt die ich verloren habe Sich aufs schäbigste zurückgeholt Und sagen jetzt Ja wie Das ist doch Das kann doch wohl nicht Lothringer Land sein Warum willst du das denn? Das ist doch eindeutig Deutschland Jetzt stehe ich hier Aber immerhin habe ich Luxemburg Erobert und als eine Einwohner gepfählt Also I like Das ist immerhin etwas Während Sepp hier irgendwie sehr gut dabei ist Mit 1100 Ruhmpunkten Und hier Gent erobert Köln floriert Worms Ne Worms bist nicht du Aber Hannover Hier geht es ganz geil Wie es aussieht Hannover ist auch ganz nett Und ich bin gerade dabei Brügge Beziehungsweise Flandern Dann komplett einzunehmen Weil Die Franzosen Liegen mir zu Füßen Denn Ich habe seine Tochter geheiratet Die Ich glaube Die ist aber auch Minder Euer weiser Herrscher Und seine Anverwaltung Die sieht sehr jung aus Hat aber schon drei Kinder geworfen Ich weiß nicht wie alt sie damals war Aber ich glaube noch nicht so alt Ähm Naja Aber Die haben mir zumindest einmal geholfen Weil sie glaube ich gerade nicht im Krieg waren Und sie haben instant Als ich geklickt habe Also da hat es sehr gut funktioniert Ich sage Ähm Sonst hat es ja in der Vergangenheit Nicht so gut funktioniert Dass es einem geholfen wurde Weil sie meistens irgendwie selber verstrickt waren In Angelegenheiten Aber jetzt gerade habe ich die Hoffnung Dass ich nachdem ich Brügge eingenommen habe Endlich mal durchatmen kann Und drücke dir die Daumen Dass du noch Nancy wieder kriegst Ich gebe mein Bestes Und Steinwallen Wie ist es bei dir? Kriegsmäßig Ja Außenpolitisch bin ich jetzt Zum zweiten Mal angegriffen worden Äh Von Brandenburg Und dann von Polen Mir ist es aber gerade gelungen Also der erste große Krieg Den habe ich tatsächlich irgendwie Mit Mit einem weißen Frieden beenden können Weil ich irgendwie rettet Ähm Jetzt ist es mir gelungen Polen wieder aus dem Krieg rauszunehmen Einfach mit einem Separatfliegen Und jetzt Habe ich die Hoffnung Dass Brandenburg Jetzt zum Opfer wird Ich habe das schon ganz schön geplündert Und ich sehe keine Armee Und ähm Naja Versuche jetzt glaube ich So eine Belagerungswerkstatt mal zu bauen Und hoffe dass ich diese Stadt erobern kann Ich habe aber ein ganz anderes Innenpolitisches Problem Beide meiner Städte Sind durch irgendein Event Haben eine illoyale Bevölkerung Oh schlecht Oh ja minus 3 Da muss man ein bisschen Minus 14 Autsch Das ist ähm Aber ich Das kann tatsächlich Bei allen passieren Weil kleinere Ähm Gerade wenn es dir schlecht geht Die fangen dann an Sich ähm Deutschland treu Zu fühlen Bzw. Sepp hat auch eine illoyale Bevölkerung Er kompensiert es nur Mit sehr viel Plus Ähm Weil Weil die dann eigentlich Der Meinung sind Wir sollten alle Teil Von Deutschland sein Ähm Und Keinen Bock haben Auf so Viel staatlicherei Ähm Das kenne ich Das Problem Ja Ähm Und da gibt es glaube ich Ich weiß nicht Ob ihr noch andere Maßnahmen Man kann so eine Klerikeraktion machen Kulturstärken Jo das hab ich auch Gerade mal gemacht Das hab ich gerade gesehen Problem ist Das kostet 45 oder 50 Unterhalt Und im Moment Hab ich halt sehr wenig Geld So das Ja ich leider auch Äh Oh wie lange geht das Lüderweise Luxemburg Hm Wie lange geht das Ich hab das gerade angeklickt Hab das Geht so lange bis du aufhörst damit Oh das ist Ja Okay cool Hm Es hat irgendwie kaum Effekte hatte ich Also ich hab's mal gemacht Da ist nicht so viel passiert Und dann kommt das dann Plingend Weiß ich nicht Das weiß ich tatsächlich nicht Ähm Aber es ist Tatsächlich so Dass ähm Dass glaube ich So kleinere Staaten Einfach allgemein Zu stärkeren Verwandten Nachbarn neigen Ja klar Und dass man das Eigentlich ganz gut Kompensieren kann Wenn's einem gut geht Also Sepp ist ja immer noch Im Plus trotzdem Wenn's dir aber nicht so gut geht Ich hab das gleiche Problem Äh Dann kriegst du ab und an Rebellionen rein Leider Auch von mir sind sie alle sehr deutschlandtreu Die Schweine Ich hab ne wundervolle Frage an euch Wir hatten ja vorhin sowas wie nen Frauenmangel Und jetzt in der nächsten Generation Hab ich noch eine wundervolle junge Tochter Die äh noch einen stattlichen Gemahl sucht Prinzessin Hedwig Die ähm Ich möchte eigentlich nicht vorlesen Aber ich möchte's auch vorlesen Die grad heimlich Äpfel auf Passanten wirft Ähm Möchte jemand unter Umständen Vielleicht Meine Tochter heiraten Und sieht sich in einem Wundervollen Handelsabkommen Mit auch kriegerischer Unterstützung Breit Also Pia Wenn du noch Zwei, drei Minuten warten kannst Und ich Brügge eingenommen hab Dann seh ich mich da ja Das klingt großartig Auf jeden Fall Also sie ist eh noch ein Kind Deswegen passt das richtig gut Wo muss ich denn dann hin Äh laufen Warte mal Augsburg Innsbruck Das ist ganz schön weit bis zu dir Na Ja ich bin in Korinth Ich bin da direkt an Ungarn Hm Ich bin hier Ich bin lost Wenn ich äh Regensburg Warte mal auf der Map Ich muss halt auf der Map sein Politische Übersicht Da Du bist über Deutschland Und ich bin Du siehst Bayern Bayern möchte ich einnehmen Siehst du Du machst das eigentlich Nicht nur durch Deutschland Einmal durch Und dann könnten wir beide Bayern Klagen Und dann würde ich dir Ach du bist Klagenfurt Ne ich bin Ich bin Korinth Ja genau Ja genau Du bist Klagenfurt Du bist die Stadt Klagenfurt Und du möchtest gerne Augsburg angreifen oder was Ich hätte gerne Augsburg Damit ich mich von Ungarn wieder weg bewege Weil ich glaube nicht Dass ich eine Chance hab Mir Ljubljana zurückzuholen Ist denn Augsburg interessant stark Ne ist ein Einzelnes Ne Ja ja ist ein Einzelnes Die haben aber schon richtig heftige Verteidigung Ja Die haben schon Burgen Ja ja aber ich hab auch Armee Ja 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 da braucht man aber Belagerungssachen Damit wir da überhaupt mal reinkommen Ja finde ich gut Daran arbeite ich Also ich kann die Belagerung Die kann ich auch hochpushen Können ja was mit der Tochter schon mal Ja können wir ja schon mal arrangieren Ja wundervoll Das klingt toll Finde ich großartig Dann können wir weitermachen oder Ja Jawohl So ich hab tatsächlich Nicht wirklich Gute Idee Wie es weitergehen könnte Weil die Champagne Ist auch zu stark Die haben zwei Armeen Hier Ich glaube ich muss auch Erst mal ein bisschen warten Bis Krieg Ich wollte gerade sagen Wahrscheinlich macht es bei dir Eher Sinn Erst noch aufzubauen Wieder Ja ja Du bist jetzt gerade mit 25 Punkten Beutel würde ich sagen Das Blöde ist tatsächlich Das Luxemburg Ich hab's jetzt erobert Das ist eine gute Defensivprovinz Ich verstehe auch nicht woher Die die Ressourcen hatten Weil es ist halt überhaupt keine Wirtschaftlich gute Provinz Weil dadurch dass halt da Drei Burgen drin stehen Die wirft halt so gut wie nix ab Ähm Deswegen hat mir das gar nicht So viel gebracht Das zu erobern Außer halt natürlich Ein Feind losgeworden zu sein Ähm Und ein bisschen Ruhe zu haben Das ist natürlich schon gut Aber Ich hatte Truppen Leute Ich bin nicht deswegen gefallen Ich hatte Truppen Ich hatte mir echt viele Söldnereinheiten geholt Ich hatte auch echt gute Truppen Und echt viele Verbündete Aber Ungarn ist halt Ich glaub Ungarn ist wahrscheinlich Das stärkste was es in Europa Gerade gibt so Für Ungarn ist völlig irrelevant Wie viele Truppen ich habe Ungarn ist nicht richtig Ich lieg halt direkt neben denen Und wenn die sich weiter ausweiten wollen Bin ich halt eine von vielen Baustellen Wo sie drüber rennen so Vielleicht hast du Glück Dass irgendwann Deutschland Noch mal mehr dahin kommt Weil die sind ja Also ich bin mir grad gar nicht mehr sicher Ob ich das überhaupt noch überlebe Weil Ungarn einfach nicht bereit ist Ähm Den Krieg zu beenden Und die behalten mich in dieser Kriegssituation Und laufen die ganze Zeit Mit ihren ganzen Armeen an der Grenze herum Und ich warte nur bis sie halt ausscheren So Und die hören aber auch nicht auf Die Schweine Bald durchbrechen wir ihre Abwehr Okay ich dachte ja Brandenburg hätte keine Armee Aber die waren nur irgendwo verreist Jetzt kommen sie gerade mit Siebentausend Mann zurück Oh Gott An was Siebentausend Ja ich weiß nicht Das sind ein Provinzler Ja ich glaube die KI Die ist da auch Nicht so benachteiligt Nenne ich das mal Ja ich habe auch das Gefühl Dass ich gegen Ich muss einfach eine zweite Armee bauen Gegen Reims Oder Rahms Oder wie man es nennt Um die hier Ich mein Die haben auch noch so viele Kapazitäten An Bauern Die haben auch leider eine gute Armee Also Also Lieber Chat Weiß jemand von euch Als ultimativer Crack Warum ich Einberufung Nicht vernünftig sehe Beziehungsweise Wo ich das erhöhen kann Weil zum Beispiel Ich möchte jetzt hier die 500 haben Ich sehe doch nicht wie viele ich habe Ja dass die Truppen jetzt zu schmach sind Ist mir bewusst Dankeschön Das ist Das ist echt Also Was würde ich nur ohne eure Tipps machen Krass Hast du doch gesagt Der Chat wäre nett Ja war er auch gerade noch Aber das sind doch Leute Die folgen mir auch gar nicht Die gehören nicht Ach das ist Insgesamt fürs ganze Königreich Da ist es überall verfügbar Also ich könnte hier jetzt auch Stopp Ich kann nur hier bessere Truppen rekrutieren Das ist fürs ganze Königreich Oh Oh Mega ihr seid awesome Danke Leute Ist richtig Aber es wäre auch Ich hätte mich auch Ich hätte dir kein gutes Angebot machen können Weil Wir sind gerade vom Krieg mit Luxemburg Einigermaßen erholt Äh Aber ich habe jetzt wieder 5 Punkte Jetzt wieder 0 Kaum dass ich sage Gehen sie wieder auf 0 runter Das ist traurig Ich muss eindeutig mehr erobern Ey das Deutschland halt Nancy hat Ist wirklich Deprimierend Das war halt meine Stadt Wo winken die Profite Die Welt Und rast zu erobern Das ist auch wieder so scheiße Weil die auch wieder 3 Burgen haben Das heißt es ist wieder so ein Ding Das mir zu erobern kaum was bringt Aber mega kostspielig wird Ich will Ich will Nancy zurück Das war so eine richtig schöne Wirtschaftsstadt Ich möchte Ljubljana zurück Aber manchmal ist diese Diplomatie auch cool Ich habe Deutschland gebeten Dass sie mir hilft gegen Brandenburg Und dann hat Deutschland gesagt Ja okay Aber erstmal musst du mir helfen Gegen Savoyen und Provence Sowas habe ich in keinem Strategiespiel erlebt Stimmt Die haben auch so Forderungen Beziehungsweise sie haben mir zum Beispiel gesagt Hey wenn du Deutschland angreifst Dann kommt noch der und der mit in den Krieg Und ihr habt da easy eine Chance Und dann war ich so nee Warum Aber das fand ich auch cool Dass er dir direkt auch sagt Okay dann hast du die und die Partner Kannte ich jetzt auch noch nicht Und jetzt warte ich darauf Dass die da unten diesen Savoyen Krieg fertig machen Und dann war ja die Verabredung Dass Deutschland mir dann hilft Mega Mal schauen ja Nein ich habe keine Zeit für Kack Venedig Tirol Hör auf mir auf den Sack zu gehen Du hast mir meinem Krieg auch nicht geholfen Dann wird das halt Nancy ausgesprochen Ich nenn's Nancy ganz ehrlich Das ist meine Stadt Ist doch egal wie es aussieht Ist meine Stadt Das ist der wichtige Part hier Ihr konzentriert euch wieder auf die falschen Sachen Leute Ist meine Stadt Nancy ist auch Nancy Ja Scheiße Das ist alles ganz schlimm Okay Obwohl ich die ganze Zeit mit dem Kleriker meine Kulturstärke Haben jetzt die Leute in Hannover einfach gesagt So wir werden jetzt Deutsche Fick dich Ja Hä Die Luxemburger Wagen ist zu rebellieren Ey ich werde euch so niederschlagen Ich werde wirklich wie so wie Rom es mit Spartacus gemacht hat Das gibt's doch nicht Eine Straße an gepfällten Luxemburgern werde ich jetzt hier aufstellen Von Luxemburg und Straßburg Also das ist wirklich Also was die sich hier alles rausnehmen Irgendwann gibt's einfach Grenzen So Herzog Ostwald von Straßburg wird da jetzt hingehen Heute haben wir viel erreicht Wie könnten wir profitieren Also Das schaffe ich mit Leichtigkeit Das geht ja wohl wirklich nicht Unsere Armeen sind bereit eine Stadt anzureifen So rennen sie auch weg diese Rebellen So endlich Stadt angreifen zum Angriff Herren wir sie endlich Boah die Belagerung dauert aber auch echt des Todes lange Auch wenn du Belagerungssachen hast Das macht's gefühlt nicht besser Ne du bist da Also das heißt Es hat auch so eine Vorteile eben Umgekehrt hast du halt selbst sehr viel Zeit Ja ja klar Aber ich fand auch das Belagerungswaffen überraschend Man hat eben gedacht Da passiert dann ein größerer Effekt Unsere Truppen haben kaum noch Vorräte Also ich habe jetzt einfach mich entschieden Dass ich die Grenze zu Ungarn sein werde Und deswegen baue ich gerade Ich habe jetzt Hügelbefestigung in den Klarkenfurt gebaut Ich baue jetzt so viel Einfach nur Mauern Dass sie sich die Zähne an mir ausschlagen werden Deutschland will übrigens Dass ich gegen Ungarn helfe Sagen sie gerade Gegen England Gegen England Wer will gegen England kämpfen? Gegen England in den Krieg ziehen Und den Franzosen helfen Oh das geht ja ab Geil Alter England hat jetzt Ach da unten Maurice Ja Ich habe tatsächlich gerade noch eine kleine Töchter bekommen Oh Na also falls du noch eine Tochter doch Also noch ein Mädchen Irgendwann brauchst Prinzessin Rixa Wurde geboren Lernt unter Aufsicht ihres Betreuers das Laufen Das ist der Punkt den wir gerade haben Gut dann noch nicht ganz im gebärfähigen Alter Aber ich merke es mir Und Bau jetzt derweil mal wirklich ein bisschen Wirtschaft hier Komm lasst uns mit Mineralien handeln Leute Du kannst auch sehen wenn du ein Event hast Krieg beitreten Sagen dir deine Ritter Ob sie das cool finden oder nicht Und wahrscheinlich je nachdem wie du dann das machst Wird halt der Klerus und ähnliche Wo sieht man das? Direkt über den Neben den Köpfen ist so ein Daumen hoch Oder ein Daumen runter Ach das ist ja cool Oh Gott Oh Gott Die Luxemburger Was wird denn das? Oh das gefällt mir nicht Die rebellieren schon wieder Leute Die wandern die zu meiner Hauptstadt? Die wandern zu meiner Hauptstadt oder? Oh nein Leute das war's mit mir Ernsthaft Also da sind gerade Fast Lass mich rechnen 8000 Mann Die alleine von Ungarn so mal beiläufig hier rumlaufen Die einen plündern gerade Die anderen marschieren wie es aussieht Gerade nach oben Ich hoffe sie gehen weiter nach oben Die hatte ich jetzt auch schon mehrfach Also man muss da ein bisschen Ja Man muss sich erstmal ein bisschen zurückziehen Ja die reißen mir halt meine ganzen Städte ein Das hatte ich in der ersten Stunde War alles Brandt da alles Ach du Scheiße Auch alles sehr traurig bekannt vor Es brannte alles wirklich Man muss Man kommt manchmal zurück Ja das klingt aber auch böse Aber ich hab's ja auch Ich bin auch zurückgekommen Schaut mal wie ich jetzt mich an luxemburgischen Rebellen Gütlich tue Was machst du denn da mit den Rebellen? Ja nieder mache ich sie Weißt du ich hab grad eine niedergeschlagen Und direkt kommen die nächsten Also das sind wirklich treue Luxemburger Hier die äh Ach jetzt sind's ähm 11.000 Gut Pia ich würde dir ja gerne helfen Aber Ne mach das nicht Aber 11.000? Toll dass Böhmen jetzt auch dem Krieg ausgetreten ist Den ich gegen Ungarn habe Ähm ich kann das verstehen Ganz ehrlich Wenn ich Böhmen wäre hätte ich mich auch verpisst Ich hab derweil irgendwie Jetzt grad Nachdem ich zwei Rebellionen niedergeschlagen hab Sagt mir das Spiel Unser Königreich ist das stabilste Ich weiß nicht ob das wirklich ist Wie wir Stabilität definieren sollten Ähm Minus 25 Stabilität hab ich Ich hab bloß 45 Brauchst du Militär in deiner Stadt? Ey der hat's angenommen Oh mein Gott Er hat's angenommen Ich hab ihm seinen Seinen Die Geisel die ich hatte Angeboten Für einen Kriegs Für einen Friedenspakt Und er hat's angenommen Geil Oh mein Gott Er ist mit 11.000 Mann abgezogen Was? Eure Krone wird fallen Oh mein Gott Ich hasse Ungarn Okay Und jetzt versuchen wir uns mit Ungarn anzufreunden Damit wir verhindern Sofort Sofort Nein Österreich Ich greif ganz bestimmt nicht Ungarn an Wollt ihr mich verarschen? Okay Jetzt werden wir Freunde Ähm Ach Schilly McDoodle Ähm Das gibt's auch nicht So Leute Jetzt wird ein bisschen Handel getrieben Jetzt wird Profit gemacht Das gibt's Das gibt's Ich gehorche Los geht's Brecht Ihren Widerstand Das gibt's doch nicht Da hatten wir gerade mal Ruhe Und dann sowas Ich glaube Schon ein Fazit zum Spiel Also es ist auf jeden Fall schwer Wir können fremde Ländereien in Besitz nehmen Was denn? Ich glaube die Dynamik ist eine andere als in Crusader Kings Du hast es im Vergleich als kleines Volk ein bisschen schwerer Ähm Was will Deutschland? Das sowieso Sieht man Sieht man wie groß und mächtig Deutschland irgendwo ist? In der Rangliste vielleicht Weil ich bin gerade im Überlegen Ob ich mich bei Ungarn einschleimen soll Und ihnen im Krieg gegen Österreich helfen soll Also Deutschland ist Nummer 1 auf der Rangliste weltweit tatsächlich Okay Das ist dann vielleicht doch keine so gute Idee Wo ist Ungarn? Ungarn ist aber auch Irgendwie Weiß nicht Jetzt wird er nicht Ranglisten mäßig Aber Ungarn hat 3.700 Ruhm Und Deutschland hat 4.400 Nee Ungarn hat mehr als 3.400 3.700 meine ich Ungarn hat um die 11.000 Die sind ja gerade mir vorbeigelaufen Ich mein Ruhm Achso Nee ich kann mein Land nicht zurück Nicht zurück verlangen Glaube ich Ich mach mal einen Anspruch auf Paris Oh ich habe gerade Paris eingenommen Die Unruhe in einer unserer Provinzen Ist ja aber wirklich cool mit den Mit den Daumen bei den Rittern Das heißt Die sagen halt dann auch das Was zu ihrem jeweiligen Stand gehört Das heißt Du brauchst einen Ritter Das ist ja auch total cool Die beziehen sich sogar zum Teil auf Sachen im Spiel Zum Beispiel hier Mein General sagt Sie müssen sich aus den Provinzen zurückziehen In denen unsere Untergebenen leben Dann können wir reden Deutschland unterstützen Weil die ja noch Meine Stadt haben Genau Recht hast du Wo seht ihr das? Erklärt mir das nochmal Wenn du ein Event hast Dann deine Ritter oben Die Kaufmänner sagen dann Daumen hoch oder Daumen runter Was den Kaufmannsstand beeinflusst Und so weiter und so fort Und während des Events Genau Wenn du das offen hast Das ist tatsächlich ganz cool Meint ihr die Charaktere Oder der Stand da oben? Äh die Charaktere oben Lasst uns Handel treiben Ich habe einen Gameplay Freeze Anscheinend gerade Meine Facecam läuft aber noch Wie kann das denn passieren? Jetzt wartet mal Okay Wir kämpfen uns zurück ins Leben So Augsburg Augsburg und Innsbruck Das klingt nach Bereichen In die wir uns bewegen könnten Neue Geschäfte Aber ich bin halt mit Tirol Echt gut befreundet Also ich glaube Der wird das nicht so toll finden Manchmal ist Diplomatie Der beste Weg Ich soll doch hoffentlich Nicht über Dummheit verherrschen Ich habe gerade einfach Paris bekommen Wie? Ich bin schon hier Weil du da eingeheiratet hast Oder was? Weil ich da eingeheiratet habe Und ich habe einfach mal Fucking Ich habe einfach gesagt So Anspruch gelten machen Okay Jetzt bin ich gespannt Was der Rest von Frankreich Dazu sagt Ja würden sie nicht Ich auch Hätten sie Krieg erklärt Ich glaube Das ist so eine Anfrage Entweder sagen sie Ja Oder es gibt Krieg Ja Ich habe mal Ja gedrückt Aber ich glaube Die finden das erstmal Nicht so geil Aber die haben gerade Krieg gegen Deutschland Eine Rebellion und so Das Ja ich finde es nur etwas Allmählich Die Punktzahl Sepp hat irgendwie Dreimal so viel Wie wir anderen Ja aber du weißt Sobald du Krieg hast Kann Also ich hatte vorhin Als ich Krieg hatte War ich auf 400 Oder 300 runter Also Das ist interessant Da wäre ich jetzt Leute ich will jetzt Eine zweite Armee Wer ist denn der Nachfolger Von König Bela Ganz wilde Geschichte Aber das habe ich jetzt auch Ach der hat auch nur Töchter bekommen Ne Interessant fand ich das Das ist ganz gut Ich hoffe Wenn Ungarn jetzt gleich stirbt Dass ich mir dann vielleicht Also der alte Herr Dann kann ich mir Ljubljana vielleicht doch Nochmal wieder Unter den Nagel reißen Also ich meine es Befreien Befreien Ja ja Es ist ja wirklich Meins gewesen Freien ist gut Es war ja wirklich Meins Also muss man ja sagen Ich bin ja da moralisch Voll auf deiner Seite Also Ja gut Ich bin noch überlegen Ob ich jetzt vielleicht mal Bei Reims Irgendwann einmarschiere Jetzt habe ich zwei Armeen Das könnte funktionieren Was sind aber Die Beeren Armeen sind Die sind in der Stadt Wahrscheinlich Ne So Bin ich bereit Meine drei Söhne Oben aus der Liste Raus zu streichen Noch nicht wirklich Äh meine drei Brüder Meine drei toten Brüder Brüder Oh das ist traurig Habe ich immer noch oben In der Liste drinnen Und ich war noch nicht bereit Sie da raus zu streichen Wir wollen den Krieg Nicht verlieren Äh vergessen Den wir mit Ungarn Geführt haben Total perplex Ich bin sogar im Krieg Mit Frankreich zusammen Immer noch gegen England Was macht man eigentlich Mit seinen Rebellenanführern Die man gefangen genommen hat Die kannst du entweder Ein anderes Land hetzen Oder Ein guter Plan Majestät Ich glaube Köpfen Und dann kriegst du Stabilität Äh Kronautorität sogar Die Bevölkerung Ja aber dann mögen die Kulturellen Äh Bestände dich nicht Oder Ja aber man Es hängt immer Von der Situation ab Zum Teil Manchmal ist Irgendwie finden es Die Adligen geil Die Bauern nicht Wie lautet euer Befehl Warte mal So Leute ich probiere es jetzt Krieg gegen die Champagne Eine Rebellion Mega Das könntest du auch noch probieren Sepp Hast du schon Diplomaten eingestellt Ich hab einen Diplomaten Ja Bei der sollte er ja auch helfen Dass die Leute dich mehr mögen Deine eigenen meine ich Ah dann musst du den Äh Bei dir Du kannst den auf Ähm Meinungen vergessen Äh Meinungen verbessern stellen Damit kann er die Meinung Der verschiedenen sozialen Gruppen In unserem Königreich Zur Herrschaft unseres Herzogs Verbessern Frankreich unterstützt Tatsächlich die Champagne Das hatte ich erhofft Dass sie es nicht tun würden Aber Frankreich Hat ja auch Krieg Gegen Deutschland Vielleicht ist das gar nicht So schlimm Und Frankreich hat auch Gerade noch Paris verloren An Sepp Und kämpft gegen England Komm Vielleicht kriegen wir das Irgendwie hin Wir schauen einfach mal Kann ich nicht Ungarn irgendwo anders Mit meinem Dings da auswählen Wir wollen Beziehungen verbessern Ah Ungarn hat uns ausgewählt Jawohl Ey Wenn Deutschland mich unterstützt Will es dafür ganz Luxemburg haben Tut mir leid Das Du hast doch noch ein Land von mir Was willst du jetzt meins So jetzt warten wir mal ab Ob Frankreich jetzt kommt Jetzt will Deutschland Dass ich ihnen helfe Aber ihr wollt mir nicht helfen Nee Das ist der Klassiker Ja Sie wollen zwar was Aber du kriegst nichts dafür Ja Gut aber ich glaube Reims ist ein bisschen überfordert Gerade Ich weiß auch nicht Ob Frankreich Kommt Frankreich hat ja gerade Stress Mit England Ich weiß nicht Ob die so in der Lage sind Frankreich ist richtig am Arsch Ja Das ist glaube ich gar nicht so schlecht Für mich Da werde ich jetzt von versuchen Zu profitieren Majestät Also du kannst hier gerne Südfrankreich holen Ich würde mir dann Hier das nördlichere Von mir holen Ne Ich finde das gut Aber du willst jetzt nicht Champagner holen Wissen die Leute schon Dass ihr sie so aufteilt Also gerade will ich mir Champagner holen Weil sie direkt bei mir ist Genau Achso okay Das ist dein Plan Und danach können wir gerne gucken Wie wir es uns irgendwie aufteilen Du kannst auf jeden Fall Calais haben Weil das ist ja dann Eine Und Rouen Das verbindet ja dann Dein Also Paris mit deinen Ländereien Ja genau Und vielleicht hol ich Mir irgendwie Dijon Oder sowas Ja Burgund Sieht doch ganz gut aus Burgund ist auch ja Wir schauen einfach mal Erstmal muss ich jetzt mal gucken Ob ich überhaupt Drang kriege Ich wollte gerade sagen Erstmal musst du es überleben Ja ja genau Aber bislang sieht es gut aus Die haben anscheinend Nur eine Armee Ähm Das heißt ich habe Meinen Zeitpunkt wohl gewählt Und Frankreich ist Im Stress mit England Ähm Deswegen Und ich mache auch gerade Ganz gut Profit Mein Volk mag mich Ich glaube das ist Läuft Ist gar nicht so schlecht Hier gerade Langsam wird meins Langsam wird Wenn auch sehr langsam Ja Äh Aber ich muss jetzt erstmal Diese Burgen hier holen Dann mache ich jetzt auch mal Ein bisschen den Plünderer Das haben die jetzt auch mal verdient Diese KI Schweine Nach allem was sie mir angetan haben Ich bin immer noch gespannt Ob Deutschland irgendwann zerfällt Weil der lädt sich schon einiges Am Kriegen auf Habe ich den Eindruck Ja Wir haben die feindlichen Eindringlinge vertrieben So Also hier bin ich jetzt erstmal Ein bisschen am Mal schauen Ob die sich noch leisten können Noch eine Armee Wenn sie zwei Armeen haben Wird es ein bisschen schwieriger Jetzt haben wir direkt die nächste Rebellion Ich renne hier von einer Rebellion zur nächsten Einfach Ja ich auch Was ist denn hier los Wir ringen einfach alles nieder Vielleicht hast du etwas zu viel erobert Das kann natürlich passieren Ja aber meine eigenen Ländereien Fühlen sich Deutschland mehr zugehörig Das ist doch total dumm Manchmal ist Diplomatie Ja aber das ist mal was Pia meinte Meinungen verbessern Machen wir mal Sie werden eure guten Absichten erkennen Das war doch ein guter Tipp von Pia glaube ich Ja Ich brauche eine größere Schatzkammer So Ich brauche eine größere Schatzkammer Das ist absolut richtig Oh Gott jetzt kommt hier Frankreich Verdammt Möglicherweise müssen wir uns jetzt gleich zurückziehen Aber gucken ob der überhaupt kommt Oh ne verdammt Jetzt hat die Champagne Hat noch zwei weitere Armeen Die waren irgendwo in England Und kommen jetzt zurück Ach Mist Ich dachte ich schaff das So Okay dann müssen wir jetzt hier Die Belagerung aufheben Die Entziehung des Kreuzungs Wieso wollen die immer mehr Geld von mir haben? Okay jetzt haben wir hier Einen Standoff anscheinend Was macht ihr jetzt? Ich warte gerade nur drauf Dass Ungarn endlich seinen Herrscher verliert Dass der endlich stirbt, der alte Kreis Ich fühle mich wie bei Crusader Kings 3 Wo ich dann anfange drüber nachzudenken Wie man helfen könnte Dass er schneller stirbt Oh Ja äh ich meine Spione gibt's ja auch Äh Das hab ich mir auch gerade gedacht Rebellen plündern unsere Siedlung Herr So jetzt haben wir hier so ein Mexican Standoff Mit der Champagne Scheiß jetzt plündern die mich Kann da nicht noch irgendwer Bis zum letzten Mann Okay Deutschland ist wirklich Wenn sie nicht Wenn ich ihnen helft soll Wollen sie Luxemburg haben Bisschen Gift ins Essen mischen Ja ich Also Wir konnten die Meinung unserer Armee stärken Die Rebellen in unserem Land wurden besiegt Herr Der Adel Alter wir haben sogar Legitetruppen jetzt hier Mensch Ihren ehrlosen Hund von Anführer erwischt Das gibt's doch nicht Also im Moment ist es echt wild was Rebellion angeht Komm dann richten wir mal hier so einen hin Hinrichten im Sinne von töten oder Ja Nein so ein Rebellen Anführer Ja Ja das lohnt sich richtig Muss man abgeladen machen Was meinst du jetzt machen Was lohnt sich Ja die Rebellen hinzurechnen Das powert halt die Kronautorität Und für die zahlst du sonst ja Irgendwie unendlich viel Geld Ich mach das auch mal Ja Das meint halt Der Klerus findet das halt nicht so geil Tatsächlich Aber der Klerus hat bei mir eh schon Minus 10 Und das ist dann egal Weil weiter als Minus 10 geht nicht Das stimmt Du glaubst dass Minus 10 nicht geht Weiter als Minus 10 nicht geht Mit Freundschaften oder was Ne mit Klerus Also mit deinen Mit deinen Leuten Ach so Ich dachte du meinst gerade Den Ich bin bereits Die Einstellungs Beziehungseinstellung Und ich schau da gerade runter Und bin auf Minus 762 Mit Ungarn Ne 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 Wir jetzt gerade mal Ob vielleicht Ich probier das jetzt mal Mit diesen Rebellionen In einem anderen Land Okay die ist Okay die ist zwar Möglich Aber ziemlich schwach Ich hab ihn jetzt in die Champagne geschickt Äh Was machst du denn da Ach du Greifst gerade Reims an Ich hab Ich hab das mal getestet Wenn du einen Rebellenanführer In Gegnerland schickst Ähm Der kriegt dann aber leider Ne recht schwache Armee Und da standen halt schon drei Aber ich wollte das mal sehen Wie effektiv das ist Aus irgendeinem Grund Hat halt hier Reims Ja also das würde ich nicht angreifen Da laufe ich gerade durch Um meine Rebellionen niederzuringen Und aua Ja als ich da Als ich da reingegangen bin Hatten sie nur eine Armee Und dann kamen aus irgendeinem Grund Ich weiß nicht was das hier ist Also zwei Also 10.000 Würde ich jetzt Nicht so Die haben Die haben Die haben fünf Die haben fünf Armeen Jaja Ähm Wie unterhalten die denn bitte Mit einem Mit einem Bauernhof Erledigen wir diesen Abschaum Die Frage ey Ist die langsam geplündert Die Schweine Der Feind Plündert eine unserer Siedlungen Für die Krone Zurück zur Burg Nachgetan Ausgeglichen Oh das ist aber doof Habe ich mal doch Die Verstärkung vorher geholt Mist Vielleicht kann ich jetzt hier mal Moment Okay Derweil Graff ich Ausdruck alleine Angriff Mit meinen Armeen da rein Ausgeglichenes Aua Ohne Gold Ne die Schlacht ist gleich vorbei Schade Hätte ich ein bisschen schneller Machen müssen Dass ich derweil Eine von den kleinen Armeen Abfische Wer ist denn noch ein Holy Shit Wer ist denn noch hier Also Deutschland ist ein Feind von Raas Und Und Hm Aber Deutschland will halt nicht Deutschland will mir nicht helfen Oh Gott Bayern hat ja nen Pakt Gegen mich Mit Deutschland Tirol Und Österreich Ach als ob Die haben echt nen Verteidigungspakt Gegen mich Warum Wieso Diese ganzen Armeen Hier Das ist schlimm Warum hat der so viele Armeen Ich mach einfach Oh Weitere Truppen sind gekommen Um uns zu helfen Ich tu jetzt mal Deutschland sagen Ich helfe euch gegen Venedig Vielleicht ist das dann Die nächste Rebellion Das gibt's doch nicht Ich renne nur von Rebellion zu Rebellion Das ist doch jetzt nicht dein scheiß Ernst Was ist überhaupt dieser Krieg Gegen Venedig Warum habt ihr den immer noch Und dann Kann ich vielleicht schnell mit Venedig Irgendwie einen Sonderfrieden Unterzeichnen Ah ne will er noch nicht Okay Deutschland ist jetzt ganz gut dabei Bei Venedig Vielleicht schaffen die das schnell Die Armeen von Raas Das sind übrigens keine Bauernmilizen Weil das im Chat gesagt wird Das sind alles Truppen Tatsächlich Gute Truppen Teilweise auch schon aufgelevelt Der hat einfach über Zeit Richtig viel Truppen gebaut Das kann ich ja auch weitermachen Da war nochmal Einen dritten Marschall Oh ich hab jetzt noch einen krassen Armbruchsschützen Geil Okay So cool Ja Ich bin literally Ich kann Österreich nicht angreifen Weil Österreich ist auch in diesem Verteidigungspakt Den quasi Bayern mir gegenüber gestartet hat Während ich von Ungarn überrannt wurde Weil das auch Weil hier von mir definitiv ganz viel Gefahr ausgeht Ich kann halt nichts angreifen Ich kann Deutschland nicht angreifen Weil Deutschland ist zu stark Ich kann Ungarn nicht angreifen Weil Ungarn ist zu stark Ich sitze genau dazwischen Bayern Hat einen Pakt gegen mich Mit Tirol bin ich befreundet Österreich ist in dem Pakt gegen mich Das heißt ich muss halt nach Genua runtergehen Wenn ich irgendwas angreifen möchte Das macht auch keinen Sinn Bosnien anzugreifen Heute werden die Geschäfte laufen Ach das ist alles scheiße Wirklich Das klingt aber auch wirklich nicht so geil Ohne Gold sind wir machtlos Aber ähm Ja wenn ich es mit den Rebellen hier mal in den Griff kriegen würde Nee wir können auch Wir können auch Bayern nicht angreifen Weil Bayern hat mit Deutschland ein Bündnis Wenn ich es angreife Müscht ich Deutschland ein Deutschland ist wirklich ein Problem Leute Nein Ungarn Und ich sitze zwischen Ungarn und Deutschland Was passiert eigentlich wenn ich Schwaben Das ist eine gute Strategie Dieses Rebellenpakt plündert uns aus Schwaben mag mich tatsächlich Wir schlagen innerhalb der Mauern unser Lager auf Wir gehen jetzt hier hin die Platten Mh ich bin auch gerade Ich bin etwas Sitze etwas fest Ich würde in unserem Land entdeckt So Ich müsste irgendwen noch auf Reims werfen Aber es ist niemand da Schwaben Wie wäre es mit dir Ist es so viel stärker Bessere Truppen zu haben Weil ich habe jetzt 2500 Leute in meinem Ding Aber alles Jetzt keine Bauern mehr Damit kann ich dann 5000 Bauern Kumpiden oder was Ja das ist schon deutlich stärker Erledigen wir diesen Abschaum Okay Aber gut 5000 Bauern ist auch nach Hause Ja also jetzt um mal einen Vergleich zu haben Weil ich jetzt noch nicht so ganz den Vorteil sehe Von da irgendwie das so weit auszubauen Oh dankeschön Äh Steinweilen Dadurch dass ich Mineralien von dir importiere Mein Name ist ganze Goldsäcke wert Wo winken die Profite Der Handel lässt alle profitieren Export und Import liegen mir im Blut Was darf ich halt auch nur von Provinzen umgeben bin Die haufenweise Burgen haben Ich kann halt nicht mal ein bisschen was plündern Oder sowas Boah ich könnte hier mal ein Dorf plündern Aber dann werfen sie ihre beiden Armeen auf mich Und die sind genauso gut wie meine Profit ist mein Leben So ich hätte mir jetzt auch mal aktiv einen Krieg erklärt Oh gegen wen? Oh Steinweil Gegen Böhmen Ich dachte die hatten so viele Truppen Ja die haben irgendwas verloren Ich glaube an Pol Oder an Ungarn Und jetzt habe ich die Chance gewittert Wen? Gegen Böhmen Ah ja Böhmen Hat gegen Ungarn alles verloren Dass sie versucht haben mich zu unterstützen Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten Ja das ist gut Freut mich Ja danke Frankreich erwartet dass wir Kent angreifen Wir werden bald reich sein Also ich habe gerade Kent dazu gebracht Dass sie mich gegen die Champagne unterstützen Mal schauen ob sie das machen Aber England mag mich immer noch nicht Ich verstehe das nicht Sein Kent angreifen Kent ist doch nur ein Land groß Böhmen bittet mich gerade um Hilfe gegen Meißen Und? Was machst du? Ne 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 Oh jetzt bin ich in haufenweise Komischen Unterstützerkriegern Ja ich auch gerade Richtig reudig Also Frankreich und England Geben sich richtig auf die 12 Ja Übelst heftig Warum kann ich die Champagne mal irgendwie gegen England helfen Und ich nutze es dann aus? Die Meinung unseres Adels hat sich verbessert Das wäre doch mal gut Die Bebellen in unserem Land wurden besiegt Herr Wir haben den feindlichen Armeeführer gefangen genommen Okay Wir haben eine Siedlung gegen den Feind verteidigt Oh Verbindung getrennt Oh Sepp ist raus Du müsstest tatsächlich einfach wieder reinkommen können im Multiplayer Der speichert Also der sieht Meine Güte ist das aufreibend Ja wirklich Was passiert hier die ganze Zeit? Also gerne auch in den Communities Hier wird sich schon mobilisiert Um selber Community Matches zu starten Ich glaube Also erneuter Verbindungsaufbau passiert jetzt nicht Meint das ich müsste einfach rein joinen oder was? Du müsstest einfach rein joinen können im Multiplayer Die Kampagne solltest du noch im Menü sehen sogar Ah ja Lobby beitreten Dann als Sachsen Kampagne kann erst starten Wenn alle Spieler in der Lobby sind Ah okay Bei mir steht ihr seit offline Klingt nach einem Steam Bug Ja aber das Spiel ist ja gespeichert ne Also das war ja super Wir hatten das ja getestet Ich guck mal eben was Steam zu mir sagt Steam sagt Ich bin zumindest online Und ihr seid auch online Das Spiel läuft Wisst ihr Sepp hostet aktuell die Kampagne Ne ich glaube sonst hoste ich das dann Also ich kann quasi den Speicherstand starten und laden Ah okay Möglicherweise muss ich speichern und einfach nochmal neu aufmachen Genau ich glaube das ist es Das kann ich aber gerne machen Weil sonst hoste ich glaube ich Das können wir machen Moment Das gehen wir alle ins Menü ne Ja Genau Dann gehe ich in den Multiplayer Aber ich sehe die Kampagne hier noch Und ihr seid mir noch alle angezeigt Wenn ich jetzt Lobby betreten mache Versucht mal ob ihr jetzt alle reinkommt Äh ihr müsstet eigentlich nicht mal den Code brauchen Sondern ähm Das merkt sich das Ding als eigenen Feldzug Was tatsächlich ganz cool ist Das finde ich ein sehr komfort Sehr schönes Komfort Feature Ich bin wieder drin ja Genau Der Host Ich glaube bin ich bei dir drin Ne ich glaube nicht Ja dann hast du die falsche Lobby gewählt Also da steht dann in dem Ich habe oben halt Ich kann eine Lobby suchen Oder halt die Kampagne weiter spielen Kampagne von Maurice Guck mal ich geh nochmal raus Guck mal Steinwallen ist wieder reingekommen Sonderbarerweise Geh nochmal zurück Also bei mir steht Große Kampagne 6.12. Genau und da kann ich draufklicken Und dann Lobby beitreten drücken Genau Und oben musst du Maurice bestehen Als der Inhaber der Kampagne ist Ja Inhaber Ich bin Host aber Also hinter meinem Namen Steht das Zahnrädchen Das ist total komisch Ja seid bei mir auch offline Wenn ich das richtig so sehe Okay also Shriop ist noch drin Ich meine ich kann mal versuchen Ob ich dich rausschmeiße Ich kann einfach auch nochmal rein Ähm Join mit dem Lobby Code Ich glaube das geht nicht mehr Ich kann den auch nicht mehr kopieren Weil die schon gestartet ist Die Kampagne Ist egal Der steht ja Probier's mal gerne Let's try Seit dieser Kampagne bereits beigetreten Ich würd's halt mal rausschmeißen Die Kampagne ist aktuell offline Ne warte mal Ich starte einfach das Spiel neu Jetzt Probier das nochmal erstmal Kann sein dass bei mir einfach das Spiel Ähm Oder Steam dann offline gegangen ist Und äh Weil nicht dass er wenn ich ihn rausschmeiße Er gar nicht mehr reinkommt Ich fuhre mir mal im Wasser Jawohl Achso Ja aber ich muss mal sagen Wir haben jetzt kurz mal Pause Also es ist erstaunlich spannend Es ist bloß ein bisschen Singleplay Es ist äh Ein Überlebenskampf Wie im Chat gesagt wurde Ja es ist wirklich ein Überlebenskampf Ähm Aber ich find's mega Also ich find's wirklich gut Weil ähm Jeder hat so seinen eigenen Struggle Und wir sind gar nicht so Er picht da drauf Uns die ganze Zeit auf die Fresse zu geben Sondern jeder hat so seinen Struggle Aber wächst Knights of Honor Und verliert Und Also du hast Du hast gar nicht so die Notwendigkeit Dass du dir äh Gegenseitig auf die Fresse geben musst Um Content Also um Interaktion zu haben Jetzt bin ich auch wieder da Liegt aber glaube ich auch ein bisschen daran Dass wir halt alle überhaupt nicht schnell genug wachsen Dass der Platz knapp wird Also Ja genau Das ist aber Es ist wirklich Was sehr anderes als zu Zelda Kings Wo es mega easy ist Von einem einen Provinzland zu wachsen Was ja eigentlich immer ein bisschen komisch war Und hier ist halt wirklich so Ja ne du kannst halt nicht einfach Jetzt irgendwie Wie auch ich ne Kann ich einfach ein Vosal von Frankreich erobern Na gut das gehen zu LK3 auch nicht Aber auch sonst ne Du bist halt ein bisschen Äh Schwieriger Ähm Und Man muss vielleicht eher sogar Bisschen zusammenarbeiten Um der KI noch Herr zu werden Aber nun Äh Ich bin wieder bereit Äh Du bist auch wieder drin Das äh Das finde ich echt eine coole Funktion Dass das so eine Lobby tatsächlich speichert Ähm Und du mega easy wieder reinkommen kannst Äh Also bei Du bist jetzt durch den Bug rausgeflogen Aber ich finde das insgesamt sehr praktisch Ja es funktioniert halt Und das ist wichtig Wenn jetzt einfach es nicht mehr gehen würde Wäre es mega frustrierend Für ein Multiplayer-Match Neues wäre es ein bisschen No-Go für ein Multiplayer Ja Und leider Äh Muss man sagen Kommen heute zu Tage ja auch Spiele Genau in diesem Zustand raus Und hat eine diplomatische Botschaft erreicht Anderbot aus Holland So Wie Wie kriege ich jetzt hier Äh Okay ich muss jetzt einfach weiter Armee ballern Äh Ich logge mich ein Und ich habe direkt zwei Meldungen Wie sich Wie sich noch gegen mich In einem Verteidigungspakt Verbündet haben Ich kann mich nicht bewegen Ich kann mich nicht bewegen Ey derweil bist du halt hier am Wachsen Und am Wachsen Das ist echt Der Klassiker Kann ich vielleicht mal irgendwie die Champagne runtergehen Um gegen den Dschihad zu helfen Oder sowas Okay jetzt muss ich fucking Krieg führen Den ich gar nicht wollte Nur weil Frankreich mich da reingetrieben hat Ich hasse es Eine gute Strategie Hate you Majestät Wir haben eine Verbesserung abgeschlossen Ich freue mich so Ich kriege einen Verbündeten Und dann ist es nur Bayern hilft jetzt gegen Venedig In diesem Krieg von Deutschland Wo ich auch drin bin Der niemandem was bringt Scheiße Ah Ja Leute holt euch doch halt Venedig Was tut ihr denn da Ihr steht da mit 10 Armeen Wobei Venedig gehört schon Tirol Achso Ja ich hab gerade Meine Hilfe angeboten Aber Venedig hat noch Irgendwie so eine Die haben so eine andere Gammelstadt Wo man ewig hin muss Nach Nach Ljubljana Zadar Und die kriegen sie irgendwie nicht Ljubljana meinst du Oder wo Achso Zadar unten Genau Die muss man wohl erobern Um Venedig noch zu besiegen Und das kriegen sie nicht hin Deswegen zieht sich dieser Krieg so sehr Obwohl man eigentlich weit überlegen ist Ich hab mich jetzt im Krieg angeschlossen Weil ich kann auch einfach Nichts machen mehr Also ich bin gegen die Wand gespielt Quasi ich konnte mich in keine Richtung mehr bewegen Ich muss jetzt drauf warten Dass der Oh der Dude in Ungarn ist gestorben Oh sehr schön Ich muss auch drauf warten Dass irgendwer einen Fehler macht Voll hat es dem Krieg gegen uns beigetreten Ich raste aus Was Warum Ist Ungarn immer noch so stark Ja ne Hat sich nichts dadurch verändert Dass die gestorben sind Ja das ist nicht ganz so wie in Crusader Kings Dass dann sowas zerfällt Du hast dann Minusstabilität für eine Weile Aber es ist deutlich machbarer Also das schwächt ihnen nicht automatisch riesig Ich hab jetzt drei Armeen Immerhin schon mal Und allmählich geht mir leider die Nahrung aus Mehr kann ich jetzt büderweise nicht unterhalten Weil ich halt Weil Luxemburg so ne karge Provinz ist In der es nichts als Burgen gibt Was machen die Holländer jetzt mit ihren 4000 Leuten Fahrrad fahren Ja wirklich I don't get it Ist das schön mal Kriege zu gewinnen Wenn es auch nicht meine eigenen sind Glaub ich Meine Bevölkerung ist halt auch 100% Deutschland Treu Das ist auch Nochmal so ein Faktor Über den wir glaube ich Irgendwann nochmal reden müssen Also Mein Charakter ist gestorben Lol warum Irgendwann gibt es auch Altersschwäche hier Tatsächlich Der war doch noch jung 1300 Ja mein Herr Jetzt kann ich meine Schwester nicht mehr verloben Mit Sepp Oh Hät man keinen Zugriff auf seine Geschwister bei den Verlobungen? Äh ne Du kannst sie dann noch als Agenten rekrutieren Oh ist das ätzend Aber Ist ja wirklich doof Unser König ist tot Was unser König ist tot? Oh mein Gott Oh mein Gott Weil mein Charakter ist auch einfach scheiße Wir gelten nicht mehr als großartig Also wirklich scheiße Den hast du dir als Erben erwählt? Nein Das war der einzige Junge den ich hatte So ja dann Mein Lud war auch noch nicht alt Als der gestorben ist Also wirklich nicht Seine Scheiße Jetzt habe ich auch keine Bündnispartner mehr Alles was ich gerade versucht habe Mit Deutschland aufzubordet Ist einfach weg jetzt Das gibt es doch nicht Oh ist das ätzend Ätzend Ich habe auch Ich habe auch jetzt Jetzt ist natürlich mein scheiß Ober-OP-Dut gestorben Eure göttlichen Pläne werden aufgehen Ja Und wenn die schnack sind Das tut weh ne Boah Alter Ich war so krass eigentlich Und jetzt auf einmal so Ey die wollen immer ne Provinz von mir haben Dass sie mir gegen die Champagne helfen Die Deutschen sind so gierig Das ist schlimm Der Patsch möchte das Wir Einen Kreuzzug machen Natürlich Das mächtige Meißen Du sollst mal einen selber machen Ja Das hatte ich noch nie Immer von Bislang wollten sie immer Geld Zum Alpohadenreich Die sind eines reichen Welt Klar kein Problem Schick ich mal eben eine meiner zehn Armeen vorbei Jetzt mach ich halt kein Plus mehr geldtechnisch Weil mein Neuer Herrscher ist ein Kind Und das ist noch dazu dumm Ich fühl das sehr Ich stell mir gerade die Das Meeting im Vatikan so geil vor Ja Werden wir jetzt Zeit für nen Kreuzzug Ja gute Idee Ist immer auch ne gute Idee Wohin? Ja vielleicht zum Al-Mahidenreich Ja auch gut Ja wer Wer sollte den ausführen? Und dann holt jemand Deutschlandkarte raus Du Meißen vielleicht Warum nicht Meißen? Ich hätt echt so Tatsächlich ist übrigens Kurz der Hinweis Weil er auch im Chat gerade kommt Das Spiel Just erschienen Für alle die es Und euch Mich holen wollen Es gibt auch bei uns allen Findet ihr Links im Chat Also ich würde nicht In Twitch-Panels In Tweets Und sonst wo Wenn ihr den Streamer Eurer Wahl supporten wollt Was ihr natürlich wollt Weil ihr schlaue Gute Wohltätige Leute seid Könnt ihr darüber Darauf gehen Und Aber natürlich Habt ihr diesen Stream Dann im zweiten Fenster noch offen Und Hört uns beim Heulen zu Wie viel schlechter wir spielen Als ihr derweil wahrscheinlich Leute Zwei Sterne auf Religion Und null auf Spionage Also Das ist ja ein totaler Versager Das ist ein kompletter Versager Ich hätt ihn gerne Ich hätt gern behauptet Das ist nicht meiner Aber das ist der einzige Den ich hab Leute bei mir gibt es erst mal Rosinen Wie wärs damit Leckere Rosinen Die haben kein Salz mehr Das war ein Jubiläne Das gehört jetzt Ungarn Wollt mal Ich hab fehlende Mineralien Äh warte mal Ich warte gespannt Auf eure Befinde Kriegt das denn jetzt hier wieder hin Was? Spion Wenceslaus Rebelliert Export und Import Haben die den gegen mich aufgehetzt? Ist das Ist das etwa Ein feindlicher Agent? Ein guter Weg Kampferfahrung zu sammeln Fürwahr Macht sie alle nieder Versorgen wir sie Was bedeutet die Kiste Neben den Anführern der Rebellen? Ähm Ja Dass ich halt eigentlich Eine Ware Sonst immer von meinem Haupt Von meinem König Von Steinwallen Äh importiert habe Was jetzt aber nicht mehr geht Und ähm Oh Diplomatische Missionen Rom Ja Let's go Ähm Warum nicht Wir wissen mit diesen feinen Herrschaften aus Unsere Handelsroute steht Handeln mit Meißen aufgebaut Sehr gut Und dadurch dass ich jetzt mit Meißen handel Kann ich da wieder Mineralien importieren Die ich brauche Um halt was zu produzieren Und das ist jetzt weg Dadurch Mega Ja Okay Leute Jetzt kommt's Die Champagne Will den Krieg Sie wollen unsere Schwachheit ausnutzen Weil die Rebellen hier gerade sind Aber wir haben mehr Truppen als sie Das wird jetzt spannend Ja Wir sind zu einer großen Die Champagne ist in Luxemburg eingefallen Was kämpfen die denn jetzt hier für ein Willen Jetzt lass mal gucken Wo Wo kommen die Wo fangen wir sie ab Mit unseren Leuten Der Dschihad ist vorbei Ich glaube immer da die Dschihad war Ey Für die Ehre Angriff Oder das ist ein anderer Kampf Oder tut mir aber leid Okay Ab geht's Also gerade so Bezirke einnehmen Ist wirklich Wirklich schwer geworden Okay Das ist relativ ausgeglichen hier Das wird sehr sehr spannend Können wir derweil vielleicht schon mal Ein bisschen plündern gehen Oder brauchen wir die Armee Um hier dann aufzuwischen Okay Das wird jetzt richtig heftig hier Das wird jetzt richtig heftig hier Oh Gott Oh du hast auch wieder neun Ja dann mach ich mal nicht Angriff Und Ein Handel Krass man dann noch Böhmen Fleht mich schon wieder an Zu helfen Was tust du mit den Armen da oben Steinweilig Ja die werden bald verschwinden Dann flehen sie dich nicht mehr an Wir machen jetzt plus 1 Gold Leute Plus 1 Gold Alles ist gut Wir gewinnen die Schlacht Ja Dann gehen wir mit denen jetzt hier plündern Komm Plündern Plündern bringt Geld Es wird so ein Pyros Sieg Dass wir am Ende auch nichts mehr haben Aber immerhin gewinnen wir die Schlacht Dieser komische Venedig Krieg ist auch endlich vorbei Jetzt wird es wieder ausgeglichen Oh Gott Nicht dass wir doch noch verlieren Ich will trotzdem plündern Ich will dieses Dieses Dorf hier muss jetzt wirklich mal brennen Man kann Truppen Damit sie sich erholen Nur in Burgen packen Die tun sich auch nicht automatisch erholen Du musst doch noch Geld dafür zahlen Genau Müssen sie dafür in der Burg stehen? Ja in der Stadt Wo du Sianen hast Ich hab zwei Burgen Ich hab zwei Truppen Und nur eine Stadt Ich werde diesen heiligen Pfad beschweren Ja semi-optimal Diese Armeen löschen sich hier komplett gegenseitig aus Das ist ein richtig übles Also das Spiel kann man mit Crusader Kings und Europa Universalis Schon vergleichen Oh shit Das kostet mich 30 30 So viel haben wir ja im Leben nicht Es ist ähnlich Aber ich würde sagen Es unterscheidet sich auf jeden Fall Auf jeden Fall Der Krieg ist deutlich schwieriger Ähm Ausgezeichnet Majestät Wir haben unseren Krieg gewonnen Majestät Aber es geht auf jeden Fall in die Richtung Ey Sepp du gehst ja echt ab Wieso? Ich hab jetzt halt Kent eingenommen Weil ich sollte die angreifen Also Ja Äh Jetzt sind die ausgelöscht worden oder? Jo Kent ist tot Huh Was ist das denn? Lass uns beten Okay Jetzt wartet mal Ihr bitte weg hier Endlich mal wieder in einem Bett schlafen Wir haben die Beziehung zu einem anderen Kündigreich verbessert Während diese Belagerung hier läuft Alter Okay Wenn dein Hauptdude Diplomat ist Ist es aber auch wild Weißt du was auch wild ist? Wenn dein Hauptdude nichts ist Ja das ist Aber ich dachte Mensch scheiße Mein Erbis Diplomat Das ist so ein Crap Aber So schlimm ist es dann zum Glück doch nicht Was macht euch Sorgen? Das klaut dir sehr viel Geld Ein Händler ist glaube ich schon wirklich so Eins der geilsten Sachen Oder halt so ein Schlachtführer Seine Exzellenz der König Und seine erlauchte Familie Oh Gott Jetzt haben wir direkt jetzt eine Rebellion Das ist gerade wirklich nicht Eine gute Zeit dafür Leute Du musst doch eigentlich diese Belagerung hier brechen Habt ihr schon so Monarchie Sachen gekauft? Also ähm Ne nicht Monarchie Wie heißt das? Ähm Ja ich hab eine Tradition für Infanteriestärke Hab ich mir geholt Weil ich mir dachte Das ist vielleicht notwendig Hey Maurice? Jawohl Ich wurde von der Champagner gefragt Ob ich nicht mit denen geil sein möchte Und dann muss ich aber denen helfen Gegen Lothringen Das fände ich nicht so gut Haben wir nee gesagt, ne? Das finde ich sehr ehrenwert Ich hoffe das siehst du Ich sehe das Ich sehe das Aber bist du gerade im Krieg mit denen? Oh die greifen dich gerade an Jaja die sind gerade voll bei mir Das dürfte ich aber hinkriegen Ich muss gerade noch diese Rebellen hier weghauen Ähm Dann wird die Belagerung ihnen ein bisschen wehtun glaube ich Weil ich jetzt gleich hier zwei Armeen reinsetzen kann Ihr habt doch jetzt schon Erfahrung Wie bringt man jetzt hier Städte und der Kontrolle am besten? Also mit dem Kleriker klappte das ganz gut Oder du hast halt einen sehr starken Feldmarschall Und dann hier Ordnung sorgen? Genau Feldmarschall, Ordnung sorgen Wenn das weniger als 50% ist Dann würde ich über den Kleriker nachdenken Weil der hat immer 50% Oh Das ist doch super ey Jetzt tun wir die hier richtig Die Champagne richtig brechen Jawoll Und der macht die ganze Zeit Meinung verbessern Ja so will ich das So will ich das Leute Kommt hier Frankreich mit einem Trupp Stark ist in Deutschland so Ich glaube immer noch ziemlich stark Bei denen ist man Was schwer einzuschätzen ist Ist dass sie ständig so viele Kriege haben Dass man nicht weiß wie handlungsfähig sind sie wirklich Weil wenn ich jetzt sage Okay ich möchte aus meinem Basalentum austreten Dann werden sie vermutlich nein sagen Und dann wird es spannend Würde mich interessieren wie schlimm das wird Also Sepp ich muss dir auch sagen Auch mich würde das interessieren Ähm Aus purer akademischer Neugierde Wie viel Krieg haben die denn? Die haben echt viel Krieg Die haben drei Kriege Genua, Savoyen und Brandenburg Ja das ist aber noch überschaubar Hm Ich würde mir jetzt mal Holland angucken Ich würde es auch ansetzen Ja ja Haben wir die Champagne ein bisschen besiegt Aber die können sich schnell wieder aufbauen Oh ich habe einen französischen Ähm Menschen gefunden Lösegeld wäre halt mal ganz geil Oh ein Prinz wurde Oh geil Fest mal Let's go Alle mögen mich Und jetzt richten wir nochmal jemanden hin Wir haben unsere Kronautorität erhört Aber das Problem ist bei der Champagne Die wird ihre Armee direkt wieder auffrischen können Das heißt Ich glaube wir haben ihren besten Anführer gekriegt Davon werden wir profitieren Okay machen wir das erstmal Abgerichtete Pferde und Fässer Das sind fucking abgerichtete Pferde Ja Ich Politische Übersicht Ich finde das toll Die Kronautorität wird so geballert durch Vernichtete Rebellen Das ist wundervoll Ich war eben gemutet Du kriegst Pferde in der Kaserne Aber abgerichtete Pferde Jaja du kannst quasi in der Wenn ich nicht doof bin Kannst du in der Kaserne Stelle bauen Und da bekommst du dann Hier werden Zugpferde und Schlachtrosse Achso Ja aber das müsste trotzdem glaube ich das sein Die Stelle Sind unter Kaserne Ja da kannst du halt die Einheiten Die Kavallerien machen Und für Lehnsritter die schwere Kavalleriesachen Ne das ist quasi die Pferde an als Ware Als Dass es angebaut wird quasi Das ist das Ey Papst Kreuzzug Nicht gerade so eine gute Idee Ganz ehrlich Ich kann nicht mal nachgucken gerade Weil ich hab nicht genug Geld Um nochmal was Neues freizuschalten Und was zu bauen Ey Deutschland Du willst mir nie helfen Und jetzt kommst du auf einmal wieder an Ey Nee Ich find das so komisch Wenn du dann in einer Weiß ich nicht Markt Was baust Wird das automatisch Für alle anderen mitgebaut Ja Ist das teilweise auch so ultra teuer oder was Genau Man zahlt halt die Kosten mit glaube ich nochmal quasi Ich glaube ich muss die Belagerung meines Plünderns gleich abbrechen Weil ich nicht genug Ressourcen hab um sie auszuzuhren Was darf ich für euch tun Sprungern Jetzt will Böhm Frieden Aber jetzt geben wir ihnen keinen Frieden Vernichte sie Ja Okay Das sieht ja jetzt schon mal ganz gut aus In welcher Stadt Was brauche ich jetzt So hast du noch eine Armee Die sich jetzt direkt hier bewegt Wenn ich komme Oder ist das alles was du hast Der Diplomat hat unsere Beziehungen verbessert Er hat noch was Ich wusste es Okay Wir locken ihn wieder zu uns Komm her Der Papst will Dass wir einen Kreuzzug jetzt anführen Gegen die Teufel in Tamduld Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten Wie wär's mit nein Papst Ich weiß Du meinst es gut Aber nein Die Welt steht euch zur Verfügung Und ich hasse dich Was denn da Ach da Es gibt Realtelf Schlachten In dem Spiel Die gehen nur im Multiplayer Modus Leider nicht Genau Aber ich hätte sie vermutlich Auch ausgeschaltet Wenn es ginge Weil das ja tatsächlich Sehr nervig wäre Wenn immer einer zuschauen muss Oder zwei sogar Auf Armeevorräten Muss er auch mal achten Ach Gottchen Also die Holländer Haben einfach eine Armee Irgendwo rumstehen Und die Läuft einfach Out of Und die steht da Irgendwann Gut also Schritt für Schritt Ringe ich die Champagne Nieder Nieder Während Ich glaube ich würde Ich glaube du brauchst Und die Champagne An meinen Burg An meinen Burgmauern Zu brechen Bist du gemein Bei mir hat das nie funktioniert Die sind immer weggelaufen Dann Burgund Ich muss mal ein bisschen auf Mehr Militärskillen Weil ich tatsächlich Das Problem ist Ich kann noch nicht ganz nachsetzen Wie ich das gerne hätte Weil ich dafür nicht genügend Einberufungspunkte Generiere Wir haben halt diese zwei Burgen hier Das ist jetzt aber auch richtig doof Aber die Stadt Wäre halt schon geil zu haben Weil die ist auch stark Das wäre echt mal ein Vorteil Danach wäre ich ein bisschen Handlungsfähig endlich Wir werden in Gold schwimmen Jetzt kommst du mir so Wie läuft denn dein Krieg Steinwallen Erstaunlich gut Die Böhmen Die Böhmen sind Ja besiegt Ich muss jetzt nur noch ein bisschen plündern Und Ja Breslau einnehmen Ist mein Ziel jetzt noch Sehr gut Also Ein kleiner Durchbruch ist erreicht Aber Ich wage jetzt gar nichts Irgendwie zu jubeln Da kommt bestimmt gleich wieder Der Angriff von Polen Und dann stehen hier wieder Zehntausend Leute So läuft das So läuft das In der Tat Weitere Truppen sind gekommen Um uns zu helfen Und Pia Wie läuft es bei dir Mit deinem Begabten Herrscher Ich hasse alles Nein Ja ich kann halt Ich kann halt nichts tun So Ich sitze halt zwischen Ungarn und Deutschland Wir sind halt ultra stark Alle Länder drumherum Die eigentlich mit mir verbündet waren Haben alle Verteidigungspakts Gegen mich geschlossen Obwohl ich niemanden Angegriffen hab bis jetzt Das heißt Ich kann auch nichts angreifen Ohne automatisch Mindestens Deutschland Anzugreifen Ich hab einen Ich hab einen Der nichts kann Ich hab in meiner Stadt Alles ausgebaut Was geht Um nochmal was auszubauen Brauch ich 4000 Gold Und ich mach 22 Gold pro Runde Ach du Scheiße Ich kann einfach nix mehr tun Und ich warte gerade einfach nur noch drauf Dass Ungarn draufkommt Dass es mir das zweite Ding auch noch wegnimmt Und ich musste auch meine ganze Armee Ich hatte ja 4000 Mann Ich musste die gerade alle auflösen Weil ich kann sie nicht erhalten Seitdem mein König damit Mitte 30 gestorben ist Weil mein Dud nutzlos ist Und ich den Handel nicht aufrechterhalten kann Es ist echt Pain Und ich werde die ganze Zeit von meinen Nachbarn dazu genötigt Dass ich Ungarn angreifen soll Weil Ungarn bösartig ist Und wenn ich darum bitte Dass ich Gold oder Unterstützung bekomme Heißt jedes Mal Ja, machen wir Wenn du Ungarn angreifst Okay, cool Verdammt Kann ich dir denn sonst noch helfen irgendwie? Ich glaub nicht Außer jemand von euch hat Bock Deutschland anzugreifen Deutschland jetzt nicht so Aber Sepp hat doch ein bisschen Bock Deutschland anzugreifen Ja, Deutschland ist ja auch so eine Sache Also wenn ich jetzt zum Beispiel Mich freispreche von Deutschland Dann bringt das ja Pia auch nix Weißt du? Das stimmt Ich bin halt in dieser Zange zwischen Ungarn und Deutschland Und ich habe halt keine Chance Weder gegen Ungarn oder Deutschland Nicht mit diesem einen Pissland, das ich hab So, das ist halt Pain Pain, Pain Und jetzt könnte ich mir Oder wir machen halt irgendwie alle gemeinsam Einen Angriffspakt gegen Ungarn Das ist ja noch möglich Das schaffen wir trotzdem nicht Wir verlieren trotzdem gegen Ungarn Ja, mit Geld würde Ich weiß nicht, ob Geld Pia jetzt so direkt helfen würde Nee, Geld bringt mir gar nichts Weil ich kann mich ja nicht bewegen Ich hab ja auch Deutschland bietet mir 7400 Gold Dafür, dass ich Ungarn angreife Aber das ist was soll ich tun So, ich verliere den Krieg Und dann bin ich mein letztes Land auch noch los Das stimmt, das stimmt Das ist super kacken Ja, ich überlege auch gerade Wie man dich gut supporten könnte Weil ich hab jetzt auch bald wieder Zumindest ein bisschen Handlungsspielraum Nachdem ich jetzt hier Die Champagne, die schon wieder um Frieden winselt Ich kann nicht Ich hab schon versucht Einen Bündespakt mit Deutschland zu machen Die geben mir aber kein Land Das bringt nichts Ich kann auch nicht direkt wieder mit Ungarn Frieden machen oder sonst was Die hassen mich immer noch Ich arbeite seit 30 Jahren gefühlt daran Dass sie mich weniger hassen Und sie sind mir immer noch feindlich gestimmt Und währenddessen sind die alten Herrscher Die Krieg geführt haben schon gestorben Und die hassen sich immer noch Das ist alles super schwierig Das ist sehr, 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 sehr schwierig Oh, warte mal Die Holländer haben einen Spion zu mir geschickt Er wurde hinter dem Vorhang ertappt Der gegenwärtige Dschihad wurde beendet Wow, was kann ich damit machen? Möge Gott diese Stadt mit Reichtum segnen Möge Gott euch schützen, Herr Den freilassen, das verbessert die Beziehungen Und der Adel mag mich auch Möge euch die Sonne den Weg weisen Oh Das kann ich leider nicht tun Zu euren Diensten, Majestät Das kann ich leider nicht tun Gut, ich glaube aber wirklich Die Champagne ist erledigt Das ist doch endlich mal was Hast du eigentlich immer noch Du hast immer noch Paris, Sepp, ne? Die haben das dir nie abgenommen Ich bin auch mega cool mit den Franzosen Ich habe auch direkt wieder eingeheiratet Ist das geil Also ich werde Frankreich einfach Irgendwann so übernehmen Glaub ich Interessant, wenn wir das weiter ausbauen Davor wurde ich jetzt unwollentlich in den Krieg gegen Ungarn Und dann mit reingezogen von Tirol Wundervoll Wie geht das denn? Weil ich habe einen Verteidigungspakt mit denen gestartet In der Hoffnung, dass sie dann reagieren Wenn Ungarn mich nochmal angreift Und jetzt haben die Ungarn angegriffen Scheiße Das ist Katastrophe Gut, das Schöne ist Jetzt kann ich das Geld von Deutschland annehmen Sein Extenentster König Und seine erlauchte Familie Ich habe nur Mädchen geboren Das ist aber bitter Ein fremdes Volk bereitet uns Probleme, Majestät Verdammt, wo ist es? Eine Rebellenarmee belagert eine unserer Städte Ach, als ob jetzt auf einmal wieder Rebellionen hier ist Möge euch das Licht den Weg weisen Ach, ich komme nicht drauf klar Eine Rebellion fremder Loyalisten bedroht unsere Provinzen Das gibt es doch nicht Ach, das ist lieb Lasst uns beten Wie schlimm ist die Garnison hier? Oh, tatsächlich Relativ schlimm sogar Packt die mal ab und dann gehen wir hier hin Okay, aber das wird sich dann auch langfristig lohnen Abgerichtet Pferde Dieses Rebellenpakt plündert uns aus Eisenbraurig Da nur schnell hin Weil das Hier unsere Truppen verlieren Ach, plündert Hannover? Oh Gott, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen Was? Du wirst geplündert? Ach, da oben Oh mein Gott Deshalb Ja, ich werde geplündert Das ist so am Ende meines anderen Meines Reiches Und ich habe es einfach nicht wegen dem Overlay gesehen Franzosen kommen mir sogar freiwillig Es gibt keinen Frieden mit der Champagne Es gibt niemals Frieden mit der Champagne Wir gewinnen das jetzt, Leute Endlich Ja Sie Das ist aber auf 5000, ey Ja, es ist jetzt allmählich Ja, den habe ich gut aufgelegt Ich habe ja sonst niemanden, wo ich das reinballern könnte Ich wollte gerade sagen Können deine Ritter eigentlich sterben? Ja, glaube ich auch Also, nee An Alter meine ich Das weiß ich ehrlich gesagt nicht Weil ich habe ja immer noch die Ersten quasi Manchmal ist Diplomatie Ich glaube aber, die haben Alter Wenn dahinter steht, steht Erwachsen Ja, stimmt Bei den Kindern, ne? Also Gott sagen Bei mir Also Ich habe die schon so lange Wie lautet euer Befehl? Ich glaube, die können nicht sterben Also glaube ich halt auch nicht, ne? Ist eigentlich geiler, die dann zu leveln Gut, am Anfang vielleicht deinen ersten Herrscher Aber dann lohnt sich das auf jeden Fall, dir auch zu leveln Naja, beim Herrscher lohnt es sich deshalb Weil der immer sofort auf Level 3 geht Bei jeder Fähigkeit Stimmt Stimmt Tradition Stimmt Auch wertvoll So, also Leute Jetzt guckt euch mal an Wie wir hier Majestät Wir können Der Adel feiert das auch Nur der Klerus ist immer Da bin ich immer unbeliebt Ähm Oh, Frankreich Was? Oh, da ist wieder jemand gestorben Oh Das könnte ein Erbschaftsanspruch sein Was soll denn das denn? Kalee, Kalee, Kalee Das ist Frankreich, oder was? Erbschaft beanspruchen Oh, Kalee, das ist aber ein schönes Land WTF Warum will niemand mit mir Heirat machen? Komm mal, direkt Nicht-Angriffs-Park Komm, können wir direkt vermählen Nee, schade Egal Ich hab endlich auch mal eine Hochzeit Ich hab mich mit Deutschland vermählt Geil Ja, bei Deutschland hab ich die Chance verpasst Ich wollte die Tochter unbedingt heiraten Und ich hab's ganz knapp verpasst Einfach, leider Die Welt steht euch zur Verfügung Einer unserer Ritter beherrscht keine Provinz Oh Wir haben die Meinung unseres Klerus verbessert Einige unserer Lande werden nicht regiert, Herr Der Papst hat zum Kreuzzug Kreuzzug gegen Venedig Ja, das ist historisch Ne, historisch Venedig hat eher mitgemacht Und Waren nicht so die tollsten Sachen, die dann passiert sind Kämpft mit Ehre Deutlich, also die Bauern sind gar nicht so kacke mehr geworden hier Don't like it Uns hat eine diplomatische Botschaft erreicht Champagner möchte die Krieg gegen Lothring nicht sehen Ich dachte, du hast ihn jetzt platt gemacht Er ist noch gleich weg Ah, 1600 bieten sie mir jetzt auch Die nehm ich zuerst mit Die nehm ich zuerst mit Also ich mein, was? Ja, natürlich nehm ich die mit Du hast ihn doch jetzt kaputt Ja Die sind eh gleich weg Dann kriegst du einfach gratis Geld Ich wollt grad sagen, jetzt hab ich 1600 Also Das ist easy money, das hätt ich auch gemacht Also das war ja free Kann man nichts gegen sagen, Sepp Gebe ich mir offen zu Majestät, mein Herr, unser Adel ist zufrieden mit uns Mein König hat gerade ohne meine Erlaubnis wegen geheiratet Lang lebe der König Was? Ja, halt, ich hab grad einfach ne Meldung bekommen Ach toll, ihr habt geheiratet Was? Geil Ich hab aber niemanden geheiratet Ja, das machen die, wenn du das lange unbesetzt hast Damit du auch Kinder bekommst Damit du das nicht vergisst Ah Ich vergesse doch nicht zu heiraten Aber ich wollte mir mein Weibesbild selbst aussuchen Schande Alter, die Rebellion zum Niederzuringen hat jetzt voll viel Was ist euer Wunsch? Rebellionen sind tatsächlich gar nicht so schlecht zu haben ab und an, witzigerweise Die bringen dir sehr viel Stabilität, wenn du sie niedermachst Ähm, sind sehr einfach zu besiegen Und, äh, und du kriegst auch noch Geld, wenn du einen Anführer hinrichtest Ja Ja, und vor allem Kronautorität Ja Meine Kronautorität ist ziemlich hoch, ähm, obwohl ich nie groß Geld dafür ausgegeben habe Weil, ähm Weil ich so viele Rebellionen, irgendwelche komischen deutschen Loyalisten hatte Die, die immer wieder angekommen sind Ich mein, ich find das aber toll, dass Sepp halt Schritt für Schritt quasi Frankreich wird Weil dadurch Frankreich selbst immer schwächer wird Und Frankreich will ja immer mir ans Bein pissen Ähm Also, das ist eigentlich, äh, lieber Sepp als Frankreich Sagen wir so Das ist aber lieb Ich werde sämtliches Gold für euch herauspressen Eine neue Konstruktion wurde abgeschlossen, Herr Nice, jetzt haben wir Metallbau, das ist ja cool Krass Für die Krone Für die Krone Ey, ich hab grad so einen Killerprinzen bekommen In allem ist er gut Ich hätte auch gerne einen Killerprinzen Er ist, er ist, er ist nur kein so großer Diplomat Alle belegt Er ist super gut als Spion Ja, das hatte ich auch Und aus dem hab ich einen Diplomat gemacht, weil, naja Ja, Spionage bin ich auch nicht so ein Fan davon Die ist zu teuer, die ist für später Ich mach mal einen Marschall aus ihm So, wie kriegen wir das hin, dass du jetzt mal hier Unruhen beenden wäre doch ganz toll Das hat nicht sollen sein Ach nee, das geht nicht mehr Unbrüch Lull Was aber echt komisch ist, dass man im Krieg so krass irgendwie in den Punkten runtergeht Ich weiß gar nicht, was das Spielprinzip dahinter Ich glaube, vielleicht wegen der Stabilität Ja, möglicherweise Die gibt ja ziemlich viele Punkte Und du kriegst echt viel Kriegserschöpfung mit der Zeit Das könnte sein, dass das daran liegt Eie Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten Sofort So Leute, ich sag's euch Die Champagne Die Champagne hat immer zu Lothringen gehört Auch wenn Lothringen selbst nicht mehr zu Lothringen gehört Ich muss aber echt sagen Irgendwann muss ich gegen Deutschland vorgehen Weil dass der mir wirklich einfach meine Stadt nicht wiedergeben wollte Ja, vor allem nervt Deutschland Weil der kassiert richtig viel Geld, ne? Ja Wie viel kriegt der? Also bei mir sind's Ich hab insgesamt 195 Einnahmen Und 50 davon gehen an den Souverän Also ein Viertel Wo steht denn das bei den Ausgaben? Warte mal Äh, wenn du Genau, wenn du die Ausgaben kriegst Ausgaben Ja, 175 kriegt der von mir Tribut an Souverän Ja, der nimmt Also ich weiß gar nicht, wie viel Geld du machst Wenn das dein Tribut ist Aber ja Der kassiert ne Menge Also ich bin immer noch der Meinung Sepp, es wäre interessant Ich werd das auch Ich werd das auch Wenn ich jetzt Holland Ich würde jetzt mal Holland Ähm Versuchen Ja, mein Herr Wie lautet euer Befehl? Eine gute Strategie Aha Sofort Okay, also die Armeeverräter Füllen sich gar nicht automatisch auf Eine Verbesserung wurde abgeschlossen Falls jemand von euch das Bedürfnis hatte Sich aus Deutschland zu lösen Wäre jetzt der Zeitpunkt dafür Warum? Weil ich Deutschland gerade dafür bezahlt habe Und ihnen dabei helfe Venedig anzugreifen Und sie dafür Ungarn angreifen Oh Also du machst ja voll die Intrigen Voll geil Es ist natürlich eine Gelegenheit Wäre nicht vielleicht Ich möchte meinen Ich möchte meinen Salz zurück Ich sag's euch ganz ehrlich Wie es ist Ich mach das nur wegen meinem Salz Wäre dies nicht vielleicht der Zeitpunkt Sich Nancy zurück in die Umarmung Lothringes zu holen Nancy, bitte schön Ja, Nancy, stimmt Wir nennen es Nancy Oh, ich könnte sagen Deutschland greift Lothring an Das finde ich eine super Sache Was? Das ist das falsche Venedig Nein, das ist nicht das falsche Venedig Hä? Es gibt nur ein Venedig Aber würden sie das machen? Ich bin mit denen verheiratet eigentlich Mit Deutschland Das wäre schon schädlich Oh, es ist ein Ärgernis Ständig das Kindermädchen für Sachsen zu spielen Ihr könnt eure Unabhängigkeit haben Aber ihr müsst noch einen kleinen Preis zahlen Unterstützung im Krieg gegen Ungarn Und Krieg zwischen Brandenburg und Deutschland So leicht geben sie die Unabhängigkeit Krass Das ist doch Das nehme ich doch Ja, was? Geil Geil Bayern bietet ein Nicht-Angriffspakt Bayern? Pia, magst du Bayern oder nicht? Ich habe mit Bayern auch ein Nicht-Angriffspakt Gerade, weil ich eh nicht anders kann Ich kann nicht alle Schlachten führen Ja, aber zukünftig könnte ich da vielleicht sonst irgendwann mal helfen Achso, ja, aber zukünftig Du kannst da ruhig erstmal ein Nicht-Angriffspakt annehmen Alles gut Ich versuche gerade für mich irgendwie mir Ljubljana wieder zurückzuholen Und hoffe, wenn jetzt alle mit Ungarn Krieg führen Dass das vielleicht dann sogar funktioniert Dass ich mir Ljubljana wiederhole Ich meine, ich würde auch mal gucken, wie es mit der Unabhängigkeit aussieht bei Deutschland Wenn das bei Sepp so einfach geht Kannst du bitte mal hier jetzt Champagne wegschnitzeln? Die sind gleich weg Keine Sorge Alter, das ist heute so lange Es ist halt eine Belagerung Ich weiß doch auch nicht, warum Die brauche ich auch noch Alter Wie hat Sepp das jetzt gemacht mit der Unabhängigkeit? Einfach gefragt Und dann haben sie gesagt Ja, wenn du Ungarn angreifst Ja gut, aber Sepp ist auch, glaube ich, eine andere Hausnummer, ne? Ja, leider Manchmal ist Diplomatie der beste Weg Aber trotzdem Ich meine, Fragen kostet ja nichts Also ich könnte nicht so einfach Ungarn angreifen Herr Ungarn muss ich auch nicht angreifen Ich muss denen nur helfen Militärisch gar nichts für Scheiße Ich muss euch ausrotten, Leute Es ist leider die einzige Wahl Macht es Sinn, einen Händler auszubilden Auch wenn er Null Sterne auf Wirtschaft hat? Nee, oder? Ich hoffe, weil mein König hat auf gar nichts Punkte Was? Also gefühlt Ich hoffe, dass es irgendwas trotzdem bringt Wow So Leute, jetzt gibt es hier noch einen Belagerungsbruch Von 5000 Mann gegen 1000 Was mache ich denn jetzt? Also du bist da im Krieg Die Franzosen sind im Krieg Deutschland ist im Krieg Ungarn angreifen Ich meine, du könntest mal gucken, ob du dich jetzt... Also ich soll Ungarn angreifen, Pia Das wird dir helfen? Wenn du Ungarn beschäftigt bekommst Ich möchte mir halt Ljubljana unten zurückholen Das habe ich ja auch aus dem Wort Das war jetzt eine legit Frage Also wenn du Bock hast, dir mit mir Ljubljana zurückzuholen Wäre das unfassbar geil Also ich kämpfe ja sowieso gegen Ungarn, weil ich wegen Deutschland gegen Ungarn kämpfen muss Ja, das wäre übel Das wäre übel nice Ich habe auch 4500 Mann da unten Gerade Und das wäre, also das wäre cool Ich hoffe jetzt einfach nur, dass ich nicht... Ich will jetzt auch gleich mal checken, wie das mit der Unabhängigkeit ist Wenn sie mir auch sagen, auch gegen Ungarn Dann gehen wir alle gegen Ungarn Das fände ich ganz geil Oh, gehen die da um? Die sind jetzt auf mich? Getötet, nice, mega Jetzt habe ich aber negative Sachen bekommen, weil ich denen nicht so geholfen habe Ey, das Spiel ist teilweise auch schon recht smart, ne? Du bekommst nicht mit all diesen Wengs, der ah, voll der coole Cheese-Move, den ich hier machen kann Und dann, ja ne, wir haben doch schon gemerkt, dass du hier versucht hast, die Spielmechanik auszunutzen Du kannst doch gar nicht nachfragen, sondern du musst das quasi die Unabhängigkeit ausrufen Unser Allianzführer hat mit den Feinden Frieden geschlossen Ja Und der Krieg ist vorbei Krieg mit Bannenburg ist beendet Jetzt habe ich nur noch Krieg mit den anderen Dulis hier in Ungarn Ja Aha, ich gehe erstmal Gassi mit Weiß ich nicht, wie viele ungarische Dudes das sind Warum sind die denn jetzt alle hier auf meiner Seite? Oh Gott, Österreich wird da gleich Oh mein Gott Ich bin in dem schäbigen Palast eingetroffen So, jetzt will ich bitte hier noch dieses Gebiet auch haben Und dann schauen wir mal, wie das mit der Unabhängigkeit hier so steht Alter, ist da hinten eine fette Schlacht, ey, das gibt's doch gar nicht Unsere Kaufleute sind zufrieden mit uns, Majestät Ja Ich glaube, man muss schon ganz schön Power in der Hinterhand haben Holy shit Hast du es gerade probiert, Steinwollen? Nee, habe ich nicht Ich habe mir nicht getraut Wer wagt es? Das Spiel hat mich schon so oft so richtig Ja Sag's jetzt nicht Wir wissen alle, was du sagen wolltest Ach, du Schande, ey Läuft der Krieg gegen Ungarn? Ich bin noch nicht mal beim Krieg gegen Ungarn Ich bin noch bei Ich kümmere mich um meinen Teil der Verabmachung mit Venedig Weil ich kann nicht allein in Ungarn reinmarschieren Da unten laufen 10.000 Mann So Weil ich auch nur zu nah Richtung Ljubljana gehe, sind sie alle da So, ich brauche die Belage Wir haben eine diplomatische Botschaft Sie laufen auch bei mir wieder in meinem Gebiet durch die Gegend Auch bei meiner Hauptstadt Das fühlt sich nicht so toll an Nicht mal ich kann das tun So Kann ich irgendwo Fässer importieren? Bei mir, immer noch Stimmt Du kannst auch bei mir Fässer holen Ich habe auch Fässer Nee, habe ich nicht mehr, stimmt Ich hatte Fässer Okay, Deutschland habe auch welche Ich habe den Handelswert dafür gar nicht, leider Was? Ich kriege 6.000 Gold, wenn ich den Franzosen gegen England helfe Oh Wow Das ist eine Ansage Wow I take it Wow Kreuzfahrer Lukas hat Venedig Ach, jetzt ist der Krieg mit Venedig vorbei Ja, und ganz Weil Okay Krass Super, jetzt habe ich das umsonst gemacht Wie lauft euer Befehl? Deutschland will ein Verteidigungspakt gegen Frankreich Ja, das finde ich ganz gut Ach, scheiße Nein Was? Ach, ich wollte eigentlich meine Beziehung mit England verbessern, um da ein bisschen Das auszubauen Ach du Scheiß, England ist so viel stärker als Frankreich Ja, Frankreich ist ja Also du bist ja inzwischen die Hälfte von Frankreich Ach du Scheiße Jetzt greifen die Frankreich ein Scheiße, ey Mega, da habe ich mir ja was eingeheims Das hätte ich vielleicht ein bisschen double checken sollen Double checken Dammit Ich finde dieses Spiel ratsam, ja Also Frankreich ist Mit mir Zusammen Nur 20% so stark wie England selber Scheiße Politische Übersicht Könnt ihr aufhören Meine Sachen zu plündern, bitte? Psch Was machen die da? Das wäre jetzt so die Frage gewesen Nein, nein Okay Ja Vielleicht kann ich mir dann jetzt als nächstes hier Das Ist es möglich, dieses Spiel zu gewinnen? Ja, bei Sepp läuft es ja richtig gut Also Ey, Sepp könnte heute legitim noch die echte große Siegbedingung schaffen Ab 5000 kannst du dich ja von anderen Weltherrschern, äh, zum Weltherrscher wählen lassen Sepp hat jetzt 3000, wir haben noch ein bisschen Zeit Respekt Stimmt Das ist legitim eine Möglichkeit, die heute passieren könnte Lauft er mit Ungarn nach Deutschland und fängt da oben jetzt Krieg an? Damit ich hier unten Zeit habe, das einzunehmen? Ich habe jetzt gerade Krieg gegen England Aber Oh, und Steinwallen hat Böhmen gebrochen, wie ich sehe Pia, was bräuchtest du? Es ist immer nur die gleiche Geschichte Ich versuche immer noch Ljubljana zurückzuholen Und ich versuche zu verstehen, wie sich die Ob das Zeitfenster, das ich gerade habe, ob das reicht, bevor seine Armeen wieder hier vorbeikommen Aber ich vergab mich, dass es reicht Lasst uns die Vorräte auffüllen und ruhen Ähm, und was müsste ich dann machen, um dir, äh, zu helfen? Ist immer noch der Krieg, ist immer noch Ungarn Ungarn ist das Problem Das heißt, ich müsste von mir aus bis zu Ungarn laufen Ja, theoretisch gesehen Ach, ich kann Ljubljana angreifen, oder? Du greifst doch selber Ljubljana gerade an Ich greife Ljubljana an, in der Hoffnung, dass ich es einnehme Ja, gegen die, das schaffe ich Das Problem ist, dass da überall Armeen von Ungarn rumlaufen Und ich muss jetzt schon abbrechen Oder was? Wenn du das könntest Du könntest dir Packs holen, zum Beispiel Packs Was? Weißt du, dass du da auch was einnehmen möchtest? Das wäre direkt daneben Nicht so viel Warte mal Oder du holst dir unter Meißen Da ist gerade Armee auch von denen Aber nicht so viel Brünn Oder wie heißt das? Naja, es müsste Brünn sein da Du meinst von Ungarn? Jaja, genau Kann ich das überhaupt? Das kann ich, glaube ich, gar nicht Weil ich im Krieg nur durch Deutschland bin Aber ich könnte dir in Ljubljana helfen, dass du das auf jeden Fall durchziehst So Wie lange brauchst du noch, um das angreifen zu können? Unser König ist gefallen Also hier steht Belagerung läuft Und wo sehe ich denn, wie lange das noch geht Gewinnt deutlich Du musst 50% der irgendwas haben Ihr werdet euer Gold nicht umsonst aufgeben Oh Gott, jetzt will Deutschland Straßburg erben Und greift mich dann an, wenn ich ihnen das nicht gebe Ach, die Nahrung hier, das braucht noch Das ist die Erbfolge Ne, Nahrung nicht, das andere Ist das Ich überzeuge sie schon Ah, jetzt habe ich eine Rebellion Geil Sollen wir los? Ja gut, dann, Deutschland Möchten wir der Rebellion helfen? Also das mache ich nicht Also die Hauptstadt sollte die Rebellion nicht schaffen Die kriegen es nur hin, diese Nebensiedlungen zu zerreißen Ähm Ich glaube nicht, ich glaube es hackt Deutschland Ich habe, ich habe Moment, ist jetzt die Armee von dem König Verschwindet die, wenn er stirbt, einfach? Oh, das ist hart Dann ist ja ein König als Marschall totaler Schwachsinn Ja, weil der dann gefangen genommen wird, ne? Ne, weil er ist gestorben einfach Ja gut, das ist ja noch schlimmer Das ist ein alter König ein Problem Aber wenn Marschall erlebst wird oder gefangen wird, dann wird die Armee immer weg Ja, klar, aber beim Herrscher ist es gerade runter, ne? Oh, das ist mega cool Also es dauert ein bisschen, weil es echt weit Okay, da muss ich jetzt eine neue Armee ausheben tatsächlich Das ist wirklich weit Das ist hart Guck mal, bei der Belagerung, Pierre Ah doch, da steht es doch Ich kann es doch selber sehen, okay Oh nein, sie kommen Oh nein, sie kommen Oh Gott Die kommen über Klagenfurt gleich von rechts von der Seite Aber sie stehen noch in Österreich Oh Gott, aber ich glaube, wenn die da oben in Wien mit dem Plündern fertig sind Dann wandern die runter Die kommen nämlich gerade von oben, da sind nochmal 4000 Mann Geil ist, Deutschland hat gerade eine Rebellion in Nancy am Hals Das heißt, die wollen jetzt Straßburg haben, aber ich glaube, das wird jetzt umgekehrt laufen Ich kann nicht abhauen, Leute Das ist meine letzte Chance Ich muss Ljubljana reinnehmen Ich kann nicht nur im Kreisrennen die ganze Zeit Ich muss die Armee auflösen, wenn ich das nicht schaffe Das wird nichts Wartet mal, wir Wir unterbrechen diese Bründerung Immerhin ist die Rüstung jetzt noch stimmig Ich meine, am Anfang wollte ich ja gar keinen Krieg führen Und jetzt führe ich nur Krieg Die ist in meiner Armee gerade Die ist gerade bei Bären Ja, ich setze extra vor der Map, weil da sieht man sowieso nicht viel Also die Map ist so winzig Kann ich denn mit dir noch so Diplomatie und so vorher machen, Pia? Ähm, bestimmt Wird das nicht irgendwie Sinn machen noch? Bestimmt, lassen wir mal gucken Anbieten Handelsabkommen kann ich dir anbieten, zum Beispiel Achso, du hast mir gleichzeitig auch was geschickt, glaube ich Angebot aus Deutschland Oh, jetzt ist natürlich mein Handeln mit Deutschland weg Dann lass uns doch mal mit Meißen handeln Was macht mein Dude denn gerade gar nichts? Ich sollte weiter Deutschland Ich erwarte einen großen Empfang Ähm Oh, Prinzessin Halunka Also deine Tochter Haluka Sieht ein bisschen aus wie Wednesday aus der Serie Oh Gott Ist das so? Majestät, wir haben eine Verbesserung abgeschüttet Obwohl das gerade sass Vielleicht kann ich auch endlich mal wieder heiraten Nee Ach, das ist alles blöde Ach, die hasse Hey, das ist halt so geil Das ist halt so geil, dass Deutschland gerade hier eine Rebellion nach der anderen hat Ich habe nach meiner Ankunft bereits mit dem König gesprochen Nachdem sie mir diesen Erbfolgekrieg erklärt haben Ich liebe es Also England ist übelst strong Unser Diplomat hat die Verbindung zu einem anderen Königreich gestärkt Wir sind immer noch da oben Das ist gut Oh, wenn ich also Ljubljana zurückkriege, wäre halt richtig krass Also ich habe jetzt noch extra 4000 Gold ausgegeben Um dich besser zu unterstützen Weil ich habe jetzt Frieden mit England Damit die mir nicht in den Rücken fallen können Oh, das ist sehr lieb, danke schön Das macht, glaube ich, mehr Sinn Damit ich nicht Angst haben muss, dass die mir in den Rücken fallen Aber meine Truppen sind echt langsam Ja Okay, da unten ist eine Augenhöhe Nein, wieso wurde der Krieg gegen Ungarn beendet? Warum? Ich weiß es nicht Oh Mann, ich bin auch gerade da Ja, er wurde einfach beendet Ich glaube, Deutschland hat ihn beendet Nee, Deutschland hat ihn noch nicht beendet Aber bei mir ist es einfach weg Warum? Ich habe doch nichts weggedrückt Ich habe einfach nur die Meldung bekommen Krieg ist beendet Warum? Erklär dir einfach nochmal den Krieg Kannst du dich mal Krieg erklären War, glaube ich, irgendwie ein zahter Haar Irgendein Kreuzfahrer hat da eine Provinzfahrer Ich glaube, das war irgendwie der Kriegsgrund Wir wollen jetzt alle zu England Hä? Ein Brief vom Papst ist eingeschraubt Was ist das denn passiert? Lasst uns beten So Geil, jetzt machen wir den ganzen Scheiß nochmal Ich habe keine Das gibt es nicht Also meine Kultur ist so weak Also entweder bin ich England Oder ich bin, äh Ewige Freundschaften gibt es nicht Deutschland Das ist einfach total dumm Dieses Spiel Mopft mich wirklich, ja Der Klärost hasst mich Okay, wo kann ich noch was bauen? Also bei Nancy verlieren wir echt gut Truppen Das ist nicht so günstig Da müssen wir uns nochmal zurückziehen Und die Vorräte vielleicht Waffen und mal Belagerungswaffen bauen Tatsächlich Salz und Fässer Wo bekommt man Salz her? Die Welt steht euch zur Verfügung Ich dachte, Pia hat Salz Ja, ich habe es gleich wieder Wenn ich Ljubljana habe, habe ich wieder Salz Ja Alles Salz, das du möchtest, Sepp Alles Ich habe ganz viel Salz Ich habe sogar selber Salz Ich habe sogar Salz Ohne dass ich Ljubljana habe Mein ganzes Mein ganzer Spielstand ist Salz Zurück und diese Die Bevölkerung rebelliert Nice, Rebellion Diese Aufwellen muss ich brechen Silberschleister Wo kriegt man denn Salz her? Mit derweil mal Ach, kostet 5000 sogar Ah Ja, okay Norsi ist leider sehr stark Das hat eine echt krasse Garnison Da brauche ich noch bessere Armee Wir bringen Gerechtigkeit Ähm, Pia Ich dürfte jetzt da sein Ist das richtig? Ja Ja, ich bin da Eine fremde Kultur breitet sich In einer unserer Provinzen aus Ach, scheiß England Ist das deine Armee da unten, die da steht? Jawohl Warte, ich habe meine Karte wieder verloren Wir sind aber noch nicht verbündet, ne? Ich weiß noch nicht so genau Ich weiß noch nicht so genau Wird ein deutscher Armee bei Sprache Ich kann dich, glaube ich, auch nicht darum Bitten Ich kann dich nicht darum bitten, dass du mir hilfst Mitzumachen, weil ich eh schon im Krieg mit denen bin Aber ich habe überall Rebellen Ah, ich habe überall Rebellen Das ist einfach die ganze Zeit Da, kriegst du Geld, ja In Ljubljana mache ich das mal nicht, ne? Wir haben einen neuen Verbündeten in unserem Krieg Schwaben ist dem Krieg in Ungarn beigetreten Das ist aber doof Oh, Königreich Stabilität minus 20 Eine diplomatische Botschaft erhalten Was? Majestät Wir haben eine Verbesserung abgeschlossen Wir haben unsere Kronautorität erhöht Herr Eine Rebellion fremder Loyalisten bedroht unsere Provinzen Ey, sorry Ich kann nicht gegen England in den Krieg ziehen, Frankreich Eine Verbesserung wurde abgeschlossen So, jetzt ist endlich mal Zeit für die Bordelle Ach, du hast auch noch Ja, die habe ich auch schon Du hast auch eine Rebellion, Pia Ja, ja, ich habe auch eine Rebellion da oben Die kämpfen schon 100 Jahre Und schaffen es nicht, ähm, Klagenfurts So oft da einzunehmen Und ich kann gerade nicht reagieren Weil meine Armeen sind hier unten drin Aber das ist nicht schlimm Die Rebellen in unserem Land wurden Gegen Klagenfurt kommen sie nicht an In Klagenfurt habe ich 3300 Mann stehen Es sind jetzt Schwaben dem Krieg gegen mich beigetreten Meine ganzen Handelsbeziehungen brechen weg Ihr Schweine So Ich werde mir jetzt symbolisch meine Rüstung ausziehen Und hoffe, dass es auch bedeutet, dass der Krieg vorbei ist Aber ich muss, ich muss mich anlehnen können Jetzt nach Vier und halb Stunden Für acht Stunden Aber ich möchte ich nicht mehr Ich gucke mit einem, mit einem Auge auf den Bildschirm Da bist du Hier sind wir da Rebellion beendet, nice Wow Feinde können sich Rebellen anschließen Das wusste ich tatsächlich bis gerade eben nicht Shitty McTitty, wieso habe ich das nochmal Das ist natürlich richtig scheiße Jetzt kommt hier Straßburg, jetzt kommt hier halt Schwaben Oder ist es sogar Deutschland selbst Ne, ist es Deutschland selbst Jetzt hier Okay, aber ich versuche noch mit Truppen reinzukommen Oh Gott, das wird echt ein Massaker hier Das Spiel hat halt immer neue interessante Details Und zwar Ja, ja Ich bin mal Ich hatte zwei Armeen Und hatte mal eine In Feinesland Und habe mal alle Truppen Wollte ich an die andere Armee bringen Mit dem General Oder mit dem Marschall Nur zurück marschieren Und dann bin ich an einer Feindlichen Stadt Die noch nicht erobert war Vorbeigezogen Und dann haben die Weil der ohne Truppen war Den Den Anführer Gefangen genommen Einfach nur Weil er vorbeigelaufen ist Das war echt krass Ja Oh Gott Da kommt eine andere Armee auf mich zu Halt, stopp, warum? Oh nein Oh nein Oh nein Oh was, wie? Da ist eine Armee dazu gekommen Und jetzt habe ich 7500 Mann Gegen mich kämpfen Nein Ich war zwei Sekunden weg Nein Oh Gott Ich könnte dir aber auch nicht helfen Oh Jetzt habe ich richtig viele Leute hier verloren Meine feindliche Sündung geplündert Ja, bei mir läuft es auch nicht so gut Ich bin auch gerade Ich hatte so eine Rebellion Ach, das waren zwei Armeen Die gekommen sind Ah, super Dann ist die Erdstadt Trotzdem ein Ist du denn jetzt eigentlich von Deutschland unabhängig? Weil du im Krieg bist Wir sind unterwegs Ich Ist eine gute Frage Ich glaube, ich zahle sogar noch Tribut Ne, ich bin unabhängig Immerhin Okay Ich verdiene nur Kaum Geld 7000 Leute Zep, hast du Bock zu handeln? Ja, meine Armee Ja, sehr gerne Aber Die Kaufleute im Reich rühmen eure Taten, Majestät Also Ne Was war's Wir haben die Beziehung zu meiner Armee gerade geschlagen Ich komme mal zu dir, um dich zu verteidigen Da gibt es nichts mehr zum verteidigen Ich wünsche mir mittlerweile einfach nur noch, dass ich sterbe Damit ich neue Staten kann Die sind unterwächst Ich hoffe einfach wirklich nur noch drauf Dass sie mich jetzt endlich finishen, damit ich wo neu starten kann Da kommen ja noch mehr Ach du Scheiße Ja, ja Also vergessen Nein Das ist anders Für die Krone Oh Gott, oh Gott Geht weg Okay Okay, Pia Ich protecte dich Die krassen Armee geht vorbei und nur die kleine Armee kämpft gegen mich Oh Gott, nein Und du hast eine Rebellion Wir haben eine Siedlung gegen den Feind verteidigt Das ist eine Katastrophe Der Feind hat unsere Siedlung geplündert Das wird immer schlimmer Was war Nicht alle furchtbar Oh Mann, Pia Das gibt es doch nicht Der Feind wird fallen Das schwöre ich Kann ich den noch verbessern? Web Apps hat Ungarn exkommuniziert Hilft du uns, Stasch? Es macht zumindest es für andere leichter, Ungarn anzugreifen, glaube ich Ungarn ist wirklich irgendwie ultra nervig Wo sind denn jetzt meine Armeen hier? Ich würde es ja nicht machen, wenn ich nicht müsste Scheiß die Wand an, ey So, immerhin handeln wir jetzt mit Sachsen, Leute Nach dem Bauer Ein anderes Königreich will uns gegen die Rebellen helfen Oh Gott Bietet uns Hilfe an Dankeschön Ich bin da jetzt bei Deutschland ein bisschen mal Wir haben die Belagerung unserer Stadt gebrochen Was ist euer Wunsch? Wir haben einen fremden Ritter gefangen, Majestät Ich habe die Schlacht gewonnen, Pia What? Geil What? Wo, wo, wo? Ja Ich habe sie Lina gemacht Lina gerissen Ich habe zwei Hauptmänner von ihnen Geil Er hat meine Hauptmänner getötet Was ist er mir? Wirklich, hat er das? Verschlechterte Beziehung zu Ungarn Meinung des Adels Ungarns verschlechtert sich Ungarn ist so schlecht Unser Allianzführer hat mit den Feinden Frieden geschlossen Und der Krieg ist vorbei Oh, Deutschland hat Frieden geschlossen Mit wem? Mit Ungarn Finde ich nicht so gut Dann haben sie jetzt ja mehr Zeit Sich auf mich zu stürzen Keine Sorge Ich habe auch noch Krieg mit denen Okay, Pia, wie kann ich dir jetzt hier helfen? Ich habe Kann ich nicht hier Augsburg für dich holen? Du kannst Ich habe mit denen keinen Krieg Dir? Und die haben viel mehr Armee Mit unseren Armeen schaffen wir das nicht Ich werde erst mal zurückgehen Und dann Ach, scheiße Kann ich deine Rebellen hier angreifen? Ich glaube die schon, ja Also die brauchst du Die sind nervig für dich, ne? Die sind auch nervig für mich, ja Ja, mache ich die mal weg hier Dankeschön Die Rebellen sind auch nervig, ja Ich krieg einfach Ungarn ist wirklich so Ungarn ist echt ein richtiger Scheißhaufen Ich finde Deutschland schlimmer gerade Was ist denn jetzt hier? Na um Deutschland Deutschland ist so schäbig Die führen Krieg gegen mich Weil sie Straßburg von mir wollten Einfach nur, weil meine Tochter Da mal eingeheiratet hat Aber sie haben doch Die ganze Zeit Die Stadt von mir gehabt Die haben immer noch No Sea So, den haben wir Was ich jetzt mir hole Wir ergeben uns nicht Also nicht, ich wollte mir nicht Und dann bin ich so ein bisschen rum Um Deutschland zu schwächen Um Gold zu kassieren Der Adel sieht uns in besserem Licht Wir haben den feindlichen Armeeführer gefangen genommen Ah, Gott, Alter Das ist jetzt aber auch hier so ein Ding gewesen Ein Teil unserer Opflichten Wie stark ist Österreich gerade? Doch nicht groß, oder? Die wollen mir helfen gegen Deutschland Aber ich glaube, das ist totaler Quatsch Wir haben doch nur eine Stadt Ja Lasst uns beten Aber ich kann dir eine Tochter anbieten, Sepp Falls du noch eine brauchst Ich habe drei zur Auswahl Ich kann sie eine aussuchen Wenn du eine haben möchtest Ich soll aus diesen Schwächlingen Soldaten machen Wir bezahlen Wir bezahlen jetzt einfach den Kindern Andere Rechourcen haben wir nicht Wir konnten die Meinung unserer Armee stärken Klerus ist halt so angepisst bei mir Aber wir wollen halt schon wieder, dass ich einen Kreuzzug finanziere Leute, wir haben wirklich Besseres zu tun Oh Gott, Deutschland hat auch schon richtig Eliteeinheiten Oh Gott Wir haben schon Deutschritter und alles Können wir nicht Frieden? Können wir nicht Frieden schließen? Äh, nee, wollen sie nicht So Kommen die jetzt hier hin? Die retten jetzt hier ihre Siedlung Oder wollen die mich angreifen? Die gehen gleich zu ihrer Siedlung Dann plündern wir hier weiter Das, das, das Ah, da oben kommt Ungarn Achtung Was? Ja, ist egal Ungarn ist ja nicht mit mir im Krieg Ach so, okay Dann Ich bin auch tendenziell Hoffentlich Wo ist meine Armee? Wie lautet euer Befehl? Ich bin immer noch bei dir Oh, shit Oh, das ist nicht gut Ich habe gleich keine Versorgung mehr Kann ich die bei dir auffüllen? Nein Ich bin da gerade drinnen Ich kann nur gerade nicht rausgehen Weil da 3000 Mann vor der Haustür sind Nein, 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 das ist gut Du hast Krieg mit denen? Mit Ungarn? Ja Komm mir gar nicht Immer noch Ach du Scheiße Oh, dann kleint das Deutschland immer noch anderen Stress Können wir dir nicht eher Augsburg und Innsbruck besorgen? Weil das Stadtstaaten sind Das Problem, also theoretisch gesehen ja Aber es ändert nichts daran, dass ich jetzt immer noch Krieg mit Ungarn habe Ah, okay Und dann würde ich mir jetzt noch einen Krieg aufmachen Also ich kann mal gucken Nee, was gehen würde Ich könnte die erobern und dir dann geben Ja, aber dann ist es ja geschenkt Das Jahr Habe ich ja nichts dafür getan Du hast schon ganz schön viel getan Ich bin bereit Gelitten Ja Gelitten habe ich Suffered from pain Okay, lass es mich anders formulieren Dann habe ich nichts erfolgreich gemacht Deutschen wollen irgendwie meine Unterstützung Fickt euch Ich bin bloß ein Soldat Lasst mich frei Kann man Generäle auch verkaufen? Nee Kannst du nur Wegschicken, ne? Moment Die Stadt schießt ja Weg Weg Oder halt hinrichten Ich habe viele Ja, wegschicken Genau Wegschicken kann man sie Freilassen meinst du? Gegnerische Generäle Genau, gegnerische Generäle Die von Ungarn jetzt Aber nur per Event Da gibt es dann Angebot Das müssen sie dir anbieten Genau Ah, okay Ich verstehe Ja, mein Herr Das gibt es doch nicht Dass hier immer Jetzt Rebellen auftauchen Ich habe schon Kulturverbreiten Und alles Aber meine Leute Finden mich echt doof Aber ist aus Sachsen Gar nicht so schlecht Zu sein, oder? So Die Verzweiflung hat begonnen Wir haben jetzt Einen Spion Oh Man könnte sagen Du hast bis jetzt Die West-Explosion Ungerns verhindert Ich habe nicht das Gefühl Dass ich irgendwas verhindert habe Ich habe eher das Gefühl Ich habe Dinge verzögert Aber Eine Verzögerung Ist halt Nur semi Optimal Krass, was man dann noch Nachher für Second-Gebäude Bauen kann Ey, das ist ja Okay Wow Okay, jetzt kommt Deutschland Hier an Mit so einer Winz-Armee Aber die kriegen wir ja wohl Okay Okay Hier kommen sie leider auch Jetzt bin ich mal gespannt Was die hier machen Was ist das? Ach, das ist Österreich Okay Hätte ich gleich doch Ihre Hilfe annehmen sollen Wer ist gerade Feind von Deutschland? Einem anderen Königreich gestärkt Das wird das Geld wert sein Glaube niemand Mein Name ist ganze Goldsäcke wert Deutschland verlangt, dass wir Ungarn an Ja, mach das mal bitte Ich habe gerade verlangt, dass Ich habe gerade versucht Ungarn in den Krieg reinzuholen Dass sie mir gegen Deutschland helfen Aber sie haben keinen Bock Ich habe gerade jetzt hier mal ein bisschen Flow Beim Ausbauen des Landes Ich kann euch berichten Dass die Rebellen erledigt sind Sieh, der vorbei ist Majestät Wir haben den Feindlichen Ich dachte auch, es läuft gerade echt gut Und dann habe ich gegen diese eine Rebellion So viel Armee verloren Das war schlimm Ich baue jetzt richtig auf Militär aus Ich baue jetzt richtig Lauter Gebäude, die mit diesen Einberufungspunkten kriegen Dass ich halt einfach hier Dass das hier was wird Und hier reißen wir die Kirche ab Um Behausungen zu bauen Dass wir Mehr, mehr, mehr Leiber müssen wir Wir müssen einfach mehr Leiber in die Schlacht werfen, Leute Das ist so ein wenig, worum es hier heute geht Majestät Wir haben eine Verbesserung abgeschlossen Nice Ja und dass mein König gestorben ist Und dadurch seine Armee weggefallen ist Das hat mich wirklich zurückgeworfen Dass man da die Armee einfach verliert Ist echt hart Also dann würde ich eigentlich immer versuchen Den König nicht zum Marschall zu machen Weil Das ist ja wirklich ein Riesenverlust Britannia Wäre es so, wenn du einfach nur eine Handelsroute verlierst Oder sowas Apropos Kann ich nicht noch mit irgendwem handeln? Meine Armeemoral ist mittlerweile Gelinde gesagt Am Arsch Also Also Pia Wie ist denn das so Wenn ich jetzt einfach nach Bayern gehen würde Und sagen würde Okay, die lösche ich aus Und dann gebe ich dir das Damit du halt irgendwie wieder auf die Füße kommst Das macht doch irgendwie Sinn, oder nicht? Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten Was genau meinst du? Ähm, Bayern 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 war das Ja, oder das andere daneben Halt eins neben dir Was halt nicht mit Ungarn zu tun hat Weil Ungarn halt fucking strong ist Also du Ich kann halt Lass mich mal gucken Ähm Also Innsbruck oder Augsburg halt Aber wenn ich mir das angucke Würde ich eher zu Innsbruck tendieren Weil die haben nicht so feste Mauern Innsbruck ist darunter, ne? Innsbruck ist Tirol Direkt neben dir Ja, ich glaube, ja Ich kann da auch mit reinziehen Also ja, auf jeden Fall Ich frage mich, ob es vielleicht Smarter ist Wenn ich denen einfach den Krieg erkläre Und dich mit in den Krieg hole Und wir das einfach gemeinsam einnehmen Ist doch auch gut Ja, das wäre sehr nett Dankeschön Das wäre, glaube ich, doch besser, oder nicht? Ist safe leichter als durchzukommen Bei Ungarn Ja, ich glaube, Ungarn What? Ungarn ist eine eigene Geschichte Ich muss noch kurz warten, bis ich meine Armee wieder reparieren kann Mit dich Ich muss mal ganz kurz Pause drücken Jawohl Ähm, oh lol Tirol hat gerochen, was wir gesagt haben Tirol hat mir gerade eine Hochzeit angeboten Mit, äh, mit dem Sohn Aber das lehne ich dann jetzt ab Meine Truppen warten Die haben das echt gerochen Das ist echt krass Die Schweine, ey Ich hab übrigens noch Töchter Töchter im Heiratsfähigen Alter Falls jemand eine gute Frau sucht Wir haben Töchter im Heiratsfähigen Alter, gerade Na, gut Haben wir einmal hier Milch gegeben Äh, perfekt Dann kriege ich hier wieder Start Und Achso Ja, das können wir auch gerne mal machen Eine Austretepause? Eine, meinst du mit Beine vertreten, oder? Ja, genau Jawohl Gerne Gehe an ein stilles Örtchen Das können wir gerne machen, jawohl Jawohl Dann, äh Natürlich Bis in ein paar Minuten Bis wann? Äh, eine Viertelstunde? Oder was? Dort Zehn Minuten, würde ich sagen Zehn Minuten reichen auch Alles klar Wunderbar Bis gleich Au Dann nutze ich das auch mal kurz Ich kann mich kaum bewegen in diesem Outfit hier Aber wird gut Äh Und dann gucken wir, ob wir diesen Diesen Krieg gegen Gegen Deutschland hier Ist halt echt ein Problem, ne Das 1 Das 1 Nutzen wir die Zeit auch mal Um einen kleinen Überblick Hier in meinem Land Äh Zu geben Wir haben, äh Gerade eigentlich Sehr, sehr komfortable Ähm Position Denn, äh Wir haben uns zum Beispiel Sowas verrücktes wie Paris Was wir überhaupt nicht Irgendwie Gerade bearbeiten Was aber eigentlich doch Total nice wäre Wenn wir hier was fettes Hinbauen würden Also Wir haben 5 Behausung Also allein schon Behausung Oder ein Marktplatz Wäre Schon geil Weil wie viel Boni Mir das bringt Flusshandel jetzt Leider gerade noch nicht Salzhandel Könnte man halt machen Produzierte Ware Salz Haben wir glaube ich Noch nicht im Reich Das wäre halt auch cool Bewässerung Haben wir schon fertig Sogar Aber Salzhandel wäre schon Und ich werde mir auch Holland einverleiben Ja Durchaus Durchaus werden wir noch Holland hier Äh Vor Den Latz hauen Wir haben sogar hier Eine Kaserne in Paris Die bräuchten wir Theoretisch nicht mal Aber die lassen wir mal Jetzt kann ich nur Gerade hier nichts bauen Okay müssen wir das gleich machen Also mein Plan ist Jetzt gerade Pia etwas unter die Arme Zu greifen Ähm Denn die tut mir ultra leid Ähm Die dümpelt da vor sich hin Und ich würde mich sehr Für sie freuen Wenn sie irgendwie Auf die Beine kommen würde Weil ich kann das selber Sehr gut nachvollziehen Sie ist da Ganz alleine Mit ihrem einen Stadtding Hat da neben sich So ein Riesenreich Da so ein Riesenreich Und alle Geben ihr die ganze Zeit Aufs Maul Finde ich auch nicht cool Ich bin mir noch nicht sicher Könnten wir sie nicht Vasalisieren Das könnten wir mal probieren Und ihr dann Städte geben Das wird es glaube ich Insgesamt auch einfacher Für sie machen Dass sie nicht ständig Angegriffen wird Kann ich das machen Geht das Geht das mit anderen Spielern Anscheinend nicht Geht das mit anderen Städten Anbieten Handelsabkommen Königliche Vermählung Naja irgendwie Nicht Also man kann nicht Vasall anbieten Wenn ich das richtig sehe Inwiefern kann man sich Den Klerus zunutze machen Kirchenklöster und so ein Zeug Also Glauben ist halt auch Nicht so verkehrt Ich habe hier so einen Priester Der kann meine Kultur stärken Der könnte Bevölkerung eingliedern Wenn ich eine Stadt erober Kann mir das helfen Dass sie nicht immer aufmucken Und den Katholizismus Ein bisschen weiter verbreiten Und kann mir auch so helfen Die Leute etwas still zu halten Ähnlich funktioniert das Bei dem Diplomat Am geilsten sind eigentlich Die Händler Die die ganze Zeit Geld ohne Ende Ähm 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 Scheffeln Was halt übelst nice ist Hier könnte ich sogar Nochmal den ein bisschen Upgraden Verwaltung Ne der bringt mir Nicht so viel Kohle Navigation Das bringt mir halt Gar nichts Aber das bringt mir Falschen bringt mir noch was Nehmen wir das nochmal Unser König Könnten wir auch nochmal Upgraden Aber Schlachttaktiken Ist jetzt Irrelevanter Für meinen Diplomatischen Typen Wir versuchen uns Mit Deutschland Gut zu stellen Damit wir Ähm Königlich Vermählung Geht leider nicht Ähm Damit wir halt Müssen Uns eingliedern Hier Die Engländer Hassen uns leider Aber was willst du machen Was willst du machen England ist halt Riesig Ähm Polen Könnte man Vielleicht auch nochmal Möglich Vermählung Nicht Also bräuchte Wir könnten halt Mit Maurice Könnten wir Ähm Machen Mit Maurice Könnten wir uns Heiraten Aber Das lass ich mal Lieber Nachher macht Der noch Quatsch Aber hier mit Galatien Wulnyk Könnten wir auch uns Einheiraten Ähm Ähm Ja ne Ne Brauchen wir nicht Brauchen wir nicht Und mit Frankreich Können wir mit Frankreich nochmal machen Ne mit Frankreich Haben wir schon Ja Frankreich ist halt Insane Wir übernehmen Frankreich Nach und nach Dadurch dass wir mit denen Geheiratet haben Und einfach immer Best Buddy sind Deshalb haben wir auch Hier schon Paris Für uns Und Calais Bekommen Durch Erbfolge Ähm Die Belgier Haben wir Alleine Erobert Die Holländer Die sind halt Sehr sehr stark Die haben einen krassen General Und die würde ich dann Später nochmal versuchen Anzugehen Und auszulöschen Aber sonst bin ich Eigentlich sehr zufrieden Deutschland ist halt Übel stark Steinweilen Hier vorne Hat sich Ähm Brandenburg Verschworen Aber kommt da auch Irgendwie nicht So richtig voran Also ich bin sehr zufrieden Mit meinem Äh Run hier Und ähm Ja Mal gucken wie es so weiter geht Ich helfe jetzt erstmal der Pia Mich erst gemeldet Und dann meine Kopfhörer Aufgezogen Alles gut Die smarte Reihenfolge war Ich hab das Gefühl Jetzt Nach der ganzen Verzweiflung Die ich durchlebt habe Verstehe ich endlich So richtig wie das Spiel funktioniert Ja Äh Ich beginne auch allmählich Mehr zu begreifen Was Was ist deine wichtigste Lektion Ich raff jetzt die Dinge Also ich hab ja die Vor Die quasi vorherigen Teile Nicht gespielt Das ist halt mein erstes Und ich hab zwar In das Tutorial reingeguckt Damit ich mich so mit der Basissteuerung und so weiter Auseinandersetze Aber Es ehrt euch Weiß ich auch nicht In der nächsten Thronfolge Ich bin fasziniert Ich bin fasziniert Ich bin fasziniert Ja Böhm Ja Böhm ist jetzt hier Meißnerisch geworden Und das hat jetzt ganz ziemlich gut geklappt Und ich hab jetzt gerade meine Freude daran entdeckt Jetzt so ein bisschen zu puzzeln Und Waren und Handel zu betreiben Du bist jetzt tatsächlich nicht geneigt Noch weiter irgendwie Ich weiß nicht Polen oder sowas Oder unabhängig Polen ist enorm stark Äh Unabhängig wäre schon Vielleicht Ja Das Problem ist im Krieg Ich Das Schöne ist Wenn man im Frieden ist Dann kann man wirklich Schöne Dinge machen Im Krieg Muss man sich so voll auf Muss man alle Ressourcen da reinstecken Das stimmt Verliert die ganzen Punkte Die hohen Punkte Die Stabilität sinkt Wir haben das jetzt vier Stunden gehabt Oder fünf Ja ich kann ein Liedchen davon singen Ich bin jetzt froh Dass ich überlebt habe Gewachsen bin Und jetzt irgendwie Hab ich das Gefühl Das Potenzial ist da Um aus dem Land Ein bisschen was rauszupressen Okay Ja finde ich gut Finde ich gut Pia wie ist Bei dir die Lage Mit Ungarn und alle Oh Gott ich seh grad Ungarn Auf der Karte Holy shit Ich hab jetzt Ähm 250 Gramm Chips Die machen uns Auf jeden Fall Ein bisschen besser Das glaub ich Ich hab eine Kifferbohnen Was soll ich sagen Maurice Ey Pia Ich hab also Ähm Was ich gerade noch Darüber nachgedacht hab Als ich für meine Leute Ein bisschen zusammengefasst hab Ich kann dich aber Nicht vasalisieren Oder so Dass die halt Dich nicht mehr angreifen Weil sie dann immer In Krieg mit mir Gehen würden Oder Verteidigungspakt Könnt ihr halt machen Gegen Ungarn Wenn einer von euch Einen Diplomaten hat Ich hab einen Diplomaten Ich hab auch einen Dann könnt ihr denen Einen Pakt schließen lassen Das Ich mein ich könnte mir vorstellen Dass sogar andere Nationen Da gerne mit reingehen Weil Ungarn ja offenbar Ein dauerhaftes Problem ist Ich war schon mal In einem Verteidigungspakt Gegen Ungarn Das hat mich schon mal In einem Krieg mit Ungarn Reingezogen Ah Aber in dem Fall Wäre es ja nur du und Sepp Dann vielleicht Das wäre ja schon mal was Könnte man dann ja Auf jeden Fall Also danach gucken Weil ich dachte mir so Okay Aber man kann glaube ich Niemanden vasalisieren Ähm Weil ich das richtig sehe Also auch so einen Stadtstaat kann ich nicht Irgendwie Anklicken und sagen Äh Auch die NPCs halt nicht Ähm Leider Ähm Aber unser Ja Ich würde dir da bei Innsbruck Auf jeden Fall gleich helfen Das wäre sehr cool Also Ich hoffe Ähm Dass mir dadurch wieder Ein bisschen mehr die Möglichkeit Dazu gegeben wird Halt Gebäude zu bauen Weil die Problematik ist halt Mit jedem Also jeder dieser Stadt Stadterweiterungen wird teurer Ich hab nur eine Stadt Und wenn ich noch eine Stadterweiterung bauen möchte Kostet mich das mittlerweile 6000 Gold Heute haben wir viel erreicht Das ist halt schwierig Und ich mach gerade Acht Gewinn Und ich kann aber auch Armee nicht reduzieren Weil sobald ich Armee reduziere Ist Ungarn wieder Vor meinen Toren So das ist halt Alles ein bisschen schwierig Deswegen Wenn wir irgendwo Wenn ich mich irgendwo Noch reingesetzt bekomme Wäre das großartig Ja klar Ich hab für meinen Teil Hab jetzt halt Krieg gegen Deutschland Ich Warte die ganze Zeit nur drauf Dass der Hammer irgendwie fällt Weil die haben ja viel mehr Truppen Als ich Sie müssten sie Sie müssten sie nur mal benutzen Also ich könnte das mit einem Klick Glaube ich regeln Maurice Wenn du möchtest Was? Ja ich kann einfach sagen Deutschland greift Maurice an Also das Ja ich hab ja schon Krieg dagegen Also das ist ja schon Hast du schon Krieg mit Deutschland? Ja ja Weil Deutschland wollte Straßburg haben Und ich hab nein gesagt Aber Deutschland ist auch Mit fünf anderen noch im Krieg Genau Deswegen ist so ein bisschen die Sache Wann entscheiden sie sich Dass ich Ziel Nummer eins bin Und sobald das passiert Hab ich ein Problem Bis dahin Geht's tatsächlich gerade Ja wohl die Nancy Und ich hab jetzt beschlossen Nancy ist leider mega stark verteidigt Die haben da richtig Garnison gebaut Aber ich hab jetzt beschlossen Weil Schwaben hat sich gedacht Wir helfen Deutschland Aber Schwaben ist extrem schwach Ich hab jetzt beschlossen Wenn Nancy nicht mein sein soll Dann ist doch Konstanz schön Ähm Jetzt gucken wir mal Was da passiert So Ich hoffe dass du das bekommst Wenn die einfach nur Sich angeschlossen haben Das weiß ich nicht Ich glaube schon ja Ich glaub dass mehr so ein Plünderungsding dann nur ist Ja aber Aber Plündern ist ja auch gut Ja ja du Auf jeden Fall Wir probieren's Und dann sind da die Bayern auch noch Die leider auch gegen mich sind Ähm Ich hab dir übrigens Ne Frau angeboten Moritz Oh Ich hab gesehen Du hast noch keine Ja Das ist ganz furchtbar Deswegen hab ich dir Genau Das stimmt Ich hab dir Meine Ähm Meine Meine Wirtschaftsfrau Hab ich dir angeboten Das stimmt Dann Ab geht's Oder Ja Jawohl Unbedingt So Konstanz hat auch massive Rebellionsprobleme Die ich jetzt schamlos ausnutzen werde Das find ich gut Also Pia wenn meine Armee Wieder full ist Dann erklär ich Insbruck den Krieg Also Tirol Ja Weil man kann ja auch Städte einfach Leuten geben Ne Kann ja auch sagen Ja aber oder Ich nehm sie einfach ein Also ich Wenn ich den Krieg erkläre Und ich mit reinnehme Dann müsste es ja eh bei mir landen Oder Stimmt Das mit dem mit reinnehmen geht Na Nicht dass wir hier gleich was machen Und dann bist du alleine da Und voll am Arsch Ähm Ähm Warte mal Lass mal kurz überlegen Du machst Angriff Ich mein wir sind ja Wir sind ja verbündet Das geht Das geht safe Das geht safe Ich mach mir da Ja klar Gar kein Problem Das ist gar kein Problem Da mach ich mir keine Sorgen Das wird schon Oh das ist sogar mein Oh den sollte ich mitnehmen Der hat Katapulte sogar Boah Alter Ich hab auch viele Sachen Ja Aber es wird nachher richtig teuer Brauchst du Wenn du deine Truppen dann heilen möchtest Es ist so insane teuer Wenn du halt auch teure Armeen hast Ja Das ist dann auch gar nicht mehr so einfach Da kannst du einfach YOLO reingehen Irgendwie Schade Es fehlen die Voraussetzungen Für Salzhandel Wieso Marktplatz Natürlich Oh nein Ungarn kommt vorbei Hast du immer noch Krieg mit denen Ja ich krieg die nicht dazu Im Weg damit aufzuhören Das ist okay also Majestät Wir haben Söldnerlager in unseren Landen Leute ich glaub Salzburg wird mir Konstanz wird mir gehören Der macht sogar einen Ausfall Backstabt er uns Und holt sich das Was wir haben wollen Alter Wie viele Truppen haben die Ähm 2200 Die gerade da sind Bei dir? Ja ja Sie können meine Hauptstadt Nicht einnehmen damit Keine Chance Aber sie stehen halt Daneben Warte einfach Und sonst wirst du mich nachher In den Krieg auch noch mit rein Ein alle Überall Krieg rein Ja wir müssen es ja mal hier langsam Mal hinkriegen Das gibt's doch nicht Ich meine Mit Bayern bin ich ja auch im Krieg Augsburg könnte ich mir auch schnappen Wobei Augsburg ist sehr mächtig Das ist sehr ausgebaut Ein neues Gebäude wurde Fertiggestellt Majestät Das ist die Art von Stadt Die man haben will Ihr werdet es nicht bereuen Herr Wie lautet euer Befehl? Ja Jawohl Okay Also meine Hauptarmee ist geheilt Vielleicht zerstört Lothar Was ist kaputt gegangen? Schwaben Schwaben ist vernichtet worden Ja die haben sich dem Krieg Deutschlands Gegen mich angeschlossen Und ich fand das nicht so geil Deswegen habe ich beschlossen Zu agieren Dagegen Und Jetzt werde ich mal gucken Ob ich Nancy als nächstes bekomme Die haben auch gerade wieder Schöne Rebellion Alter das sind Oder den Rebellen kann ich nicht vorbei Ich dachte die sind nicht gegen mich Deswegen Naja gut dann machen wir das schnell Oder wir holen uns schnell Zürich Nachdem die Rebellen es geschwächt haben Jetzt wird der greedy Ey ich hol mir alles Leute Das wär Hammer Die Rebellen haben jetzt gerade Die Garnison von Zürich Richtig runtergeballert Ich hoffe mal Die regeneriert sich jetzt nicht so schnell Während ich hier noch Diese Rebellen hier wegmache Die haben hier aufgelöst Ne ne Ich hoffe die regeneriert sich nicht so schnell So wickern wir das jetzt hier rüber Der ist halt schon stärker Los Sei Sei so dumm und greif Klagen fort an Ne Natürlich greifen sie Oh Gott EKI ist leider nicht so dumm Ne Aber ich komm jetzt hier auch nicht mehr raus Aber ich kann dir ja helfen da rauszukommen oder nicht Wenn du 5000 Mann bekämpfen kannst Weiter steigend Ja ja easy Ich glaub das müsste Sepp gut schaffen Er hat ja Ich hab zumindest auch 5000 Mann Aber die sind halt gut ausgebildet Immerhin Äh Ich muss jetzt nur nochmal warten Bis dass ich die Armee heilen kann Also das mit diesen Armeepunkten Ist halt auch echt ein Berufungspunkt Und wie viel Plus habt ihr? Äh 53 Was? Ach du hast auch Luxemburg Luxemburg hat halt insane viele Dinger Alter Ich hab zwei Provinzen Die halt drei Burgen haben Das Problem ist Meine Wirtschaft ist ziemlich schäbig deswegen Weil halt meine ganzen Provinzen Militärprovinzen sind Aber ich hab jetzt auch Weil ich halt so viel Krieg hab Weil ich gesagt Okay ich baue jetzt richtig auf diese Einberufungspunkte Und werd halt jetzt einfach die Leute knechten Die es wagen sich hier ständig Weißt du Immer wenn ich denk Jetzt mal Frieden Jetzt mal Wirtschaft Kommt Deutschland Sagt Ey ich glaube Straßburg sollte mir gehören Und irgendwann Weißt du Ist halt der Punkt erreicht Wo du sagen musst Ne Deutschland Aus Schluss Oh Deutschland möchte gegen Lothring meine Hilfe haben Haben sie Angst vor mir Diese Narren Oh jetzt ist Tirol auch noch dem beigetreten Ey ich hab doch gerade Konz Ich hab doch gerade Eine Nation Sie bieten mir sogar Einen Nicht-Angriffspakt an Oh Oh Maurice Aber warum solltest du das tun? Hä? Nutzt doch lieber die Gelegenheit Wenn Deutschland schwach ist Dir ein bisschen was zu snacken Nein ich geh jetzt ja Pia helfen So wir gehen jetzt nämlich nach Innsbruck So Pia Meine Einheiten marschieren Gen Innsbruck Wird Innsbruck gerade auch angegriffen? Äh Innsbruck nicht Ne Klar In Klagenvolk belagern sie Sachen Also Ungarn Ich hab das Achievement Vlad Der Pfähler bekommen Weil ich so viele Rebellen hingerichtet hab Das kann Das ist doch kein Zufall Das sind die verhandlungen Tore Sonst verschmetter ich sie Äh Sehr schön Gratulation Jetzt holen wir uns Zürich Leute Kommt Nun gut Ich habe lange genug auf Rettung geachtet Deutschland hat zu viele Rebellionen am Hals Ich glaube halt Die Schwierigkeit ist halt Diese ganzen Kriege Die Deutschland ständig hat Die schlagen ja hart Auf deren Zufriedenheit Ähm Auch ja Also ich glaube dass Die tun sich nicht so einen Gefallen damit tatsächlich Morgen werden wir reicher sein Oder weil ich hier eine dritte Armee Neue Geschäfte Ein Brief des Papstes bedarf eurer Aufmerksamkeit Herr Die Meinung unseres Kleros hat sich verbessert Das Glück belohnt die Mutigen Okay Pia Wie machen wir das jetzt? Äh Du kommst nicht raus? Also ich sollte nicht rausgehen Weil 4600 Mann direkt neben meiner Hauptstadt stehen Und ein Dorf plündern Dann lass doch das wirklich so machen Ich nehme einfach Innsbruck ein Und dann kann ich dir doch anbieten Land Ihr besitzt keine Länder die zu Korinth gehören Das wirst du mir nicht angeben können Weil das nicht zu mir gehört Das werde ich angreifen müssen Was kein Problem ist Ich muss nur Kann ich Lublia? Ne das macht ja keinen Sinn das anzugreifen Aber du kannst ja trotzdem den Krieg erklären Und ich mach das einfach für dich Das kann ich machen Du musst ja nicht reingehen Ich kann dem trotzdem den Krieg erklären England hasst dich Hier ist jetzt eine Armee von Deutschland Mist Dann Ich erwarte einen großen Empfang Was denn? Ich hatte mit denen noch einen Handel laufen Und jetzt haben sie einfach meinen Händler eingespielt Mit dem königlichen Hof Oh nein Und jetzt haben sich Deswegen hatte ich das vorher nicht gemacht Ich hab nicht mitgedacht Jetzt hat sich das Das Verteidigungspakt Das alles gegen mich geschlossen hat Hat sich jetzt entschieden Sich gegen mich aufzustellen Ah scheiße Jetzt haben Das ist halt das Problem Wenn ich nicht Ungarn oder Deutschland angreife Sondern irgendwas anderes Dann erklärt mir jetzt in dem Fall Haben mir jetzt den Krieg erklärt Davon werden wir profitieren Deutschland, Österreich, Bayern und Tirol Was? Weil ich geweigert habe Tirol den Krieg zu erklären Ich hab ja gesagt Ich bin in der richtigen Zange Ich kann mich in keine Richtung bewegen Ah Das ist auch schon eine Katastrophe Ich Aber Deutschland ist grad eher Parteist Du hast jetzt eh Krieg Ich hab Krieger Ziemlich doch in den Krieg wenigstens rein Oder? Oder? War mal Kann ich dich in Krieg unterstützen? Krieg mit Tirol Uns hat eine diplomatische Botschaft erreicht Alle finden das scheiße? Bei mir im Unsere Kronautorität schwindet Herr, die Entscheidung unserer Kaufleute hat gelitten Ja, das ist äh Oh, Kronautorität ist auch richtig in den Keller gegangen Ja, meine auch Eieieieiei Erstmal hinrichten Und hinrichten Wir haben unsere Kronautorität erhöht Herr Die Meinung unserer Bauern ist etwas schlechter Eieieieiei Eieieieiei Hoffen wir mal Dass die jetzt keinen Quatsch machen Ah, Herr Gott Also Deutschland Wo geht ihr hier unten? Wir haben die Beziehung zu einem anderen Königreich verbessert Ach, England Vielleicht mögen wir uns irgendwann mal Ach, Mensch Mein Name ist ganze Goldsäcke wert Majestät Unsere Feinde haben einen neuen Verbündeten Ah Palästina hat sich angeschlossen Klar, warum nicht? Palästina ist ja auch Also naheliegend Kommt denn Tirol jetzt hier mit Truppen her? Von dir? Jetzt kommen wir Hä, warum kann ich keine Truppen da reinsetzen? Feindliche Truppen haben sich dem Gegner angeflossen Okay, Deutschland hat aber eine Waffenruhe mit mir tatsächlich unterzeichnet Oh, geil Ich schau jetzt, ob Bayern das vielleicht auch macht Nice Deutschland ist ausgetreten Nice Sehr gut You can do it So, was ich meinen Ach, ich hab den Falschen vorgeschickt Ich wurde hereingelegt Egal, 5000 Gold für den Arsch Die Meinung unseres Kleros hat sich verbessert Gnade für die armen Tiroler Äh, nein Auf gar keinen Fall, lieber Chad Also Hattest du nicht nur in Paris Truppen? Ich hab überall noch Truppen Aber ich möchte auch nicht alles abziehen Unsere Feinde müssen sich beugen Der Krieg ist vorbei Unsere Armeen haben eine Provinz erobert Ja Innsbruck ist Pfeil Du hast ihn einfach reingenommen Ja, natürlich Instanz Lol Für Ordnung sorgen Ha Äh, ich Ich werd die direkt mal hier Ein wenig unterjochen Für dich Ich bin bereit Ist jetzt der Krieg quasi vorbei? Ja, bei mir ist der Krieg jetzt vorbei Nice Ich hab noch eine Belagerung Die ist jetzt vorbei Alle hassen mich immer noch Aber Das ist mir ja egal Und damit ist Damit ist das durch Warum ist Innsbruck dann mein? Weil du es wahrscheinlich eingenommen hast Aber es war doch dein Krieg? Ja, das zählt aber nur Wer es einnimmt Das hatte ich auch schon Es war mein Krieg Aber die Deutschen haben eben Nancy genommen Warum sagst du uns das nicht vorher, Maurice? Ich hab doch Ich guck doch bei euch nicht genau hin Aber wir reden seit 20 Minuten Im Voice darüber Ob das geht oder nicht Das hab ich tatsächlich irgendwie Ich hab mich kurz stumm geschaltet gehabt Vorher, weil ich ein Raid hatte Vielleicht war es dann gerade da Deutschland will Frieden Hm Weiß gar nicht Ja, ich hab da so eine Idee, ne? Oh nein Was ist die nächste tolle Idee? Könnt ihr jetzt vielleicht Ländereien handeln? Ich weiß es gar nicht Ich weiß nicht, ob es mir hart gehören muss Oder noch nicht Aber ich kann ihr nichts anbieten Ich hab schon geguckt Okay, Deutschland will mir 5500 für den Frieden geben Also Ja, komm Also was wir halt sonst noch machen können Ist Augsburg Frag mich ja Ich kann es halt auch nicht mal Ich kann es nicht mal fordern von dir So Ne, aber kannst du dich Augsburg angreifen? Achso, genau Du kannst es nicht mal fordern Ne Ich hab noch eine andere Idee für später vielleicht Aber wir könnten sonst auch Nach Augsburg Und Ich kann nicht noch mal Weil ich hab mit dem Frieden Ding Da brech ich wieder alles Und die Leute hassen mich jetzt schon Auf minus 36 Ich kann nicht noch mal Den Krieg quasi Da initiieren In den Reihen Okay, nee, aber Ich kann ja den Krieg machen Und du kannst joinen Ist das ein weniger Punish? Ne, ist nicht weniger Punish Kein fremdes Volk bereitet uns Probleme, Majestät Unser Marschall konnte nicht für Ordnung sorgen, Majestät Unser Marschall ist leider kacke Die Meinung unserer Kaufleute hat sich verschlechtert Weitere Truppen sind gekommen, um uns zu helfen Oh, Leute, allmählich bin ich Hab ich doch expandiert hier Jetzt noch Konstanz eingliedern Das wird noch nützlich sein Mann, 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 Mann Ich glaube, es muss dir gehören Dann kannst du es verschenken Ja, vielleicht Wir gucken mal eben Ja, vielleicht kann Pia auch Innsbruck angreifen Du gibst sofort auf Ja, das ist auch so Ja, scheiße Das zittelt dir ja Punkte Ja Das ist ja doof Das ist ja So Jetzt hab ich wieder ne fucking Rebellenarmee Achso, die Ja, gut Ey, das ist katastrophal Ja, Pia eingliedern geht halt auch nicht Also Pia kann halt nicht auch irgendwie Vasall von mir werden Dann kann ich ihr irgendwie was geben Das Ach, du bist ja mit Ungarn dann auch noch voll im Clinch Ja, ja Man, da kannst du dich aber noch reinholen, oder? Ja, aber du willst auch nicht mit Ungarn Krieg haben Ja, du, ich kann dich da wenigstens verteidigen Also nicht Ja, aber das ist ja ne Katastrophe Das ist ja Ungarn stimmt Das ist Ungarn, ja Das ist halt alles Eher semi Lasst uns die Vorräte auffüllen und ruhen Ich kann ja Also dadurch, dass Ungarn dich halt auch gerade voll weg macht Kann ich auch nicht irgendwie Augsburg da großartig für dich Gewinnen Das einzige, was ich machen kann Das ist aber auch ne Idee Ich hab jetzt gleich endlich Wein, Leute Wir haben jetzt die Champagne Wir haben, also wir haben so viele Weingüter hier Jetzt hab ich endlich von Sepp mir Fässer geholt Äh Ja, meine Das wird meine Leistung Das wird meine Leistung für den heutigen Tage sein Champagner Wein gibt's für Meißen auch gleich Ja, schön für Meißen Meiner ist besser Glaube ich nicht Doch Viel besser Der gute Luxemburg-Lothringische Champagner Betrachtet es als erledigt, Majestät Ich sterbe für mein Königreich Das ist ja cool Aber das geht nicht Majestät, wir haben eine Verbesserung abgeschlossen Aber wie sieht's denn jetzt aus? Können wir uns irgendwie Bayern holen als nächstes? Wir wollten Salz haben, stimmt Unser Diplomat hat die Verbindung zu einem anderen Königreich gestärkt Eine Rebellion fremder Loyalisten bedroht unsere Provinzen Majestät, wir können fremde Ländereien in Besitz nehmen Aber ich hab nicht genug Armee, um meine Armee zu reparieren Also nicht genug Menschen, um meine Armee zu reparieren Ich kann euch nicht helfen Dafür haben wir jetzt Bordelle Ein Söldnerlager wurde in unserem Land entdeckt Das ist auch was Oh, Frankreich Erbschaftsanspruch Dass die das auch immer mit sich machen lassen Die wollen nur sogar direkt zum Nicht-Angriffspakt schicken Diese schäbigen Versagen Oh, jetzt haben wir alle auch angekommen Oh, das ist aber Oh, ist das aus Das ist komplett ausgebaut Geil Das hab ich ja nicht mal bei mir Ich glaube, ich halt mir Frankreich einfach weiter warm Töte sie nicht Ich töte sie nicht Weil, also Das ist ja mega Das gibt's doch nicht So Du bekommst aber immer einen harten Punish auf die Beziehung Ähm Aber das ist auch nicht so da zu klem Steinwein, was hast du gemacht, dass du keine Mineralien mehr hast? Äh, die verbrauch ich Weiß ich nicht Ich verbrauch die, glaub ich, selbst jetzt für irgendwas Was soll das denn jetzt? Ach, nee Äh Bin mir nicht ganz sicher Ich glaub nicht, dass man, wenn man die verbraucht Auch nicht mehr exportieren kann Ich kann's nicht mehr importieren bei dir Die Rebellen in unseren Land wurden besiegt Herr, mein Herr Doch, mein Händler ist doch bei dir Und der Art ist zu finden mit uns Der feindliche Armeeführer ist in unserer Hand So, dann frag doch nochmal an Oder hab ich die nicht mehr? Nee, du hast die nicht mehr Das meinte ich ja gerade Ich kann's Wenn ich Auf den Händler gehe Kann ich bei dir die Ware nicht mehr importieren Laufen Zu euren Diensten, Meister Ah, komisch Kann ich dir nicht erklären Ich stehe euch zur Verfügung Oh Kann ich dir nicht erklären Was darf ich für euch tun? Jetzt ist die Frage Für eure Geschäfte? Hm Hm, hm, hm Was machen wir? Schmutz Ja, mein Herr Endlich mal wieder in einem Bett schlafen Weil du es jetzt selber besitzt Das kann ich dir auch sagen Also das Spiel dann eher sagt so Hey, ich selber Einer unserer Ritter beherrscht keine Provinz Oh, ja, das könnte sein Ja, genau Wenn du es selber besitzt Das ist so, ja Ah, dass Kale mir das gibt Yo Ja, klar Kale, Bria Orléon Gibt's mir Aber mein Glaube ist stark Manchmal ist Diplomatie der beste Weg Ah Was mache ich denn, wenn alle meine Ritter irgendwo eine Stadt haben? Leute, guckt euch mal an, was in Regensburg passiert Da hat gerade eine Rebellion mit 8000 Mann die Stadt eingenommen Au Oder so war krass dann Also Ich glaube Entschuldigung Nee, sprich Nee, Sepp hatte gefragt Aber mach erst mal das zu Ende Ich meine nämlich Also ich glaube, Deutschland zerbricht einfach gerade komplett an seinen ganzen Kriegen Das kann gut sein Und Das ist ja vielleicht eine Eine Gelegenheit Nicht wahr? So Ein bisschen Der Adel sieht uns in besserem Licht Ja, das Thema Unabhängigkeit ist natürlich auch unabhängig Die Meinung unseres Kleros hat sich verschlechtert Nur Mut Angeh Ja, ich bin unabhängig Es ist ein gutes Gefühl, Steinbein Tritt uns bei in der Freiheit, Bruder Spreng die Ketten Unsere Kampfleute sind zufrieden mit uns, Majestät Ja, was würdet ihr denn alle sagen Angenommen, irgendein Diplomat würde einen Invasionsplan gegen Deutschland starten Ähm Wer wäre dabei, sich gemeinsam wie die Wölfe schadlos zu halten? Unsere Gegner haben Verstärkung erhalten Weitere Truppen sind gekommen, um uns zu helfen Entschuldigung, ich bin gerade im Krieg Unser Diplomat hat die Verbindung zu einem Ich habe überlegt, ob wir Deutschland uns so ein bisschen gegenseitig Also Angriffsplan und dann Zack, Ruff Was meinst du? Für die Unabhängigkeit Aber ich muss tatsächlich jetzt gar nicht mehr so viel erobern Es lenkt nur ab vom Geldverdienen Es war also doch eine Händler-Kopfbedeckung, wir wussten es Also, ähm, gucken wir gleich, wenn ich hier mit meinem Krieg durch bin Warte mal, wie groß ist denn Deutschland überhaupt? Die Welt steht euch zur Verfügung Der Feind wird zufrieden Ist schon noch groß, aber hat halt sehr viel Rebellion überall Ähm, also Unsere Wächter haben einen fremden Retter gefangen genommen Feindliche Truppen haben unsere Grenzen überquert Ach, guck mal, Holland hat sich jetzt gedacht Mensch, jetzt können wir endlich mal die blöden Sachsen angreifen Okay Was ist euer Wunsch? Kämpft um den Sieg Dann let's go Ich werde diese Maden zermalmen Kämpft um den Sieg Eine andere Armee ist zu uns gestoßen Feindliche Truppen haben sich dem Gegner angeschlossen Du bist gerade in Bayern unterwegs Ja Finde ich gut, die wollten vorher mit mir schreiten Wenn ich Pia nicht helfen kann, dann helfe ich ihr, indem ich all ihre Feinde vernichte Das finde ich gut Ich weiß, was ich glaube ich mache Ja, Deutschland ist schon ziemlich am Ende Wow Wie viel Rebellion ist der Unglaublich Dein Ruf, ja, mein Ruf, Schmuf Ich hab so eine Idee gerade Die Kaufleute im Reich rühmen eure Taten, Majestät Kaufleute lieben mich Sie rennen wie die Hasen Eure Befehle Bereitet die Belagerungsausrüstung vor Ich werde diese Maden zermalmen Weitere Truppen sind gekommen, um uns zu helfen Ich bin unabhängig Nice Was ist so leicht? Ja Er hat einfach gesagt Ja, ist gut, Bro Mach mal dein Ding Wir haben gerade andere Probleme Hat er sich wahrscheinlich gedacht I like Kann ich auch verstehen irgendwo Alles hat seine Zeit Ah, ja Sehr schön Endlich Mal eben 80, 90 Einnahmen mehr Ist auch nett Wir haben die Beziehung zu einem anderen Königreich verbessert Ich habe gerade noch so einen Einfall Mal schauen, ob das klappt Weil wenn da so eine Stadt von den Rebellen besetzt ist Dann kann man sie sich ja einfach snacken Es wird warten müssen Frage, sind die 8000 noch drin? Nee, sind sie nicht mehr Oh, wie geil Das ist ja wundervoll Einfach mal eben gratis Regensburg im Vorbeigeben mitnehmen Tja, Maurice So läuft das bei dir Ich liebe es Ja, also Läuft bei uns beiden, würde ich sagen Und derweil oben holt sich die Rebellion das nächste Oh, das ist ja großartig, was hier passiert Boris Ich senkt sich hier richtig ab, was die Rebellion alles so vorbereitet Ich bin halt so ein schäbiger Opportunist Ich marschiere jetzt den Rebellen unter dem stolzen Banner Lothringens hinterher Um die Städte aufzuwischen, die sie halt aus dem Joch Deutschlands befreien Okay, jetzt will Deutschland glaube ich auch mit rein Aber keine Sorge, meine Verstärkungsarmeen sind schon auf dem Weg Also das könnt ihr vergessen, wenn ihr das wollt Pia Also kann sich jetzt ernsthaft Deutschland der Rebellion Ne, jetzt kämpft Deutschland sogar mit mir mit Die sind in Regensburg rein Ich dachte gerade, oh Gott, verteidigen die jetzt mit den Rebellen Stattdessen sind sie jetzt meine Supporter Aber die Stadt wird mir Wie geht das denn? Das ist geil Profit, Leute Profit Und wir haben nicht mal Krieg, glaube ich Wir sind offiziell mit niemandem im Krieg Wir hauen einfach Rebellen weg Das ist ja quasi Für alle Leute positiv Das finden ja alle nur super Jetzt holt die Rebellion da oben Ja, das ist so geil Bringt euch in Stellung, Männer Okay, das sollten wir aber vielleicht hier Was ist das? Plündert da eine Rebellen? Nein, die plündern da unten Ja, während mein Chat ein bisschen Frustriert ist, dass mein Reich so ein Bandwurm ist Ja, ich weiß, optisch ist jeder Strategiespieler angewidert Wenn er Wenn er die lotringischen Grenzen sieht Niemand würde sich so ein Reich aussuchen Aber das, was ich mir ausgesucht habe, habe ich ja nicht bekommen Was ich ausgesucht habe, wäre Nancy gewesen Dieses Rebellenpakt plündert uns aus Geil, ich muss die nicht mal jetzt irgendwie eingliedern oder sowas Moment, warum ist die jetzt Moment, warum gehört die jetzt nicht mir? Warum gehört die jetzt Deutschland? Ach, schade Ah, das Spiel ist zu schlau Wenn man eine Rebellenstadt besiegt Oh, das ist frustrierend Das Spiel lässt sich nicht exploiten Wir versuchen es hier die ganze Zeit Ey, jetzt ist das eine deutsche Stadt Seine Exzellenz der König und seine erlauchte Familie Ja, Deutschland Das ist aber eigentlich nicht, wie ich das sehe Wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind König Gerolf Unser Diplomat hat die Verbindung zu einem anderen Königreich gestärkt Eine Verbesserung wurde abgeschlossen Also da muss man jetzt echt mal Sorry Sorry Deutschland Aber ne Also irgendwo gibt es Grenzen Das ist eindeutig Lothringes-Regensburg Sachsen, du willst einheiraten Ich hab aber da ein bisschen Probleme mit Weil du immerzu alle angreifst Die irgendwann mal mit dir verheiratet waren Hä, nein, überhaupt nicht Frankreich bin ich seit Jahren treu ergeben Kannst du nicht einmal Frankreich schnell einverleiben Nix Wir können nicht Angriffspakt machen Da bin ich dabei Okay, nicht, weil ich dachte nur, dass wir Jetzt kommen die scheiß Franzosen bei mir wieder an Das kann doch nicht sein Aber ich mein, Frankreich ist ja nix mehr, ne Also sollen sie es halt probieren Ist Frankreich ernsthaft nur noch zwei Provinzen? Ja, ja, oder drei Ja, dann sollen sie halt kommen Frankreich ist wirklich Wir werden uns darum kümmern, wenn wir Regensburg Befriedet haben Das ist leider nicht mehr so das Ding Pia Kann man dir helfen noch? Also meine Idee wäre Wenn du Ach, scheiße, da sind wieder die Ungarn Als ob die Ungarn die ganze Zeit da am Raiden sind Bleib mal abwarten Das ist doch Schmutz Meine Männer sind müde Werden aber durchhalten Oh, da kommt noch richtig was Eine neue Verbesserung wurde abgeschlossen Majestät Rebellen haben sich unsere Siedlung unter den Nagel gerissen Jetzt bin ich mächtig und klug Ihr werdet es nicht bereuen, Herr Ich sterbe für mein Königreich Aber das geht nicht Majestät, wir haben Söldnerlager in unseren Landen entdeckt Ich bin nun Begabter Ich bin nun Begabter Ich bin nun gehabter Lasst uns Handel treiben Verzeiht Das geht nicht Das ist unmöglich Ich krieg einfach auch Stuttgart nicht hin Achso, wow Ich müsste vielleicht auch mal sagen Erobern wir dieses verfluchte Stück Land Unser Diplomat hat unsere Beziehungen verbessert Majestät Ich verstehe das gar nicht Warum ist man als schäbiger Opportunist nicht beliebter? Weiß ich nicht Die blöden Engländer, ey Die sind so arrogant geworden Oh, Engländer ist im Krieg mit Frankreicher Sehr gut Ja, durchgehend Das ist opportun und positiv für mich Dammit Das kostet gerade zu viel Gold Wenn ich Libyaner einnehme, dann kann ich's Pia geben Das Ding ist halt Das ist halt von den Scheißen gar nicht Ich hab wieder 6000 Mann bei mir drin Ich bin gleich RIP Ach, die kommen jetzt schon wieder Ja, nee Ist es doch Ruf mich mal bitte in den Krieg dafür Ja, das Ich bin einfach nur froh, wenn's vorbei ist Ich warte seit dreieinhalb Stunden, dass es vorbei ist Oder wenn ich neu starten kann Weil ich kann nichts tun Ich hab die ganze Zeit jetzt momentan Aufstände in der Stadt Die verhindern, dass ich meine Armee reparieren kann Weil mir Leute fehlen Und jedes Mal, wenn ich das Gefühl hab Jetzt kann ich meine Armee reparieren Kommt Ungarn und nimmt mal eben wieder was ein Und geht dann wieder Und das geht halt seit dreieinhalb Stunden So Es hat keinen Sinn Ich hab gerade jetzt siebeneinhalbtausend Mann Fremde Armeen bei mir in den Landen Und ich hoffe einfach, dass sie es jetzt fertig machen Oh, die Rebellen helfen dir aber gegen Ungarn, ne? Nee Nee, nee, die stehen daneben Das ist meine Garnision, die gegen Ungarn kämpft Ach, scheiße, ja, du hast recht Ach, du Kacke, Alter Und konntest du, ähm Beim Neuladen vorher Eine andere Fraktion auswählen? Also können wir dich auch einfach so wechseln lassen? Automatisch Ich bin automatisch wieder da drin gelandet, leider Sonst hätte ich gewechselt Es war Also es war wirklich unlucky Weil ich hab halt gedacht, dass ich irgendwie es vielleicht schaffe Irgendwas Kleines einzunehmen, um mich wieder aufzufangen Aber alle einzelnen kleinen Provinzen haben aus irgendeinem Grund Nachdem Ungarn mir das erste Mal den Krieg erklärt hat Sind sie dieses Verteidigungsbündnis eingegangen Das heißt, ich hatte die Wahl Entweder ich leg mich mit vier Nationen an Um ein Pisdorf einzunehmen Oder ich leg mich mit Deutschland an Oder ich leg mich mit Ungarn an Und was anderes gibt's nicht Und dann sitzt du da und bist so Cool, 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 cool Nee, also du hattest echt Saupech heute Das tut mir mega leid Alles gut, alles gut Ich hätt dir auch gern mehr geholfen Wenn ich nicht selbstständig am Existenzminimum Also jetzt könnte ich dir mehr supporten Aber du sagst ja grad selbst Lieber mal Ich war halt die erste Hälfte selbst immer so am Existenzminimum Dass ich selber nie was schicken konnte Weil die Franzosen mich sonst gerollt hätten Nee, es ist völlig fein Es war halt jetzt mein erster Tryout of Tutorial Und wenn ich Solo gespielt hätte Dann hätt ich einfach neu gestartet Und was ja auch völlig fein ist Bei einem Strategiespiel, das schwer ist Dass man einfach mal sagt Okay, ich starte neu Und probier's einfach nochmal Ich glaub, ich hatte da einfach Ich war am Anfang zu langsam im Ausbau Und wie das bei solchen Strategiespielen halt mal ist Ist, wenn du am Anfang zu langsam warst Dann snowballt das halt ins Unendliche hoch So Und da hätt ich einfach einen Neustart machen müssen Und das ging halt jetzt aber nicht Weil wir in der Multiplayer-Runde waren Aber das ist auch nicht schlimm Also das It is what it is so Polen war auch gegen mich verbündet Ich hätte Polen auch nicht angreifen können Weil Polen Ungarn unterstützt hat Genau wie Bosnien und Bulgarien Also da gibt's gar nix Die haben sich alle hinter Ungarn gestellt Dass die mich angegriffen haben Joa It is what it is Wir fallen gerade Das ist fein Also ich hoffe, dass wir fallen Meine Armee hält sich gerade besser, als ich wollte Die Armee hat noch deinen Kampfgeist mitgenommen Und Obwohl du das gar nicht mehr willst Also Pia, wir können auch weiterhin an dem Plan festhalten Ljubljana zu holen Aber Mit was denn? Wie du möchtest Ja, aber mit was möchtest du es denn? Also ich stehe unter Belagerung Ich habe hier immer noch 5.000 Mann Und wenn er seine fette Armee da jetzt verliert Aber das ist nicht seine fette Armee Das sind nur so zwei kleine Pissarmeen Die immer beiläufig vorbeilaufen Der hat irgendwo anders noch 8.000 Das hilft nichts Ich verstehe Das ist Absurdes Säcke, ey Der hat so viel Armee Der ist halt auch groß Da hinten laufen noch 3.000 rum Da laufen noch 2.500 rum Ich verstehe das Ich würde es echt lassen Aber vielen lieben Dank, dass du es so lange versucht hast Ey, das ist sehr, sehr nett Du bist absolut selbstbewusst Ein wahrer Held Das kann dir niemand abstreiten Sehr, sehr lieb Er ist wirklich sehr, sehr lieb Wir haben die Plünderer aus unserer Siedlung vertrieben Alter, der Papst rast mich Der Klerus rund unsere jüngsten Taten Unser Diplomat hat unsere Beziehungen verbessert Majestät Ich habe eine niedrige Stabilität in Klagenfurt Echt Das wäre mir gar nicht aufgefallen Danke, Spiel Der Name Klagenfurt ist wirklich Programm heute Wir haben unsere Bauern verärgert, Majestät Ah Stich Wollseitig Lasst uns die Vorräte auffüllen und ruhen Ah, Burgund wird gerade angegriffen Von wem denn? Von Maurice? Die haben sich in meinen Krieg mit Ich glaube, ich habe Deutschland angegriffen Hat Frankreich mich angegriffen Und hat Burgund das unterstützt Aber sie machen nicht wirklich was Also Ich glaube, sie haben selber Rebellen oder so gerade Ja, ich glaube, die haben sich ein bisschen übernommen Mit Der König ist tot Nein Lange lebe der König Uns hat eine diplomatische Botschaft erreicht Ich bin jetzt hier mal richtig Wieder schäbig, Opportunist Ich warte, während die Rebellen die Mauern von Nürnberg schwächen Und dann gehe ich da rein und hole mir das Ähm Bis dahin tündern wir noch ein bisschen Hier auch Deutschland wird wirklich auseinandergerissen Das ist richtig krass Ja, wenn vier seiner Untertanen auch nicht Daran interessiert sind Ja, Moment Also ich war immer Ich hatte sogar eingeheiratet in Deutschland Und alles Und dann sagen sie ja Das Einheiraten Also wir haben dir nie geholfen Aber jetzt, wo du tot bist Deine Tochter sollte eigentlich Straßburg erben Und es gehört uns Also ich meine Irgendwo hat Deutschland Da finde ich auch die Die Vasallenfreundschaft überstrapaziert Würde ich jetzt mal behaupten Ungarn bittet uns in den Krieg Gegen Pia Watsch Jetzt geht aber los Was ist das? Diese Schweine Warum nur Riesel Da nicht Angriffspakt? Aha So, ich hab nichts mehr Aber die Sache ist Ihr könntet an der Stelle Jetzt auf jeden Fall Auch wenn ihr noch was von Ungarn rausbrechen wollt Die sind noch ein bisschen bei mir beschäftigt Die brauchen länger Um mich zu knacken Als ich gedacht habe Also falls euch irgendwas Nur, Maurice Weißt ihr, was an Ungarn gefällt? Jetzt wäre der Zeitpunkt Ein Teil Irgendwas dir runterzuschneiden Von der Torte Alter Vater Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht Weil Ungarn echt einfach viel zu stark ist Das stimmt Ja, ich bin nur gerade schon im Krieg Aber Wenn jetzt die blöden Holländer Ich verbessere die ganze Zeit Beziehungen zu England Und Nix Die könnten echt mal Was machen Ach Mist Das kann ich jetzt nicht mehr Aber ich kann dir zumindest Noch ein Tribut geben Bevor ich sterbe Für den Aufwand Den du betrieben hast Aha, danke Bevor das Geld weg ist Sepp macht einfach Klatscht im Vorbeigehen Noch meine Rebellen weg Das ist sehr ehrwürdig Dankeschön Wir haben ihren ehrlosen Was? Ich mach deine Rebellen weg? Ja Ich glaub du wolltest einfach nur vorbei Und die Armee hat automatisch Ist sie reingelaufen Und hat gedacht Oh Wollt man vielleicht mal Ne Stimmt dann Wie lautet euer Befehl Wollte doch eigentlich Weiter zu den Holländern Mein Spion existiert Ich weiß auch nicht genau Was der so treibt Er ist da Dann sagt er mir Dinge Ich weiß übrigens Ich hab ein Geheimnis für euch Mein Spion ist davon überzeugt Dass die Frau Des ungarischen Königs Ne Hexe ist Was? Guter Typ Falls euch das was hilft Will Ich glaub wir können den Flusshandel mal weiter ausbauen Ey Prinz Johann Ich weiß auch nicht Wer plündert? Komm, 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 komm So Holland Die Wellen haben sich unsere Siedlung unter den Nagel gerissen Die Schlacht in Nürnberg Ja, selbst könnte sich Klagenfurt holen Das wird zwar eine Herausforderung werden Weil Klagenfurt mega krass ausgebaut ist Aber es ist eine super wertvolle Stadt Die hat echt viel Garnisionen Und echt viel Gebäude drin Also Ich muss jetzt auch mit meiner Armee wieder zurückgehen Scheiße Das ist meine Armee Meine Truppen wagen Da geht man wieder bitte zurück Deutschland bittet mich um Hilfe im Krieg gegen Lothringen Was? Digga Deutschland Was genau glaubst du denn, was ich heute noch mache hier? Awesome Kannst du eine Packung mit vergifteten Pralinen schicken, Deutschland Warte mal Wir sollten mal unsere Deutsche Die sich so als Rebellenstadt behandeln Das war doch gerade keine Okay, manchmal ist ja auch ein bisschen irgendwie komisch Ich habe jetzt gerade Worms belagert Und in der Provinz war eine Rebellion Aber die Stadt selbst hat noch Deutschland gehört Und ich habe sie belagert Und erobert Und dann hat er gesagt Ah, danke, dass du Worms befreit hast Gehört jetzt wieder Deutschland Das war gerade Es waren sogar Deutschlands Truppen Gegen die ich da gekämpft habe Das war sehr sonderbar Muss ich es nochmal belagern Der Adel sieht uns in besserem Licht Die Meinung unseres Klerus schwindet, Majestät Die Meinung unserer Kaufleute Niederlander Eine gute Strategie Versperrt die Burg England ist komplett nutzlos Lasst niemanden in die Burg Ach, die Rebellen haben meine Belagerung beendet Wir haben ein neues Gebäude Niemals Jetzt wissen wir, wo dran ist Papier gescheitert Am Spion Ja Genau das Der war nicht warfett Ich glaube nicht, dass ich Dass ich Ungarn Das anbieten kann Sein Vasall zu werden Ich glaube nicht, dass das geht Weil ich bin ja bei Deutschland Also ich habe auch nicht gesehen, was mit Vasallen zu machen Der Feind hat unsere Siedlung geplündert Hier ist eine deutsche Armee, okay Ach doch, du könntest wirklich Vasall werden Aber dann hast du wahrscheinlich Krieg mit Deutschland oder so, ne? Wie machst du das denn? Unter Frieden anbieten Will ich das nochmal? Aber es ist 21.13 Uhr Wir gehen bis 22 Uhr, ne? Also Neustarten rentiert sich bei mir sowieso nicht Ja, dann gucken wir mal, was sie sagen Wenn ich ihnen Vasallentum vorschlage Das nehmen sie Nice Jetzt bin ich Ungarn Aber du bist ja jetzt So wie Stadt Deutschland bist du jetzt Ungarn-Vasall, oder? Ja, jetzt bin ich Ungarn Oh Gott Das hätte wahrscheinlich schon viel früher ne Lösung sein Ich wusste das leider auch nicht Ich wusste nicht, dass das geht Ich dachte, dass das bedeutet, dass ich sterbe Weil ich dachte, dass Vasallion nicht geht Weil ich ja bei Deutschland mit drin bin Das wäre ja die Lösung gewesen Ich wünsche, ich hätte das gewusst Weil dann wärst du ja vor Ungarn erstmal safe gewesen Ja, das hätte alles gelöst im Endeffekt Alles, alles Okay, so viel dazu Aber danke für den Tipp, Mensch Danke für den Tipp, auf jeden Fall Dankeschön, dann geht das tatsächlich wirklich noch Ja, aber das hätte die KI auch selber vorschlagen können, auf jeden Fall Das stimmt Das macht sie interessanterweise nicht, stimmt Die KI ist eindeutig schuld Ich finde schon, dass die KI schuld ist, ja Ich finde, ich möchte an dieser Stelle bitte auch einmal anbringen, dass Klagenfurt nicht gegen 7.500 Menschen gefallen ist gerade Das finde ich auch wild, ey Im Sprammeer Wir leben immer noch Ich bin wie so ein Fußpilz Das bringt den nicht, aber es geht auch nicht weg Aber das finde ich auch stark Der Feind spielt wirklich lange irgendwie durchhalten kann und sich zurückkämpfen kann Zu, also ne, 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 wir reden noch nicht von zurückkämpfen Nicht durchhalten Nur bei durchhalten Das ist ein bisschen schade, dass man nicht noch mehr Kriegsführer haben kann Also Ritter an sich Das stimmt Irgendwann stößt du so ein bisschen als großes Reich An, sag ich mal, bürokratische Limits Aber das finde ich ganz gut, weil du nur dann nicht halt so krass snowbollen kannst Das balancet das so ein bisschen Aber ich merke halt gerade, ich habe so zwei Fronten Die Verbindung zu einem anderen Königreich gestärkt Ja genau, ich meine, ist hier wirklich auch interessant, weil es eben gerade auch ein bisschen dazu führt Zwei Fronten sind nicht so eine gute Idee Ähm, weil wir einfach Aber witzigerweise auch Ich glaube, das ist auch woran Deutschland natürlich die ganze Zeit krank Die hätten sicher Ressourcen für noch mehr Armeen Ähm, aber vielleicht einfach nicht die Heerführer dafür Oh Gott, das ist Alles lehnt sich auf Was soll das denn? Ich bin doch ein so gütiger und guter Herrscher Hm Bei dir hast du Rebellen-Dinger, oder was? Jaja, ständig Ständig Oh my Alles gut, alles easy GG Okay, die haben wir jetzt auch weg Alter, wir haben sogar eine Goldschmelze Wir haben eine feindliche Armee Oh, was ist das denn krass ausgebaut, bitte Eine Rebellenarmee wurde besiegt Wir haben die feindlichen Eindringlinge vertrieben Die Stabilität einer unserer Provinzen ist bedroht Ey, in meinem Chat wieder Sachen Warum sagt Maurice das mit so einem fiesen Grinsen? Ich glaube, das ist einfach sein Gesicht Ja, das ist aber gemein hier Es ist leider ein wenig wahr Ich glaube, ich habe irgendwie, ich weiß nicht Resting hinterhältiger Sackface Ähm, muss man schon sagen, glaube ich Edelkäse machen wir bald Das finde ich gut Uh, jetzt kommt die Richtigkeit Edelkäse ist doch lecker Eine neue Verbesserung wurde abgeschlossen, Majestät Oh, die wollen da oben helfen Ja, noch eine Rebellion Das sieht gut aus Bei dir, Pia? Ja, ja, aber jetzt Ungarn soll sich Ich schau mal, ob Ungarn mir hilft Komm schon, Ungarn Ne, Ungarn hilft mir nicht Na gut Pia weiß, wie wir das lösen Wie ihr wünscht Ich versuche, gegen die Rebellion zu sterben Nein, let's go hier Für die Krone Nein Ich bin doch gerade noch da Alter, ich muss wirklich Alter, wie lange kämpfen bitte bei einer Also so eine Das ist halt freudig Du belagerst eine Stadt Kannst nichts machen Außer halt abbrechen Und in der Zwischenzeit Macht der andere Mit seinen Truppen Seine Ländereien kaputt Das ist ja übelst freudig Ich kann ja leider auch nicht helfen Weil Ich habe einfach keine Armee mehr übrig Und wie fern ist dein Leben jetzt besser Nachdem du in Ungarn bist Lass das nicht den Gottimparator hören Ich weiß es auch noch nicht so genau Ich glaube nicht, dass mein Leben jetzt besser ist Um ehrlich zu sein Ich bin einfach nicht tot Das ist die Differenz, die wir jetzt haben Und ich muss ein paar Leute hier kündigen Weil ich einfach kein Ich mache halt kein Gewinn, kein Geld Wir haben gar nichts mehr gerade Aber Österreich verlangt, dass wir Ungarn angreifen Toll Österreich Weißt du, du hast so gute Vorschläge Du bist aber Seil von denen Ja Ist das geil Was soll's denn jetzt Also Ach, die Holländen, die Brandschatzen Die sind alle ein bisschen Ein bisschen verwirrt Das ist ja nervig Das ist ähm Wir lassen sie nicht durch Aber es macht Also Ich kann mir vorstellen, dass das Spiel Wenn man es spielt Spaß machen kann Majestät Die königliche Familie Das ist eine harte Aussage Wow Sehr schön zusammengefasst Den heutigen Abend Kann ich bestätigen Wenn man es spielt, macht es Spaß Bestätige ich hiermit offiziell Eine neue Verbesserung wurde abgeschlossen Neue Verbesserung Wir haben die Eindringlinge vertrieben Dankeschön Ja, ich glaub Sepp, heute hast du dir auf jeden Fall So viel wieder gut gemacht Dass du mich beim nächsten Run In einem anderen Spiel Wieder exkommunizieren lassen kannst Nein Das ist ja alles, was Sepp erreichen wollte heute Moralischer Freifahrtschein fürs nächste Mal Für die nächste Exkommunikation Was denn für ein Prinz Holy shit Äh Ja, ich würd Österreich sehr gerne angreifen, Leute Aber ich hab keine Armee Weil, ja Österreich ist auf jeden Fall durch Ungarn geschwächt Wisst ihr, wer noch geschwächt ist? Durch Ungarn Ey, ich hab das Gefühl, dieses Spiel heute ist einfach nur Meme Wir müssen auf jeden Fall, ich muss auf jeden Fall dieses Spiel irgendwie kommende Woche nochmal starten Und einfach für mich und mein Ego und mein Selbstbewusstsein das nochmal probieren und actually Ich muss einfach Ungarn besiegen Ich werd diesen gleichen Startpunkt nochmal wählen Und ich werde einfach alles auslöschen Was, Ungarn heißt Rache Rache wird mein sein und sie wird süß Seine Ritter zu den Waffen rufen? Was? So, jetzt endlich Genug gewartet Durchbrech die Mauern Ah Mir hat einer im Chat geschrieben Du kannst auch anscheinend Ritter Äh, ne kleine Armee befähigen lassen Bald durchbrechen wir ihre Abwehr Wie ne kleine Armee Die, so Von 5, äh, Slots Ach echt? Ganz beliebig Du kannst auch nur mit einem rumlaufen Watt? Mit Also Was ist das denn? Kann ich sie einfach rausziehen oder was? Ja klar Das ist in der Stadt Du kannst das in der Stadt unten in die Garnision reinschieben Oder oben in die Armee Und, äh Das war ja das, was ich vorhin erzählt hatte Ich bin ja mal mit dem Peter Auna Der Krieg ist vorbei Und wurde dann Einfach von irgendwelchen Leuten Ah ja genau Ich dachte du meinst Dass auch Leute, die keine Marschall sind Befehlen können Ne, das geht nicht Ja So 50% Oder Will das ein Kleriker das weh? Ja Ich kann euch berichten Dass die Rebellen erledigt sind Majestät Wir haben die Eindringlinge vertrieben Kleriker ist bei mir wirklich immer nur dazu da Um Den, ähm Wenn ich gerade mal wieder ein neues Volk unterjocht hab Ja, ja Den schnellen Sermon zu halten Ey, der Maurice ist Hat vielleicht Eure Felder verbrannt und so Aber, ähm Ach guck mal Meissen hat einen neuen, äh Führer Oh Gut, dass du das sagst Gut zu wissen Ja Eine Verbesserung wurde abgeschlossen Das ist schlecht für uns Was ist hier? Tinta Geil Ich bin immer immer wieder überrascht Dass das Spiel eben Ich find's so lustig Wie diese, diese, diese Runde schon sehr geprägt wird Also das Wir ständig versuchen Irgendwelche Exploits zu finden Und das Spiel dann doch meistens Relativ schlau drauf reagiert So Von wegen Nein, die Rebellenstadt Gehört halt dann nicht dir So Mann, oh Aber das geht nicht Nur England wird Also ich bin jetzt die ganze Zeit Diplomaten mit England hier Leute, warum, warum wollt ihr nichts Von mir und mit mir Ach Wird doch doof Ich hab nur das Silber Oder Die Belagerung hier ist Kein Problem Das schafft die Garnison Also hier Abbrechen Krass Ich habe Jetzt tatsächlich Den Boden Meines Nicht vorhandenen Egos Als König erreicht Wirklich Und deswegen habe ich jetzt meinem Sohn und Erben Die Tochter Prinzessin Clementinia Clementinia Aus Ungarn gegeben Um sicher zu gehen Dass Ungarn uns nicht noch weiter zerreißt Frech Nach vier Generationen Krieg mit Ungarn Finde ich gut Finde ich jetzt basaliert Und eingeheiratet Und eingeheiratet Ich wurde gebrochen Die Brutmutter wurde gebrochen Richtig böse Vollständig Die Unruhen in einer unserer Provinzen Sind vorbei Eure Wünsche wurden erfüllt Ach cool Eine Rebellion Aber die sterben jetzt an mir Gut Okay Was mache ich denn hier mit meinem coolen Boot Den schicken wir mal hier rüber Alter der hat halt Schlacht Aber Ungarn hilft gegen Rebellionen Krass Ich wurde gerade hier Und Ungarn unterstützt mich gerade Ich kann es gar nicht glauben Ich habe Meine ganze Verfolgung Zittert immer Wenn sie die ungarische Armee Schon kommen sieht Wie die Welt sich ändert Das ist einfach so ein Generationstrauma Das ist einfach Die Ururgroßmütter Haben schon von den bösen Ungarn erzählt Und jetzt kommen sie her Und helfen Niemand weiß Was man damit anfangen soll Hä Wie kann das sein Hä Wir finden eine Lösung Es wird mir gerade gesagt Alle Ritter können Armeen anführen Wenn sie eine Marschalfähigkeit geskillt haben Ah Das ändert ja alles Okay Krass Jetzt lass mal testen Kriege ich hier irgendwie einen Das will ich gleich mal ausprobieren Kriege ich hier irgendeinen Kaufmann Stimmt Ja Funktioniert tatsächlich Echt Geil Funktioniert Okay das ändert ja alles Okay Das ist ja wirklich gut zu wissen Wow Gut Da hätte ich dann auch schon einiges anders gemacht Tatsächlich Interessant Die sind halt natürlich nicht so gut Weil sie eben nicht nur Marschalfähigkeiten haben Aber Und das ist natürlich krass Praktisch Ey der Chat weiß schlaue Dinge Chat smart Ja Ja wie immer Chat schlauer als wir Aber nur fünf Ah das war vorher damit gemeint Nur fünf Also die Nicht-Marschall-Leute Haben kleinere Armeen Achso Ah Ja mein Herr Los geht's Ja cool Aber kann ja trotzdem reichen Um so ein bisschen zu helfen Bei Belagerungen Und wie kannst du das dann machen Das ist eine gute Frage Weil ich hab das vorhin nicht hingekriegt Da einen zu klicken Und dann Na der muss da irgendwie Stadthalter sein Und dann ist er oben Taucht er da auf In der Armee In der Stadt Armee Die Ansicht Ich noch eine Stadt Bericht Die nicht zugewiesen ist Die Armee Der Kreuzritter Sind gefallen Bezug scheitert Schade So Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten Die Provence bittet uns Was Nein Nein Was ist denn jetzt hier alles An Armeen Oh Gott Ich verliere den Überblick Wir ergeben uns nicht Hä Wieso kämpfe ich wieder in Straßburg Gegen irgendwelche kack Rebellen Immer wenn ich bei dir vorbei Beilaufe Kämpfe ich gegen deine blöden Rebellen Maurice Was ist da los Wir wissen deinen Einsatz Sehr zu schätzen In Straßburg Was soll das denn Ich könnte kotzen Sepp dass du tust Gutes Und Recht schaffen Das gibt's doch nicht Was sind das denn für Loyalisten jetzt Von dir sind das Loyalisten Wieder die hier rumrennen Juro Luxemburg angreifen Du lässt einfach deine Städte Die ganze Zeit verteidigen Kann das sein Ja Scheiße Ich muss gegen die ganzen Doofis da kämpfen Ja Ich wollte auch gerade Frankreich angreifen Ach die Händler können das Und wenn die ins Kampfskill haben Aber dann sind die ja nicht mehr effektiv Dann sind die ja nicht mehr unterwegs Und besorgen mir ganz viel geiles Geld Euer weiser Herrscher Und seine Anverwandten Das ist ja auch schade Ich stehe euch zur Verfügung Herr König Midas Wird arm wirken Verglichen mit euch Ein Söldnerlager Wurde in unserem Land entdeckt Das ist ein arg Viele Rebellen Waren in der Schlacht siegreich Schickt mir einfach das Gold So Ein Rebellentrupp weniger Ihr helft vielleicht mal hier Und ihr hier So Oh Frankreich hat aber ganz schön viele Truppen Dafür dass sie nicht mehr so groß sind Ja kleine Nationen können immer noch Sehr große Armeen haben Das habe ich auch schon Mit der Champagne festgestellt Au Frankreich und Lothring ist im Krieg Was hast du denn da jetzt Mit denen zu schaffen Äh die wollten Vorher irgendwie helfen Gegen Ach jetzt kommen sie sogar tatsächlich Ich wollte gerade sagen Die ziehen hier gerade durch mein Lande Und wollen ja ans Bein pissen Ja kommt her Also 5000 Leute sind es auch gar nicht so wenig Ja das ist gar nichts Meine Truppen warten Das ist ja schäbig Krankreich Ich muss nur erst mal ein bisschen Hier diese Rebellen weghauen Also wenn du einmal mit einer Nation Äh Nicht mehr gut kannst Na Dann dauert das ganz schön lange Sich wieder mit denen cool zu stellen Ja Ach England Alter wie viele Rebellen habe ich Es ist schlimm Du bist zu schnell gewachsen Ja das kann gut sein Ähm Aber es wurde mir ja aufgezwungen All diese Kriege Sofort Bin ja gänzlich unschuldig Wie immer Die Welt steht euch zur Verfügung Das war auch interessant Ah Eine fremde Rebellion bedroht unsere Ländereien Ach komm fremde Rebellion Jetzt kommen die Hat Berühmtheit erlangt Ah Warte Wo ist die Rebellion Also bei mir ist sie gerade instant aufgeploppt Und war dann instant wieder weg Also ich weiß Also ich bin auch auf der Karte Irgendwo hingeführt worden Wo eigentlich Nix ist Also okay Was machen denn jetzt hier Die ganzen Franzosen So gehen jetzt wieder zurück Ries Ich hab Frieden geschlossen Das muss ja nicht sein Frieden Sepp Mein Schwerk gehört euch Majestät Why Weil ich mit genug Rebellen beschäftigt war Was war der Preis? Gar nix Wir haben einfach Was? Wir haben keinen Bock Gehabt Gott Nun der kann ja gar nix Was von der Loserstadt Aber auch wieder Wein Geil Ich krieg so viel Wein Lasst uns hier auch nochmal Können wir die Britannien Nicht jetzt Äh Dazu bringen Frankreich anzugreifen Ob die beschäftigt sind Schade Machen sie nicht Was hat Frankreich Für paar Verbündete Wir haben immer noch sehr viele Rebellionen überall Wir arbeiten dran Ist das jetzt smart hier gegen Frankreich anzustinken? Wir haben die Beziehung zu einem anderen Königreich verbessert Also das Die Meinung unserer Bauern hat sich verbessert Wir haben ja jetzt gerade so lange Frieden Das ist eigentlich nicht cool Meine Truppen warten Wie lautet euer Befehl? Meine Truppen warten Endlich wieder warmes Essen Eine gute Strategie Ja komm Frankreich Let's go Wir brauchen noch 500 Punkte Für den Sieg Da können wir doch mal ein bisschen Ähm Geklären Unsere Kronautorität singt Majestät Wir haben unsere Kaufleute verandert In England fragen Ob die Ein Brief des Papstes Bedarf eurer Aufmerksamkeit Herr Feindliche Truppen Haben unsere Grenzen überquert Eine unserer Siedlungen Wird geplündert Majestät Unsere Feinde haben einen neuen Verbündeten Wir haben einen fremden Ritter gefangen Majestät Ein Mitglied unseres Hofes wurde eingesperrt Die Meinung unseres Klerus hat etwas gelitten Okay ich habe Ich habe irgendwie Probleme Okay Burgund ist dazu gekommen Ach komm Burgund ist aber jetzt auch freudig Burgund kann auch nicht so viel Die haben ja einen Das ist reudig Burgund ist reudig Ja die haben Die kommen gerne mal so opportunistisch an Ein fremdes Kalifat Hat den Dschihad ausgerufen Ja immer eine Idee Zu den Waffen Eine Burg wird belagert Eine Burg wird belagert Ich könnte gerne probieren Eine Burg ist lustig Da sind ja 2300 Leute drin Ja mein Herr 3400 Stärk Feindliche Truppen haben sich dem Gegner angeschlossen So jetzt gebe ich meine Kriegsbeute doch noch ein bisschen aus Um die Wirtschaft zu fördern Ich bin mal gespannt wie das läuft Aber Steinwallen Ich sehe gerade Respekt Noch 2200 Punkte Da hat sich einer richtig hochgearbeitet Ja ich bin vielleicht ein wenig dem Blutrausch verfallen Das gebe ich zu Mein Reich ist jetzt groß Aber Ich bin bereit Es ist noch nicht ganz so profitabel Wie ich es vielleicht gerne hätte Da müssen wir noch dran arbeiten Aber wenn ich immer noch fasziniert bin Dass irgendwie Halb Frankreich Und halb Deutschland Jetzt Sachsen ist Ja es ist richtig launig Muss ich mal sagen Also Dieser Ausbau Das macht echt Spaß Finde ich auch Hä wir machen Pia nicht platt Und Steinwallen machen wir auch nicht platt Oh Ich werde von meinen eigenen Kumpanen Aufgefordert euch anzugreifen Welche Kumpane Wahrscheinlich Jonathan Ah Ungarn will Handel treiben für 1900 Ne Leute niemand mag euch Alle hassen euch Die Ungarn sind das verhassteste Volk der Welt Glaube ich heute Das kann gut sein Wie lautet euer Befehl Umzingelt diese Hunde Wie geil ist das denn Wenn die Der Feind plündert Eine unserer Siedlungen Majestät Der Dschihad ist vorbei Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten Gefangene genommen Mein Herr Der Feind plündert Eine unserer Siedlungen Ne oder Ich werde diese Maden zermalmen Machen wir jetzt einfach diese blöden Franzosen hier weg Das ist mir schön von der Karte Richtig geil Mein Herr Wir haben einen fremden Ritter ins Verlies geworfen Nur Mut Angriff Wir haben Franzosen Ja klar Franzosen werden richtig weggehauen Oh das tut mir so leid Was heißt das tut dir leid Du hast ihr reich Über Jahre Schritt für Schritt Sepp hast du es Ähm Zerfasert Untergraben Zerfasert Ja Zerfasert Das ist auch ein Oddly specific term Ja Ich muss sagen Dafür dass ich ursprünglich vorhatte Ähm Sehr entspannt Zu spielen Und jetzt Und jetzt Ja ich wollte halt eigentlich Handel betreiben Wir haben eine feindliche Armee zermalmt Unsere Wächter haben einen fremden Ritter gefangen Lief nicht so gut Wir haben die Plünderer aus unserer Siedlung vertrieben Ja witzigerweise hat ja Hat Steinballen auch gemeint Das war das erste was er Also sein erster Durchlauf Er hat Handel betrieben Und dann sieht die KI dich als Ein schwaches fettes Opfer An dem man sich weihen kann Ähm Aber wenn man jetzt so Oh Oh So jetzt kann Sepp sich Ne wer wird Was Was ist hier los England oder der Kalif Achso Es ist nicht Sepp Nein Die lassen sich wählen Aber die KI teilt sich da in der Regel auf Ähm Also die Die gewinnen da nicht Wie Sie gewinnen hier jetzt nicht Ne weil es Also die KI stimmt nicht Uniform für einen In der Regel Okay Sepp kann es noch wählen Aber es hat ja jeder drei Stimmen Was mach ich denn jetzt Will ich mich Ne das geht nicht Du kannst dich nicht wählen Dieben Dullis wählen Einer von den beiden Genau So Man muss auch wählen oder Ich würde es ablaufen lassen Und nicht wählen oder Muss man wählen Ich glaube du kannst dich sogar enthalten Sich enthalten Denn die Stimme Läuft ja ein Timer ab Ja Kontra Sie werden durch Kriege geschwächt Pro bislang pflegen unsere Königreich Furchtbare Beziehungen Ich verstehe gerade nicht Was Also Hä Was passiert denn hier gerade Also Also einer Also die beiden haben halt gesagt Wir haben Weltherrschaft Also wir haben genug Ruhm Um diese Wahl auszurufen 1000 Punkte oder was Genau Und Sepp Müsst du das auch bald können sogar Schaut mal wie wir Deutschland Runtergeballert haben Deutschland ist ganz arm dran Deutschland war mal ganz oben hier Ich verstehe aber gerade immer noch nicht Wo habt ihr euch denn für entschieden Wir können nicht Wir sind keine Großmächte Nur du Ach lol Ja du bist eine Großmacht mit 3900 Ah Okay Okay Oben ist die Liste Der Sachen Von mich jetzt enthalten Ist eine gute Sache Ich denke Weil sonst ist ja Ist das denn nicht vorbei Wenn du es nicht tust Ne Wenn ich mich enthalte Kriegen beide Stimmen Ich glaube es Ich weiß gar nicht Ich glaube man muss alle Stimmen haben Kalif hat sich für einen ausgesprochen Ne Enthalten ist wie dagegen Stimmen Und einer hat jetzt Für ihn gestimmt Und man Man macht quasi Minuspunkte Auf die Punkte Genau Du brauchst Du brauchst Stimmen im Wert Des ganzen Ruhmes Das heißt Entweder kannst du so ruhmreich sein Dass deine eigene Stimme reicht Aber da brauchst du glaube ich Ewig für Oder du bist irgendwie Mit den KI-Völkern Diplomatisch so gut gestellt Dass sie dich wählen Mit den KI-Völkern gut stellen Haha Ja Ja mein Herr Eine gute Strategie Ja In der Tat Ist so eine Sache Es ist so eine Sache Und der Diplomat hat die Verbindung zu einem anderen Königreich gestärkt Ist eine Sache Ich habe gehört Ungarn ist ganz gut darin Freundschaften zu führen Und der Diplomatische Botschaft erreicht Okay Versuchen wir einfach weiter anzugreifen Machen wir doch das Und Greifen wir die an Die Stadt haben wir gleich ein Ich glaube auch Sepp schafft es nicht mehr In einer Viertelstunde eine Wahl Zu kriegen für sich Aber die Punktzahl ist sehr eindeutig Das ist wirklich eindrucksvoll Sepp Was du da hier Punktemäßig Ich versuche mir jetzt gerade auch noch drei Städte in Frankreich zu snacken Also Frankreich auch auszulöschen gerade Ich bin bereit Nur Das wäre insane Wenn das Dann wären wir vielleicht auch punktetechnisch in einer Richtung Die äh Doch ganz cool Ja Warte mal Was ist euer Wunsch Zurück zur Burg Noch eine Schlacht Frankreich möchte seine Marshalls natürlich alle wieder zurück haben Können Schuhe nachher Ein bisschen Wirtschaft Ist interessant Sobald man ein bisschen anfängt mit der Wirtschaft Geht auch die Punktzahl viel schneller hoch als durch Eroberungen Ja also ich glaube auch Waren Je mehr Waren Unterschiedliche Waren du produzierst Je höher gehen deine Punkte Das bringt richtig viel Also Krieg hat mich jetzt von 4400 Irgendwie direkt wieder 500 Punkte runter geboostet Ja Es ist natürlich Krieg gibt dir eben die Möglichkeit Natürlich Waren zu generieren Weil du ja dafür Territorium brauchst Aber Glaube ich auch Genau Oh wir haben es eingenommen Ich bin trotzdem ganz zufrieden Wir haben uns Durch Ich meine mehr oder weniger habe ich Deutschland halt komplett ausgehöhlt Das amüsiert mich Ich habe ja Swarms und Nürnberg mir noch geholt Nachdem sie die Vermessenheit hatten Straßburg Zu wollen Komm aber ich glaube wir müssen jetzt zum Abschluss Punkte sind die eine Sache Ehre ist die andere Nancy Muss wirklich jetzt nochmal Also Für die Ehre Angriff Ach die haben da 4000 Leute drin Fuck it Wir müssen warten bis diese Rebellion hier durch ist Kämpft um den Sinn Und dann müssen wir das probieren Also das geht halt nicht Ach die brauchen auch noch Essen Ihr habt recht Wow Meine Truppen warten Endlich wieder warmes Essen Jetzt habe ich halt viel zu viele von diesen Einberufungspunkten Weil im Krieg Also im Frieden ist das halt Eine Ressource die dann einfach brach Und Im Krieg habe ich halt richtig drauf geballert Und es hat mir auch dann gebracht Dass ich Deutschland besiegen konnte Aber dann ist das irgendwann eben nichts mehr Jetzt kommt hier Deutschland noch mit einer Armee Ach jetzt verwickeln sie mich noch in den Kampf Ach du hast mal ein Herrscher Mensch Ja guck mal Interessant Ich auch Alter was ich für einen Bonus habe In der Armee Sobald mein Herrscher Mein Dings ist Like what Ja Also wenn dein Herrscher auch noch ein Heerführer ist Also auf Krieg und so Dude Dann ist richtig heftig Das ist wirklich riskant Weil wenn der an alter Stärke stirbt Verlierst du eben seine ganze Armee Ja aber der ist super jung gerade Der wurde gerade ganz frisch Der ist meine einzige Chance Ich habe jetzt 3800 Mann Statt 1700 Weil er krass ist Ja Und ich marschiere jetzt in dem Moment gerade gegen Wien Find ich gut Kurz vor Schluss ist Meißen noch zur Großmacht Ausgerufen wurde Oh Nicht schlecht Gratuliere Nicht schlecht Jäger Respekt Es gibt doch noch was ja Vielleicht hätten wir noch eine Stunde länger machen sollen Die Bauern sind begeistert Jetzt geht's ganz los bei allen Ja ich würde tatsächlich jetzt so eine halbe Stunde An die Grenze dessen stoßen Was ich hier intern noch ausbauen kann Und dann würde es wieder an den Krieg gehen Bei mir ist beziehungsweise der Zyklus umgekehrt Bei mir ist jetzt so Jetzt würde ich die nächste halbe Stunde wahrscheinlich damit verbringen Einfach das mal zu bauen was ich habe Ähm Und dann irgendwann wieder Krieg Aber wie gesagt Also Also Nancy muss halt jetzt noch Seid ihr verrückt geworden Herzog Uldegard Krieg erklären Verbesserung wurde abgeschlossen Herr Wer weiß was wir aufgrund dieses Fehlschlags gewinnen Warum sind die Bauern jetzt da angefressen deswegen Leute Ihr müsst doch auch wissen dass Nancy uns allen gehört Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten Genua verlangt dass wir Ungarn angreifen How about no Nee nicht England angreifen Ganz blöde Idee Nur Mut Angriff Blöden Engländer Leute das ist auch Die Bevölkerung rebelliert Wenn das Volk dafür jetzt bluten muss Dann ist das so Natürlich Wir werfen jetzt diese zwei Armeen da rein Und bringen Die nächsten beiden auch schon in Stellung Also Nancy wird um Um jeden Preis erobert Es gibt wirklich Also es ist vollkommen egal Wie viele Leute dafür sterben müssen Die Meinung unseres Adels Ist etwas schlechter Die Stadt wird uns gehören Unser Kaufmann wurde exekutiert Morgen werden wir reicher sein Wer? Mein Pimmel Mein Kaufmann Der alt Im Krieg jetzt gefallen ist leider Jedes gelesene Buch führt zu mehr Profit Watten Arsch Haben sie den hingerichtet Boah hate you ey Profit ist mein Leben Dieses Rebellenpakt plündert uns auf Diese Hasenfüße laufen davon Krieg ist halt auch echt Aber ich finde das eigentlich ganz cool In dem Spiel ehrlich gesagt Echt? Mehr als noch als in Crider Kings zum Beispiel Das Krieg halt echt Ein sehr kostspieliges Unterfangen ist Ja und schwer Also es ist halt auch Gut wenn du eine gewisse Größe hast Macht es dir das leichter Gegen Kleine halt vorzugehen Also ich merke schon Ich snowball hier schon ein bisschen Ähm Aber es ist halt trotzdem immer risky Weil du hast halt Dann mal hier eine Rebellion Da eine Rebellion Auf einmal Denkt sich Der große Verbündete Auf einmal doch Der geht gegen dich in die Schlacht Also du musst Sehr viel bedachter Krieg führen Ja und es ist anders als in Crider Kings Noch nicht immer so am Ende Mehr oder weniger ein Plusgeschäft Weil du zwar Unterhaltkosten hast Aber dann so viele Gefangene machst Dass das immer Gold bringt Du musst halt wirklich Du musst halt Gebäude bauen Die dir diese Eingrufungsressource geben Das könnten ja derweil Handelsgebäude sein Sonst Ähm Du ziehst Bevölkerung aus deinen Dörfern raus Ähm Du kannst nicht einfach Könige töten Die dir auf den Sack gehen Das ist glaube ich das Was mich am meisten irritiert Ich hatte ja bei CK3 Einfach schon mindestens 30 Dränkespielmordkomplotte Gegen Ungarn gestartet Ich hatte einfach ihre ganze Familie ausgerottet Und durch die Erbschaft Wäre das dann zerfallen Und jetzt bin ich so Ja Na gut dann freuen wir uns halt an Sepp du wurdest nicht kommuniziert Was Was warum Die blasphemische Herrschaft In Sachsen war nicht länger hinnehmbar Oh Was Ich glaube weil du ständig Andere Katholiken angreifst Das ist aber jetzt Frech Kann ich meine eigene Religion jetzt gründen Wie geht das Winzen Die Exkommunikation ist hier auch deutlich weniger schlimm Es heißt halt nur dass andere Katholiken dich jetzt angreifen können Und dass ihr Klerus ihnen auf den Sack geht Ähm Ja ich bin auch relativ ketzerisch Klerus minus 10 Ich habe glaube ich auch das komplette Spiel Klerus minus 10 gehabt Eine unserer Siedlungen wurde geplündert Ja so So ist er nicht Unsere Bevölkerung wird aufrührerisch Das ist ähm Oh jetzt findet unsere Bevölkerung mich aber nicht mehr geil Jetzt kommen einige Rebellionen gerade an den Start Ja die sind halt nicht so Ähm die sind halt nicht so der Meinung Dass also Die Bevölkerung ist wahrscheinlich dem Findet den Katholizismus unterm Strich ganz gut Ähm Rebellen plündern unsere Siedlung Ach Ruhen hat zu Dieses Rebellenpakt plündert uns aus Möge Gott euch schützen Herr Wieso können wir die Bevölkerung nicht mehr Einglieder nennen Ich setzte meinen Glauben in euer Vorhaben Ja und es dauert halt auch unfassbar lange So eine blöde Stadt einzunehmen Ja Das ist halt nicht Ich habe irgendwie 10.000 Truppen Und der irgendwie so 2.000 Und es dauert halt trotzdem sehr lange So eine blöde Stadt einzunehmen Was halt gut ist Für dich Weil du dann auch verteidigen kannst Vernünftig Und wieder was aufbauen kannst Wenn du mal irgendwo angegriffen wirst Eine Rebellenarmee hat sich gebildet Ja Cool Überall habe ich jetzt Rebellenarmeen Ich finde das sehr cool Eine Sache die man beim Krieg bedenken muss Wie das normalerweise läuft im Singleplayer Äh du kannst deutlich schneller vorankommen Wenn du in den Echtzeitschlachten Ein bisschen die KIs schießt Ähm Ja Wenn du Also du machst viel weniger Verluste Also nicht immer wenn du irgendwie cheesy bist Einfach ein menschlicher Spieler ist immer besser als ein Autoresolve Ähm Im Singleplayer ist Krieg tatsächlich ein bisschen flotter Aber auch da ist die Ressourcenfrage eben ein Ding Ähm Dass du halt trotzdem einfach Und Truppen sind eben nicht einfach endlos reproduzierbar Selbst wenn du das Gold hast Irgendwann brauchst du die Bevölkerung dafür Und wenn deine Städte halt Geisterstädte sind Ist auch nicht mehr so gut Krieg führen Ich bin bereit diese blöde Stadt einzugreifen Das ist auch nur den Vorteil Dass du halt deine Truppen hast Plus noch diese zwei kleinen Slots Und die Belagerungsdinger drin sind Ähm Mehr nicht Das ist halt Das war's Aber die machen schon Unterschiede Also das macht halt schon Unterschiede Es geht schon ein bisschen schneller Ähm Warum Jetzt hab ich voll die Rebellenkacke an der Hand Ähm Ich bin doch nicht mal euer Feind Also die Rebellen rebellieren gegen Deutschland Und greifen jetzt mich an Weil ich die Stadt belagert hab Oder was Warum Komm das Ding muss ja Belagerung halt Gehörnete mit den Truppen hier rein 40 Jetzt kommt er hier noch hin Majestät Unsere Gegner haben Verstärkung erhalten So und außerdem Werde ich jetzt zum ersten Mal Würste herstellen Ah lecker 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 Wichtig ja Like it So ich will diese Stadt Leute Ich will sie Wolle bräuchte ich noch Wie krieg ich denn Wolle Schmuck ist da auch was Schönes Silber, Gold, Bernstein und Mineralien braucht man dafür Alter Meine unserer Siedlungen wurde geplündert Ja wenn die Mein Chat gibt mir wieder Weisheiten Wenn die Bauern dich mögen Gibt's nicht so viele Revolten Ja Vielleicht hätte ein weiserer Herrscher Irgendwann mal inne gehalten Um Ähm Die Bauern auch mal irgendwie auf Linie zu bringen Bevor man die nächste Stadt erobert Aber dann hätte man ja auch nicht die nächste Stadt erobert Und da hätten wir eine Stadt Also ne Also man Mehr Städte sind besser als weniger Und ein paar Bauern Das kriegen wir schon alles irgendwie hin Also Wir müssen ja immer ein bisschen entspannen hier Für die Ehre Angriff Der Feind plündert eine unserer Siedlungen Ach das ist aber auch gerade super ätzend hier Ich hab überall scheiß Rebellen Man muss wirklich eigentlich Also auch da Also eigentlich Wir spielen's glaube ich grad Wirklich ziemlich falsch Man muss eigentlich sich viel mehr Zeit nehmen Inzwischen zwei Eroberungsfeldzügen Ähm Bisschen Bisschen wieder für Frieden und Ordnung im Land zu sorgen Und Nicht alle Ja ne das stimmt Das stimmt Steinwall Und man sieht es an der Punktzahl Ne Also Wie krass du noch nach oben schnellst hier Aber bei mir ist jetzt auch eine Frage des Prinzips Ich hab alles die Wahl Will ich noch Punkte Oder will ich die Ehre befriedigen Und die Stadt zurückholen Die mir von Anfang an gehörte Also Ja das kann ich verstehen Da gibt's halt einfach Irgendwann muss man Prioritäten setzen Und das hab ich getan Ähm Und die Priorität war leider nicht der Frieden Muss man so direkt sagen Sondern die Ehre Wie es für einen guten Ritter sich auch geziemt Soll ich mal ein bisschen was bauen Kann man ja vielleicht auch noch Komm Volk Vielleicht seid ihr dann ein bisschen happy Majestät Ja das hab ich Frankreich ausgelöscht Wuuu Was echt Aber Ey das war wirklich ein Ein Eine 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 jahrhundertelang Wirklich geplante Richtig schäbige Aktion Muss man ja auch so sagen Wie du dieses arme Land Gebeutelst habe Schritt für Schritt Weggeerbt Und ausgelöscht hast Also Ich hab schon Ein bisschen Mitleid Mit Frankreich Nicht viel Aber sie haben mich am Anfang angegriffen Also sie haben das verdient Ähm Oh Gott schon wieder Rebellion Rebellion ausgetaucht Ey Was ist los mit euch Ja genau Greift mal Paris an Das ist eine richtig Die werden Die werden auch sterben Sehr schön Ah I like So wie gesagt Ein bisschen Ähm investiere ich jetzt Die Steuergelder schon Auch noch etwas Positives Eine erlauchte Familie Eine Rebellion Fremder Loyalisten Bedroht unsere Provinz Weitere Truppen Sind gekommen Um uns zu helfen So leicht lässt sich Das Volk Nicht unterdrücken Unser Marschall Hat versagt Eine unserer Siedlungen Wurde geplündert Nochmal Rebellion Hier Was Ich glaube ich werde auch Bald exkommuniziert Ehrlich gesagt Was ist euer Wunsch Ich Bereitet die Belagerungsausrüstung vor Jetzt haben die sich Zur Stadt gesnackt Weil das mit der Mit dem Einnehmen Nicht geklappt hat Ich raste aus Herr Der Adel Sieht uns Wer hat sie sich geholt Ja wenn du eine Stadt Einnimmst Dann hast du ja immer Die Chance auch Oder Das Das Negative Dass Die Stadt halt Wieder zurückfällt Quasi Und das ist halt Gerade passiert Der hat versucht Die Stadt einzunehmen Oder zu übernehmen Und Das hat nicht funktioniert Der Roll Du hast halt irgendwie 50% Chance oder so Ja genau Das Ja Das geht bei mir Dann auch oft daneben Lasst uns die Vorräte Auffüllen und ruhen Aber Leute Das schaffen wir noch Das holen wir uns noch Wo wollen die denn Das hin Majestät Wir haben eine weitere Provinz erobert Majestät In einer unserer Provinzen Ist Unruhe ausgebrochen Dieses Unruhe Hab ich noch gar nicht Gemerkt in meinem Land Ich grüße den strahlendsten Herrscher der Welt Seid gesegnet Herr Also die haben immer so 50% Chance Das einzunehmen Ey das ist aber auch So ich will es auch noch Ein bisschen am Waren Produzieren Immerhin Ist auch schön Hier ein bisschen Wohlstand Kehrt jetzt auch noch ein Nachdem die Eroberungen Abgeschlossen sind Ähm Ist doch alles super Aber Aber Das muss jetzt noch Passieren Die Kaufleute Ihr müsst mir unbedingt Noch 2 Minuten geben Ich schaue hier Seit 20 Minuten Dem Gras beim Wachsen zu Und ich bin so verzweifelt Ich bin so verzweifelt Warum brauchen Schlachten So lange Mein Chat fragt gerade schon Wo mein Atomschlag Bleibt Wir haben keine Atomschläge Das ist schade Ja 2 Minuten finde ich Sowieso auch noch gut Weil auch Nancy Muss natürlich Unbedingt noch Ähm Was jetzt Will England Dass ich ihnen gegen Die Britannien helfe Ihr habt mir nie geholfen Das ganze Spiel über Habe ich mich an England Rangewandt Aufs schäbigste Und niemals Ich frag mal Sowieso blöd in die Runde Wie Seid ihr heute Abend Hart verplant Und müsst gleich direkt weiter Oder Sollen wir los Semi Also Tatsächlich Ich muss Hunde Und so weiter Rauslassen Weil die Ähm Halt Bedürfnisse haben Und ich muss morgen Super früh aufstehen Deswegen würde ich Ungern zu lange Überziehen Aber ihr könnt ja Auch ohne mich Sonst weiterspielen Falls ihr noch Weiterspielen wollt Ja aber wir sind Ja aber wir sind ja auch An einem Punkt Seppes hier Eindeutig Du willst wahrscheinlich Den normalen Sieg Noch ein Also zumindest Würde ich persönlich So weiterspielen Und ähm Stempft mit Ehre Ich hätte schon noch Bock Ich muss tatsächlich auch Also ich muss jetzt nicht Punktgenau jetzt weg Aber kann auch nicht mehr Ewig tatsächlich Ähm Aber auf jeden Fall Kriegst du jetzt gleich noch Dein Ich würde auf jeden Fall Jetzt wir noch Nancy einnehmen Jetzt kommen sie ja noch mal Ich hätte gerne noch Eine Tradition bekommen Dafür brauche ich 800 Bücher Jetzt kommt hier Deutschland sich noch an Und rettet diese Stadt Das kann nicht sein Leute Das kann nicht sein Gott Aber gut Wir bringen Die nächste Armee hin Wir machen das Die verlieren jetzt natürlich Und reiben sich auf Aber Die Kaufleute im Reich Rühmen eure Taten Majestät Dafür haben wir ja die hier noch Scheiße, die rund an, ey Und jetzt holen wir mit denen Auch noch Belagerungswaffen Betrachtet es als erledigt, Majestät Während die hier sterben Für Für Nancy Boah, ich hab die Stadt Das geht doch nicht Die Meinung unserer Bauern Hat sich verschlechtert Der Feind Plündert Eine unserer Siedlungen Ich kann Kaum glauben Dass ich Folgenden Satz Jetzt ausspreche Aber Ich hab gerade Wien eingenommen Sehr gut Wow Ich habe Eine zweite Provinz Das hat aber nur Sieben Stunden gedauert Ungarn findet es nicht geil Meine ganzen ehemaligen Bündnispartner Hassen mich jetzt Über alles Weil die alle Miteinander Quasi Ja, ihre ganzen Verträge hatten Das heißt Alles hasst mich Aber Ich hab jetzt Wien Na gut Die Unruhen In einer unserer Provinzen Sind vorbei Gut, löderweise Wurde ich In Nossi besiegt Von zwei deutschen Armeen Ich weiß nicht Wo die hergekommen sind Rebellen haben sich Unsere Siedlung Unter den Nagel gerissen Ich wollte eigentlich Neue Truppen reinbringen Wir gucken mal Ob das noch klappt Das schaffen sie nicht Fremde Loyalisten Rebellieren Rebellen belagern Unsere Stadt Herr Ach, jetzt sind wir Noch in Canterbury Oh Gott Also Pia Großen Respekt An dein eisernes Durchhaltevermögen Wirklich Dass du Es tut mir so leid Dass du so viel Pech hattest Ich hätte so gerne Mehr gemacht Um dir da irgendwie Das heute noch Bisschen wieder Schöner zu machen Aber ich Wusste gar nicht Was man noch Hätte machen können Heidentum Verbreitet sich In Ungarn Okay Nein 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 Nicht Ungarn Bitte Bitte nicht Ungarn Lasst Ungarn In Ruhe Bitte nicht Das Volk Nicht unterdrücken Unser Marschall Hat versagt Wir haben Unseren Adel Verärgert Heidentum Verbreitet sich Hier Ich muss jetzt aber Ach Der hat das Nicht geschafft Wurst Ich bin auch gerade Von meinen Leuten Sehr enttäuscht Dass sie nicht Nancy erobert haben Das ist sehr sehr enttäuschend Nicht geschafft Nee Es kam dann Deutschland mit zwei Entsatzungsarmeen Die mache ich jetzt gerade In einer Feldschlacht Weg Ähm Ja wieder Norsi gehört denen ja auch Leider Deswegen Was ich übrigens ganz cool finde Ist dass diese Schlachten Wenn sie auf der Karte Dargestellt werden Wirklich die kleinen Figürchen sind Die du als Einheiten In der Armee hast Ja Also die Truppen Um deinen Feldherren Sind wirklich die Truppen Die du ausgewildert hast Ähm Das finde ich sehr nett Was haben wir denn jetzt Shit Dann kommen da Pfeile Und die werden dann Beschossen Und die kriegen dann schon Schaden Ja Ich habe Zwei Informationen Die unfassbar Interessant sind Und ich habe Gar keine Lust Weiterzuspielen Und ich habe Die Meldung Bekommen Dass der Adel Sich insgeheim Mittlerweile Ungarn Gegenüber Treu fühlt Und Sie eigentlich Hinter Ungarn Stehen Das ist Information Nummer Eins Diese schädigen Verräter Und Information Nummer Zwei Ist Der ungarische König Hat keinen Sohn Und seine Älteste Tochter Ist mit Meinen Also mit Meinen Charakter Verheiratet Und hat mit Dem Kinder Und nen Sohn Das heißt Ich bin jetzt In der Erbschaftsfolge Von Ungarn Wär jetzt noch geil Das wär jetzt Ein sehr ironischer Twist des Schicksals Sagen wir so Spielen wir nur vier Stunden Dann bin ich Ungarn Ja Ja Wirklich Genau wie Sepp Inzwischen Frankreich ist Das sächsische Frankreich Ähm Und das Kärntnerische Ungarn Ja wir gänzen Nicht E Ich bin bereit Wenn ihr darauf Besteht Ja gut Aber ich glaube Wir können Wahrscheinlich Zur Siegerehrung Schreiten Keine Ahnung Ob ich diese Stadt Hier noch jemals Bekommen werde Wahrscheinlich nicht Wahrscheinlich sitzen wir Sonst morgen hier noch Hier wenn ich mich Weiter an Nancy Aufreibe Äh Aber Die Punkte Sprechen eine sehr Sehr klare Sprache Wenn auch nicht mehr Ganz so klar Wie ich noch von einer Stunde Gedacht hätte Weil Gibt Steinwallen noch Ein zwei Stunden mehr Und wer weiß Wie die Wirtschaftsmacht Meißen Ähm Auf einmal Auf einmal da steht Ja Aber dennoch Gibt es hier Einen sehr eindeutigen Sieger Der uns alle an die Wand Gepunktet hat Und zwar Ich guck ihn auch noch mal Kurz auf der Weltkarte an Guckt ihn euch an Guckt euch Sachsen an Ganz Frankreich Bisschen was in England Und hier nebenbei Auch noch so bisschen Augsburg Das stimmt Wir haben ja noch Ja da unten Haben wir auch noch was Also Augsburg auch noch Geholt Das war der Der klickliche Versuch Pia noch Zur Hilfe zu eilen Ich hab keine Ahnung Sepp Wie du das Gemacht hast Ehrlich gesagt Dass du uns so Davongestürmt bist Aber Respekt Ich hab als erster Krieg erklärt Das war's Und halt einen Erfolgreichen Krieg Naja Das sah lange Nicht so aus Also ich war Mit dir ja Kurz davor Ganz am Anfang Zu scheitern Ja Also das war Für uns beide Sehr eng Am Anfang Stimmt Aber wie ein Phönix Bist du Hast du dich Aus der Asche erhoben Und bist über uns alle Hinweg Geschwebt Und hast nebenbei Auch noch versucht Heldenhaft Unterstützung zu leisten Gegen die Barbaren aus Ungarn Sag das nicht so laut Sonst hört das die Meine Gemahlin Das ist nicht so gut Ja und dann geht's Gleich wieder los hier Ich bin bereit Die das noble Kärnten bedrängt haben Meine Kinder Sind halb Ungarn Pass auf Das erklären die mir Den Krieg Oh oh Das wollen wir Natürlich nicht Aber auch an dich Pia Sehr viel Respekt Für wie so oft Deine Deine eisenharte Willenskraft Ehrlich Also die letzten Drei Ränkespiele Zwei Ränkespiele Ja drei Liefen für mich Echt nicht so Kickelnd Die waren echt Alle Eher Ja das ist ja Deine Schuld So Es ist ja wirklich Also teilweise Wegen eigenem Unvermögen Teilweise Wegen unfassbar Viel Pech Aber es wird jetzt Langsam mal wieder Zeit für ein Ränkespiel Wo ich halt auch mal Nicht nach zwei Stunden Die ganze Zeit nur sage Oh Gott 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 Es erstreckt sich ja auch Also Du fasst das unter Ränkespiel Zusammen Aber ja Deine Events Und meine Sind ja da zusammengefasst Das ist Ah Schlimm Es ist wirklich Also es ist momentan Es ist irgendwie verhext Ich weiß nicht was los ist Meine Siegessträhne Ist nicht vorhanden Ja In dem Fall Kann man immerhin Aber nicht Dem noblen Ehrbaren Sächsischen Sepp Den Vorwurf machen Denn er war heute Ein Held Und ein Sack Weil er so viele Punkte hat Ich will auch so viele Punkte Ich verstehe das nicht Aber du hast dich auch Wirklich noch gut Auf die Beine gestellt Nachdem du auch Nur ein Land hattest Hat das dann doch Ganz gut funktioniert Bei dir Muss man sagen Ich hatte echt gedacht Scheiße Das wird jetzt wirklich Gar nichts mehr Und muss ich vielleicht Sogar neu starten Und muss zugeben Dann wenn man sich Jetzt hier mal Also es ist vielleicht Noch nicht Es macht punktemäßig Noch nicht so viel her Aber Lothringen Ist auf der Landkarte Schon ein Brett Und ich meine Guckt euch mal an Was wir aus Deutschland Gemacht haben Deutschland ist bitter geworden Deutschland hat aber noch So ein bisschen Irgendwie Italien da unten Nach dem Krieg Gegen den Ledigen Aber ich bin durchaus Trotzdem zufrieden Mit Lothringen Auch wenn es vielleicht Nicht so viel Prestige hat Haben wir viele Bauern Unterjocht Und viele Rebellenführer geköpft Ich habe die Fählererrungenschaft bekommen Hat die irgendwer von euch Auch bekommen Oder kann ich das nicht Ich kann nochmal zwei, drei Leute Hinrichten Ich hasse sowieso Mein Volk von Palette Für heute Ich habe die meisten Rebellen geköpft Und das finde ich Finde ich exzellent Für mich jetzt sind wirklich alle Einfach Ja, aber It's lonely at the top Sepp Du bist halt An der Spitze Und deswegen Und zuletzt Muss ich natürlich auch nochmal Unserem diesmal tatsächlich Wirklich sehr ehrbaren Anständigen Friedfertigen Händler Steinwallen Respekt zollen Der aus gar nicht so viel Land Ja tatsächlich Jetzt nochmal Lächerlich viel Prestige Rausgeholt hat Sind das wirklich nur drei Provinzen Das sind vier Immerhin Vier, ja Aber trotzdem Mich irritiert dieses Diesmal Also ich habe ja jetzt schon Echt viel mit Steinwein gespielt Und er hat mich noch nie Hintergangen Im Gegensatz zu dir Ja, das ist ja Das ist ja schön Das ist ja schön Dass wir das so festhalten können Ich habe jetzt Nancy genommen Damit ist alles gut für heute Sehr gut Nein, also ich meine Ich muss ja so ehrlich sein Steinwallen kann auch nicht Immer was dafür Aber dass beim Ziff-Gipfel Er durchs pure Los Die Aufgabe bekommen hat Die verdeckte geheime Aufgabe Die zufällig verteilt wurde Schließe Freundschaft mit jemandem Und fall ihm dann in den Rücken Das hat halt So gepasst Die Faust aufs Auge Weil Steinwallen der einzige war Den man tatsächlich vertraut hätte In dieser Runde Und er kriegt dann diese Aufgabe Es musste so lachen Als das rauskam am Ende Ähm Und da hatte er sich Mich als Ziel erwähnt Ja, aber ich glaube Dass ich es nicht durchgezogen habe Weil ich glaube Das ist ja gewesen Weil dann hätte ich es glaube ich Vielleicht noch zeitlich geschafft Aber egal Das ist jetzt eine andere Runde Gibt es nicht Ja, ja Das ähm Ja Es steht bei mir im Chat Steinwallen ist ein ganz mieser Molch Heute aber nicht Wow So frech Sehr schön Du riechst seinen Chat schon konditioniert Ey, unglaublich Also ich Es ist Wir haben es immer noch nicht rausgefunden Es ist so ein typisches Henne-Ei-Problem War ich ein Sack Oder erst mein Chat Oder ich weiß nicht Aber irgendwie findet der Chat Und der Streamer ja zusammen Das ist halt leider so Ähm Das ist sogar einer meiner Moderatoren gewesen Die Aussage gerade übrigens Ich muss Ja Also ich glaube es liegt am Streamer Weil du bist die Person Mit der ich die meisten gemeinsamen Zuschauer auf Twitch habe Und bei mir sind die gleichen Zuschauer nicht so hinterlistig im Chat Wow Wow Okay Ja das ist blöd Das ist blöd Das ist dummerweise eine knallharte unbestechliche Logik Ähm Ja der Chat Stimmt ja auch zubeis Wird auch geschrieben Das halte ich für ein Gerücht Pia Bei Pia trauen wir uns nur nicht Schreibt einer Hm Muss ich Leute Leute Wie viele Bauern habe ich heute gefehlt Warum Warum seid ihr immer noch aufmüpfig bei mir und bei ihr nicht Was soll das denn Ich verstehe das nicht Du musst die Viewer pfehlen Nie bauen Es ist Es ist ganz Es ist Es ist alles ganz schlimm Ja Ähm Aber Ähm Aber Aber Es hat sehr viel Spaß gemacht Das hat unfassbar viel Spaß gemacht Das auf jeden Fall Äh Es war auch eine große Freude Mit euch mal wieder ein Ränkespiel zu veranstalten Ähm Steinwallen hat mich ja schon ein bisschen auf Twitter ab und an so gestichelt So ja das ist der Name Ränkespiel halt schon lang nicht mehr durch die Hallen und so Und auch Pia zu Recht Ähm Und auch auch Sepp Also ihr habt mich alle irgendwann ein bisschen kritisiert Und ihr hattet recht Äh Was ist denn hier draus geworden Ab und an mal Strategie Events auszurichten Deswegen war es sehr schön Dass ihr euch heute mal wieder eingefunden habt In dieser sehr illustren Sehr altbewährten Besten Strategierunde auf Twitch Man muss es ja so ganz klar sagen Ähm Ähm Und auch das Spiel hat mir sehr gut gefallen Es ist auf jeden Fall Eine Nuss für Also wir sind ja alle hardcore erfahrene Crusader Kings Veteranen Ne Und wir mussten hier wirklich Knobeln Taktieren Äh Uns reinbeißen Und ich liebe es Ich liebe es wenn ein neues Spiel kommt wo ich das machen kann Ja jetzt ganz tief in die Mechaniken rein Äh Das Spiel gibt es tatsächlich ab heute auf Steam Es ist im Lauf dieses Streams rausgefunden Wer hätte es gedacht Ne reiner Zufall dieses Timing natürlich Ihr findet bei uns alle Links Wo ihr es euch anschauen könnt auf Steam Guckt gerne mal rein Ähm Ich bin sicher ihr werdet es auch bei einigen von uns noch Bei mir zum Beispiel direkt morgen auf Twitch sehen Bei Steinbein weiß ich gibt es schon YouTube Videos Ähm Also auch da Ne Ähm Bleibt dran bei uns Folgt auf jeden Fall allen vier Kanälen bitte Ne Auf jeden Fall Das gebietet jetzt wohl die Ehre Ähm Und Ja Äh Und ich muss ja sagen Ich hatte ja prokrastiziert Dass mehrere von uns Wenn nicht mindestens einer Game over geht Das ist nicht passiert War mega knapp aber auch Also es war echt mega knapp Holy Shit War bei mir auch wirklich knapp Also ich stand Also später dann nicht mehr Aber am Anfang stand ich echt krass da kurz davor Als sie mir die Stadt weggenommen haben Dachte ich auch scheiße Vor allem das war halt die wirtschaftlich stärkere Stadt Und ah verdammt jetzt kann ich ja gar nichts mehr machen Äh wirklich Aber man kann sich nochmal hochbeißen Auf jeden Fall Ja Selbst dir wäre jetzt gleich Ungarn geworden Ne also Ja gleich nicht Aber tatsächlich Hätte ich wenn ich jetzt da dran geblieben wäre Die Möglichkeit gehabt In Ungarn rein zu erben Ja ja Also Ja Ja mehr machbar gewesen Auf jeden Fall Ist krass Aber ist halt Also muss ich halt trotzdem sagen Hätte ich im Singleplayer so nie erreicht Weil ich ja auch einfach Also du wartest ja nicht vier Stunden Bis du dann wieder back in game kommst Du startest ja eher nochmal neu Und guckst halt Ja Das stimmt Das war jetzt tatsächlich so ein bisschen Ähm Wie gesagt War wirklich mega unglücklich für dich Und ich bin auch nicht drauf gekommen Dass man vielleicht irgendwie Aber es geht glaube ich nur wenn du rausfliegst Dass man eine neue Fraktion einfach mittendrin wählt Ja ich hab's nicht rausgefunden Ich hätte mich einfach zum Wasalisieren lassen müssen früher Das hab ich nicht gecheckt Dass das geht Aber egal Nächstes Mal wird's besser Jawohl Also auf jeden Fall Pia Diese Strähne wird durchbrochen Ich bin mir ganz sicher Ähm Und Ja damit Ähm Gibt es noch Schlusswort Eine wunderschöne gute Nacht Weil ich euch Leute rauswerfe Ne War also super schön Vielen Dank Für meine Geschäfte Dass wir so viel Spaß hatten heute Abend Ja ich danke euch Hatte ebenfalls sehr viel Spaß Danke an alle Zuschauer Selbst meine Die ein bisschen unverschämt sind Ich bedanke mich trotzdem Ich bedanke mich trotzdem Ich habe ein Schlusswort für Maurice Chat Okay Oder vielmehr habe ich einen Auftrag Für Maurice Chat Maurice Chat Ihr seid offiziell dazu beauftragt Maurice sitzt einmal im Monat Auf den Sack zu gehen Dass dieses Rinke-Spiel-Format Ein einmal im Monatiges wieder wird Äh Das müssen auch nicht immer Die gleichen Leute sein Die eingeladen werden Aber Rinke-Spiel Auf Twitch Sollte es einmal im Monat geben Also nervt ihn Da kann ich nicht mal was gegen sagen Das ist ein nubler Auftrag Ähm Machen sie eh schon Schreiben sie Das kriegen wir hin Schreiben sie Äh Ja Das Damit können wir uns doch Verabschieden Äh Es war mir ein Fest Mit euch allen Ganz vielen Dank euch Und ich sage jetzt Sehr optimistisch Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Rinke-Spiel Bis Januar Aber auch sonst Bis zum nächsten Mal Genau Ähm Und äh Ja Man sieht sich Leute Ich wünsche euch einen schönen Abend Tschüss Ciao Unsere Kaufleute sind zufrieden mit uns Majestät So Speichern wir doch mal Mal gucken wir das Zumindest sofort mal im Frieden Weiterspielen können Ähm Ja mein Lieben Das war äh Der offizielle Part Ähm Steinwein Ist Gangen Und deshalb Gibt es eine Pause Ne Man kann jetzt auch quasi Einfach weiterspielen Also die anderen Sind dann einfach Als offline angezeigt Und man selbst Kann weiterspielen Ist wahrscheinlich Dann nicht mehr synchron Oder er wird dann Von einem NPC Dann Übernommen Aber Holy shit Das war mega geil Leute Oder Hab Bock gemacht Steelhead Ja auf jeden Fall Wir haben ganz schön Ganz schön was gut gemacht Hier heute Abend Mh Wir haben fast Alle Städte auch Ausgebaut Und Ähm Alles erforscht Und gemacht Und getan Wirklich Also das ist ja Insane Jetzt müsste ich Eigentlich für Wolle Müsste ich Weiß ich nicht Mit irgendeinem Dulli hier handeln Um dort Äh Oh Dorthin zu kommen Nach Norwegen Wir handeln Nichts wichtiges Ah Jetzt bin ich rausgeflogen Weil Host rausgegangen ist Okay Maurice ist ausgegangen Host gewechselt Mega Hat funktioniert Was darf ich Für dich tun Wir brauchen jetzt ja auch Nicht mehr mit Ungarn handeln Muslime haben den Dschihad ausgerufen Ähm Können wir zurückrufen Dschihad Okay England angreifen Find ich jetzt auch Doof Aber wie fandet ihr es Am Anfang Hab ich sehr gestruggelt Und hab gedacht Meine Güte Ich werde sehr schnell Raus sein Weil ich halt den Krieg angefangen habe Und ähm Ja ich sag mal so Das sah nicht so rosig aus Ich kenne auch das alte Knights of Honor Ich hab den alten Teil Nicht gespielt Und ich muss sagen Holy shit Das äh Ist ganz schön Nice Nices Game Also es sieht auf den ersten Blick Auch gar nicht so Ähm So kompliziert aus Aber es ist doch Sehr sehr tiefgründig Gerade was die Schlachtmechanik dann angeht Und auch so Die Nachteile Die so mit sich kommen Im Reich Und so dieser Rattenschwanz Den man sonst so hat Ähm Den fühlt man meistens Gar nicht bei anderen Spielen Da wird Kriegstreiberei Großgespielt Aber hier ähnlich Wie in Victoria 3 Ähm Ist das gar nicht so easy Ist gar nicht so easy Ist Bremen eigentlich Unabhängig Ist Bremen Bremen Ne Bremen gehört zu Dänemark Alles klar Ähm Und äh Das fand ich schon cool Gerade auch Dass halt Sich unterschiedliche Parteien Dann zusammenschließen Dass es dann doch Irgendwie Sinn macht Ähm Verbündnisse Bündnisse zu haben Was natürlich dann Schwierig war Dass äh Bündnisse auch teilweise Dann nicht so Gehalten werden Wie man das von Der KI Erwartet Als Spieler Man erwartet natürlich Immer dass sie direkt Einem zur Hilfe Eilen Und ähm Einen verteidigen Und Und sowas Aber das machen die Natürlich nicht Ne Warum sollten sie auch Ähm Ne und deshalb Ähm Ist schon cool Also ist schon echt cool Hat mir sehr viel Spaß gemacht Und ist auch Ziemlich Äh Fertig Würde ich sagen Also Ich dachte am Anfang So Hm Ne Neue Spiel Was rauskommt Ähm Ist vielleicht im Multiplayer Noch nicht ganz so rund Aber Gerade so Gerade so auf was Balancing Anging und so Es war Schwer Aber es war jetzt nicht so Dass einer was krasses Rausgefunden hat Und dann Let's go Alle hatten irgendwie zu knabbern Ich hatte da das Glücklichere Händchen Ähm Dann gerade Aber ähm Das war Das war halt schon Neue Geschäfte Wow Mega cool So Wolle können wir importieren Und mit Wolle Oh dammit Was wollte ich denn mit Wolle jetzt machen Da Schneiderei und sowas Jo Edle Kleidung Teppichknüpfer Yes Und ich glaube das bringt einem Dann nachher auch die Die krassen Punkte Für die Siegbedingungen Wir sind gar nicht so weit weg Ähm Von den Großmächten Beziehungsweise Den Handel möchte ich hier auch Fertig machen Bier Wo kriege ich denn Bier her Bier ist in all unseren Provinzen Möglich Was Okay Wo kann ich Ich kann auch einfach dann Irgendeine Stadt nehmen Wenn das geht Und da Hier in Angers Bier brauen Als ob das einfach geht Lebensmittelmarkt Verbesserung Taverne Jo Taverne ist halt Er fahrt hat Möbel Macht aber Ein gutes Bier Macht gleichermaßen Bauern Adelige Zufrieden Fährt das Wohlergehen Warte mal Aber das produziert Kein Bier Oder Produziert Waren Gebäck Und Bier Doch Tut es wohl Aber den Lebensmittelmarkt Kann ich nur bauen Wenn da auch schon Eine Windmühle steht Und ein Getreideanbau Das heißt Das muss ich dann In einer Stadt machen Hier Wo schon eine Windmühle steht Ah Da müssen wir noch kurz warten Müssen wir ein bisschen Money Money haben Aktuell Ich weiß nicht Ob es sich das noch lohnt Mit England So anzubundeln Dass wir unser ganzes Geld da rein Stecken Ah Ja Guck mal Auf einmal brauchen sie Hilfe im Krieg Und dann geht es Wunderbar Ganz im Wüten Okay Okay das hat einige Sehr viele Leute Sind jetzt wütend Was Innsbruck hat sich einfach Komplett von uns Abgewendet What Okay was haben wir Gerade getan Okay A müssen wir Innsbruck wieder Zurück Erobern Was halt Ultradumm ist Aber was war das Denn jetzt Für ein Shit England hat halt Gegen die Britannia Krieg Was eigentlich geil ist Denn ich kann hier In die Britannia Ja einfach Einmarschieren Von hier vorne Und hab jetzt Easy Game Ein neues Land Aber Au Das hat jetzt doch Einen harten Punish Gemacht Der Kreuzzug Hat sein heiliges Ziel erfüllt Boah Okay Also wir brauchen Gleich hier Die Taverne Wir haben Ich glaube das ist Eins wo wir Noch am günstigsten An die Taverne Reinkommen Achso guck mal Mein Marschall Hat gerade keine Provinz Ach weil er gerade Rausgekegelt wurde Mh Ach geben wir dir Ruhen Nahrungsmittel exportieren Yo Ach guck mal Die Engländer sind fertig Oh man Schade Das hätte ich noch Gern gefeiert Das hätte ich noch Gern gefeiert Aber gut Wir müssen uns jetzt mal Eben hier Unsere Stadt Also mal eben Ist gut Westburg ist ganz schön Weit weg Aber hey Was sollt Was sollt Was sollt England rollt Ja wirklich Aber okay Dafür habe ich jetzt Eine Vermehlung In England reinbekommen Was Sehr sehr gut ist Ich Angriff Können was fordern Ja Oh er ist alt geworden Ja lecker 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 Haha England wird zerfallen Und genauso Wie Frankreich An mich irgendwann Politische Übersicht Wir werden bald reich sein Wir werden bald reich sein Ja genau Ja mal gucken Rebellion ist gerade am Start 2700 Gold gibt das Das wird schon Lecker Schmecker Sein Wir können unsere Typen hier vielleicht nochmal ein bisschen Upgraden Wir ziehen Wissen Wissen ist Gold Und Oh wir setzen Auch cool Aber wir haben so viele Bücher Falschen ist super Wissen Wie können wir das geben Und Höflichkeit Ist auch sehr schön Irgendwas was krass Boostet Tradition Theologie Der Feind hat unsere Siedlung geplündert Was plündert der hier Unsere Siedlung Was soll die Kacke Und hier vorne ist noch Eine Wie lautet euer Befehl Ja moin Herr Wannen Den Haag Ja Ich erinnere mich Können wir unsere Truppen mal wieder Aufstocken Wir haben leider Im Krieg gegen Frankreich Doch ein bisschen was verloren Aber ich würde sagen Wir müssen Glaube ich Verstärkung schicken Denn in Augsburg Sind auch Rebellen Aufgetaucht Da müssen wir Auch mal eben hin Bewohner Ungarns Sind wütend Au Bin ich denn Feindliche Truppen Feindliche Truppen fallen In unseren Landen ein Zu kommen Und haben uns jetzt Zumindest in England Eingeheiratet Und versuchen Jetzt noch so Das erste Überfluss Ding zu bekommen Dankeschön Also Günstigere Gebäude Günstige Gebäude Und Belagerungsverteidigung Mega cool Das ist halt nice Ich weiß halt nur nicht Vielleicht kennen sich da einige aus der Community von Maurice besser aus Ob denn Wenn man Königreich dann irgendwie selber gründen kann Weil ich bin die ganze Zeit ja nur Herzog Vielleicht weiß das ja einer von euch Also in Augsburg haben wir hier gerade fetten Krieg Mega Innsbruck Wird auch belagert Mega Und Friesland Möchte Ein bisschen Geld haben Okay Nein Lieber nicht Das ist wie Sepp direkt mit der Krone zwinkert Erbschaft beanspruchen Ja What Winchester Exeter Und Warwick Wen haben wir denn da Wen haben wir Das sind Drei Warwick Winchester Und Exeter Wo ist Exeter Cardiff Exeter Wir bekommen den kompletten Süden Mega Meine Vorrede sind fast erschöpft Oh ja 27 ist nicht so viel Aber wir schaffen das 27 reicht noch Was Ja machen wir direkt eine Audience Nicht angriffsparkt Ja Mega Will er nicht Königlich Vermehlung Können wir ja gucken Oh wie nice Das ist einfach Ah das ist einfach gut Ach der Kleriker führt gerade irgendwas anderes aus Ach ja dann nicht Klerus hasst mich sowieso Wohner Lothring sind wütend Alter ihr Was Was ist Lothen Nur weil ich durch euer Land wieder Durch bin Versucht mal das doppeltste rauszuholen Finde ich gut Sie hassen mich sogar Ja ist jetzt halt nicht mehr Maurice Ne Lothring ist jetzt auch ein würdiger Gegner Lothring ist ja Maurice vorhin gewesen Und auch nicht so klein Also und es liegt halt genau Um Oder in meinem Reich eigentlich Ich hab Maurice ja umschlungen Ähm Und wollte ihn da ja nicht Irgendwie noch weiter bedrängen Wir haben uns das gut aufgeteilt Aber Schade Maurice Äh Jetzt wo du KI bist Halte ich mich nicht mehr zurück Sag mal mal so Aber was Was Mir zum Beispiel auffällt Majestät Die königliche Familie Wir haben eine neue Provinz Majestät In einer unserer Provinzen Ist Unruhe ausgebrochen Wir haben richtig Probleme Ähm Mit Geld Why Was darf ich für euch tun Das Glück belohnt Handeln ausbauen Haben wir irgendwie Ich stehe euch zur Verfügung her Achso der macht gerade die Aktion Ach wir haben gerade Hardcore Geld investiert Um es zu verdoppeln Ja das war so eine Sache Wir haben übelst viel Truppen Also wir haben eine Truppenobergrenze Gerade schon erreicht Krass Na gut wenn ich jetzt wieder Truppen kaufe Hab ich wieder kein Geld Das wollen wir nicht Aber die Truppenobergrenze ist gerade bei mir 3000 Krass Unsere Kavallerie zu machen Ist halt irgendwie 500 600 Wow Wow Mega Die Rebellen wieder getötet Wie viele hat bitte Maurice hingerichtet Das gibt's doch nicht Wow Und wir haben unser Geld verdoppelt Wir haben die Beziehung zu einem anderen Königreich verbessert Das heißt der Lebensmittelmarkt ist on the table Nice Wird gebaut Lothring ist eine Militärdiktatur Das wird schwierig Ja Lothring ist aber auch Ist auch krass Also Boris hat da richtig gegönnt Jetzt müssen wir die wieder unterjochen Interessant Sie haben sich so weit abgespaltet Dass sie komplett unabhängig geworden sind Wow Krass Zeitalter des Wohlstandes Mega Finde ich gut Das heißt wir können hier nochmal ein bisschen was boosten Uns hat eine diplomatische Botschaft erreicht Schwefel könnten wir hier noch kaufen Aber was hatte ich gerade gesagt was wir brauchen Und Tinte können wir auch kaufen Ähm Stop 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 Ein Angebot aus Korinth Zudolf und Prinzessin Äh Ui Ja Ah seh ich mich Schickl sofort 9000 Gold Alter was ist los mit dir Wir brauchen das Bier Und wir brauchen Kalkstein Wo kriegen wir Kalkstein her Das ist jetzt wichtig Kalkstein Es macht halt auch einfach auf mehreren Ebenen Voll Bock das Game Weil du ähm Weil du ähm Sowohl wirtschaftlich was geil aufbauen kannst Majestät Als auch ähm Da ist Kalkstein Als auch halt Reichsmäßig Also dass du das krasseste Imperium halt hast Eine neue Provinz hat euch ihre Loyalität ausgesprochen Und Was bist du Bulgarien Also vielleicht sollten wir Nicht mit England weiter handeln Sondern Weil in England haben wir keine Waren Entweder mit Bulgarien Was halt auch echt groß ist Oder aber auch hier Weil die hassen uns ne Regensburg hasst uns Ja Hasst uns Hasst uns Neutral Mega Handelsabkommen Die Unruhen in einer unserer Provinzen sind vorbei Schwierig Wie kriegen wir das Hin Wer hat noch Was bist du für ein komisches Land Porto Die hassen mich auch ohne Ende Da oben Galway Genau Galway Hier da Das ist noch gut Ja neutral Anbieten Handelsabkommen Ach was soll denn das Sie hassen mich alle Ich glaube Ähm Das ist halt auch so ein Ding Dass man nicht zu viele Handelsabkommen haben darf Dass sie dann irgendwann sagen Ich fühle mich nicht so exklusiv Wo winken die Profite Also klar Hier mit England ist halt schon ganz nice Das gibt richtig Kohle Aber das hier bringt halt echt Nicht viel Ach weil wir Waren Importer Was haben wir denn Was importieren wir denn hier Ein Söldnerlager wurde in unserem Land entdeckt Was importieren wir denn hier Ich stehe euch zur Verfügung Achso Doch Spirituosen Aber stellen wir Spirituosen nicht selber her Gut Wir haben also bessere Alternativen Unsere Errungenschaften Und Waren Achso warte mal Spirituosen kann ich doch jetzt selber Ne warte Medizinische Mittel kann ich jetzt nicht mehr machen Weil ich keine Spirituosen habe Wein habe ich Aber wo sind Spirituosen Oder braucht man Spirituosen Um medizinische Mittel zu machen Warte steht doch bestimmt hier Und Canterbury kann man Medizinische Mittel machen Ich habe das Gefühl Das ist relevant Schade Aber immerhin Sind wir hier jetzt wieder clean Wir haben unsere Armeen wieder am Start Innsbruck gehört auch wieder mir Was wollen wir mehr Wir haben unsere Kultur In eine neue Provinz getragen Oh Oh Köln ist endlich wieder Sächsisch Oh mein Gott Das gibt es nicht Das ist seit Seit Anfang des Spiels Ist es Wow Das ist auch in Holland Was habe ich auch in Holland Flachsfelder Wir haben einen unserer Ritter gefangen Was Was Meisten hat mir jetzt den Krieg erklärt Meinen neuen Verbündeten Steinwallen so nicht So nicht mit mir Ist aber auch heftig Ist aber auch heftig geworden Unser Diplomat hat unsere Beziehungen verbessert Majestät Und seine Einheiten sind auch gar nicht so schlecht Muss ich sagen Krass Wir werden jetzt hier auch gerade schon geplündert Das ist jetzt gar nicht so geil Ob ich wohl fliehen sollte Ich weiß nicht ob du fliehen solltest Aber aufgeben werde ich dich nicht Du bist ein guter Händler Herrda wir haben feindliche Truppen in euren Landen gesichtet Das gibt es doch nicht Greift der mich jetzt einfach an Genau wir spielen einfach den Spielstand weiter Den wir eigentlich gerade gespielt haben Mit den anderen Nur dass ich jetzt halt Mein Herr Meinen Teil einfach nur so weiter spiele Ich glaube ich werde auch noch mehr Truppen brauchen Ich glaube ich werde auch noch diese Truppen hier brauchen Um da weiter Quatsch zu machen Denn hier kommen zwei Heere gerade an Das wird doch gar nicht so einfach wie ich dachte Da kommt noch ein Heer an Okay warte mal Wir müssen mal eben abbrechen Wer ist das denn? Achso wir haben aber natürlich kein Bier mehr Können wir irgendwen mit in den Krieg rufen? Wir müssen mal ganz schnell nach Köln rein Muss ich mal Da bin ich early Och da war knapp Eieiei das sind irgendwie 8000 Leute Die hier gerade auf mich zurennen Das ist gar nicht so ohne Wir sind unterwegs Wir marschieren los Hier sind auch noch welche Wo kommt Nein Maurice hat sich dem angeschlossen Meine Truppen warten Nein Maurice und Steinwallen wollen mir jetzt hier ans Bein pissen Wow Guck mal was da für eine Armee kommt von Maurice Wow heftig 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 Um uns zu helfen Autsch Autsch Irgendwer joint mir Und möchte mir helfen Finde ich nett Brauche ich auch Bin ich ehrlich Wir haben unsere Bauern verärgert Majestät Der Feind hat unsere Siedlung geprünt Ja wirklich Jetzt ist wirklich jeder eigentlich Mit dabei Ähm Ich versuche mal Deutschland Deutschland hasst mich Okay wer mag mich denn Übersicht Eine Verbesserung wurde abgeschlossen England Könnte England mir Also Könntest du mir Im Krieg unterstützen Ja Wäre mega England Wäre cool So was ist Mit Ungarn Können die mir helfen Ne Die hassen mich auch Die hassen mich sowieso Die hassen mich auch Polen Fordern Im Krieg unterstützen Komm die hasst du auch Na okay Der hasst ihn nicht Okay England Äh Achso möchte Gibt uns Winchester Und Herzog Glocrian Achso Winchester hätten sie gerne Nee 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 Ach komm Nein Lass mal Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten Nein Machen wir nicht Meine Truppen warten Ich werde diese Maden zermalmen Jetzt kommt ihr wieder mit 3000 Leuten an Das war jetzt schon ein hartes Ding Das war schon ein hartes Battle Mein Herr Wir schlagen innerhalb der Mauern unser Lager auf Ich glaub wir sollten hier unten auf jeden Fall eine Truppe noch bei Maurice behalten Ist jetzt nur so ein Guess Krass Wie viele Truppen die einfach auch haben Autsch Ich kann jetzt ja auch viel schneller spielen Die Zunge kommt raus Das heißt er hat Bock Ja wirklich Ja wirklich Die Kaufleute im Reich rühmen eure Taten Majestät Der Feind brennt eine unserer Siedlungen nieder Feindliche Truppen haben unsere Grenzen überquert Wir haben einen guten Handel geschlossen Wir versuchen den jetzt zu backstabben Eine neue Problem ist jetzt uns gegenüber loyal Das Problem ist Majestät Unsere Gegner haben Verstärkung erhalten Ich habe eure Bitten erfüllt Unsere Gegner haben Verstärkung erhalten Willst du mich verarschen? Wer ist denn jetzt alles gegen mich im Krieg? Warte mal Also Maurice wird von Ah ne Steinbein wird von Maurice unterstützt Okay Freunde England Bedrohung Alle anderen Also eigentlich liebt mich nur England Und die finden das irgendwie Die wollen Winchester und Geld jetzt Okay Also Schaffen wir das? Das schaffen wir gegen die Bohus, oder? Ah tut mir leid Das Was? Das ist, äh, ich hab immer noch die Hoffnung, dass ich das mache. So, wir produzieren jetzt so ein eigenes Bier. Let's go. Also, lass mal eben kurz gucken, was hier auf der Karte so zu sehen ist. Maurice ist halt stark, irgendwie mit 8.000. Steinwein hat auch irgendwie nur 9.000, Leute. Dänemark will uns nicht helfen. Wir würden damit... Was hat er gesagt? Winchester? Oh, das Ding ist auch, ich verliere gleich sowieso meinen Herrscher. Das finde ich sowieso nochmal schwieriger, wenn ich jetzt ihm... Dadurch verlieren wir auch den, ähm... Die Unterstützung im Krieg. Er will halt Winchester. So ein Winchester ist das. Nee, Winchester... Oh, warte mal, Winchester kann ja gar nichts. Ey, lol. Seit wann, seit wann sind denn NPC-Städte... Ja, let's go. Achso, die Britannia angreifen? Ja, komm, mir egal. Jetzt haben wir noch einen Krieg. Ha, moin. Wird ja immer besser. Wird ja immer besser, Leute. Let's go. Warte mal. Ich kann hier nochmal... Ähm... Ach, das ist ja aber auch Schmutz. Marktplatz. Müssen wir mal ein bisschen was tun hier für unsere Eco. Aber... Ja, es ist trotzdem... Da sind 5000... Also, die helfen mir dann ja nicht, weil die wollen ja jetzt Britannia angreifen. Das ist auch alles... Ah! Aber die Stadt war echt crap. Also, das ist jetzt... Eure Befehle. So, du bist in Hannover stationiert. Du wartest. Du bist in Augsburg stationiert. Du müsstest dich eigentlich heilen. Aber wir brauchen noch ein bisschen Geld. Okay. Und wir können dir noch einen Bogenschützen geben. So, du... Eieieiei, den müsste ich auch heilen. Eine gute Strategie. Wir könnten Luxemburg angreifen. Nee, es macht halt keinen Sinn, seine Städte anzugreifen. Weil dann kommt der Backstep-mäßig einfach mit seinen Truppen vorbei. Und basht mich. Das machen wir jetzt. Wir machen Backstep-mäßig unsere Truppen hier rein. Ach du Scheiße. Alle hassen uns einfach. Uns hassen einfach alle. Dadurch, dass wir es wieder mit Britannien... Ah. Deutschland ist gegen uns beigetreten. Dänemark ist beigetreten. Nein. Eine Rebellenarmee belagert eine unserer Städte. Eine unserer Siedlungen wurde geplündert. Stopp, 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 stopp. Ein neues Gebäude wurde fertiggestellt. Majestät, unsere Schwer haben ein Söderlager entdeckt. Ich habe jetzt Krieg gegen Britannien gestartet. Wow. Wow. Ich glaube... Also mein Ziel jetzt hier friedlich noch das Ende mit den Waren so zu machen... ...ist jetzt so eine Sache, Leute. Also... Da bin ich early. Das werden wir nicht mehr hinkriegen. Dammit. Alter, die Däger... Also wir können hier ganz toll Leute zermürben und so. Aber wir sind echt ein bisschen am Arsch. Innsbruck wird hier gerade bombardiert. Ja, wir können halt hier so den ein oder anderen mal versuchen zu heilen. Wie ihr wünscht. Und dann gehen wir einfach hier rüber und helfen da aus. Und dann umsen wir die halt weg. Also wir müssen halt unsere taktische Finesse als Mensch ausspielen. Aber... Wow. Autsch. England hat verlangt, dass wir noch wen angreifen. Die feigen Truppen aus Mais sind alle aus der Schlacht um Hannover geflogen. Flohnen. Mega. Wir haben halt irgendwie gefühlt, ist jeder gegen uns. Aber ich würde jetzt straight doch versuchen, Erfurt anzureifen. Let's go. Wenigstens einen Vorteil müssen wir aus der Sache doch hier ziehen, oder? So, und hier unten holen wir uns Innsbruck halt straight wieder, ne? Gar kein Problem. Wir haben die Beziehung zu einem anderen Königreich verbessert. Und hier holen wir uns noch mal ein paar Bogenschützen rein. Die Meinung unserer Kaufleute hat sich verbessert. Kaufleute mögen uns. Alles Beziehung. Alles Kacke, ey. Ah. Das gibt's doch nicht. Weitere Truppen sind gekommen, um uns zu helfen. Oh, wer will uns helfen? England? Ne. Ne. Also England nicht. England gibt einen dicken Fick auf uns, oder? Ist England mit seinen Truppen angekommen? Eine neue Verbesserung wurde abgeschlossen. Grün. Truppenstärke der Armee. Ja, die versuchen, die Engländer versuchen jetzt gerade hier in der Britannia, äh, reinzuschlagen. Aber gut. Ihr macht das schon. Scheiße, wie viele Truppen sind da? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. War das eine gute Idee, hier oben reinzurennen? Oh, Entschuldigung. Nicht gut. Nein! Hä? Oh, fuck it. Das war richtig doof. Okay, das war RIP. Das war's. Ich hab eine, einen kompletten Marschall verloren. Okay, wir beenden jetzt hier, wo es am schützten ist. Ich sag mal, wie es ist, ja. Also, jetzt wo die NPCs die starken Ländereien von Steinwalden und Maurice übernommen haben, ist es so ein bisschen RIP. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich ja early. Dass die sich jetzt hier gegen meinen starken Sachsen verbünden, ist aber auch eine Schweinerei. Also, das ist krass. Also, Lothring und Meißen haben sich jetzt halt gegen mich verbündet und haben auch noch Deutschland mit in den Krieg genommen. Ich hab England auf meiner Seite und es ist einfach RIP. Also, wir können jetzt hier wahrscheinlich eine Stunde lang einfach Krieg führen. Ich könnte ja einfach einen neuen Marschall mehr gönnen und neue Armee aufbauen. Ich hab ja genügend Einberufungspunkte. Das ist einfach dumm. Das ist wirklich dumm. Aber hat richtig viel Bock gemacht. Also, mega cooles Game. Auch, dass man jetzt noch sieht, man dachte die ganze Zeit, ey, Alter, der ist OP. Aber hey, die anderen großen Mächte, die gerade um mich rum waren, waren halt Steinwalden und Maurice. Und dann sieht man, wenn man Singleplayer spielt, Kampagne, wenn Maurice und Steinwalden nicht so friedliche NPC-Dudes gewesen wären, äh, richtige Menschen-Dudes gewesen wären, hätten die sich gegen mich verbündet und hätten mir auf die Fresse gegeben. Also, kannst du den freikaufen? Ja, ich kann den... Guckt ihr mich hier raus, ne? Nee, gerade nicht. Den könnte ich jetzt freikaufen. Der muss erst eine gewisse Zeit lang, glaub ich, im Knast sein. Aber, also, truppentechnisch wäre das auch easy, weil wir halt England auf unserer Seite haben. Aber das... Ich hab da jetzt keinen Bock mehr drauf. Das war jetzt wirklich lang. Ah, ich wollte doch nur die 5000 Punkte mal erreichen. Auch wenn wir wahrscheinlich nicht gewählt worden wären. Äh, weil andere Länder stärker sind. Aber mega cool. Ich hab's zumindest noch geschafft, England zu zecken und drei Ländereien, drei Ländereien zu bekommen. Mega cool. Können wir hier nochmal... Nee, wir können nicht nochmal Vermählung machen. Also, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also, dankeschön fürs Einschalten. Dankeschön fürs Dabeisein, fürs Anfeuern. Ähm, auch wenn ich da leider nicht so viel auf den Chat eingehen konnte. Äh, ah, das ist so toll. Wenn wir Maurice's Gameplay der Vergangenheit angeguckt haben, dann hat er dich eigentlich immer verraten unter Hintergang. Ja. Aber diesmal war es Steinwallen, der mir als erstes den Krieg erklärt hat. Und dann kam Maurice dazu. Ja, das war Knights of Honor. Wenn ihr Bock auf das Game bekommen habt, dann schaut einfach mal unterm Stream oder auch hier im Chat. Da, äh, kommt jetzt der Link, wo ihr euch das Spiel gönnen könnt oder einfach nochmal ein paar Infos bekommt. Oder einfach mal so auch gerne draufklicken könnt. Würde ich mich sehr freuen drüber. Und, ähm, das hat mega viel Laune gemacht. Also, dankeschön hier fürs Einschalten. Und wir gucken mal, wen wir hier noch raiden können. Äh, Digga, ey. Das macht auf jeden Fall Bock. Ich glaub, da spiel ich, äh, privat nochmal ein bisschen weiter. Ähm, im Stream wollte ich ja eigentlich nochmal Victoria 3 halt weiter. Beziehungsweise zu Ende spielen für mich. Ähm, das hab ich jetzt leider nicht gesch-